so, endlich, es klappt Leute, wir sind live, es funktioniert ja, wisst ihr, was ich gerade gemacht habe ich wollte gerade vorm Stream noch schön meinen Router restart, wo ich mir gedacht habe komm, der restart nämlich sonst um 19.30 weil ich den letztes Mal um 19.30 glaube ich gerestartet habe und jetzt sag ich mir so, komm lass den noch schnell vorm Stream einmal restart wisst ihr, was er gemacht hat, Internet war weg ich habe jetzt zweimal gerestartet jetzt klappt es, sorry für die Verspätung Andel ist an diesem Schlamassel natürlich schuld muss ich dazu auch sagen ich wette nämlich, dass Andel gerade bei mir höchstwahrscheinlich vorbeigefahren ist und einfach beim Router irgendwas kaputt gemacht hat, das vermute ich mal auf jeden Fall Leute, wir sind wieder back am Start um ganze, wie viele Minuten zu spät das gibt jetzt auch ganz schön viel Kohle ganze neun Minuten zu spät, ich freue mich so muss das aber, genau so, nicht anders so Leute, wir starten aber durch heute ist nämlich ein spezielles Event heute gibt es nämlich beim Andels Autohaus die erste richtige Auktion und da wollte ich unbedingt dabei sein da natürlich mit Marc Rumpelde Pumpel mit am Stizzl sind wir dabei und dankeschön an die Leute die schon vorhin donated haben, bevor ich überhaupt gestreamt habe hier hat nämlich Mobile Gamer direkt donated heute für diese eine Spende muss für Führerschein lernen hoffe aber auf einen geilen Stream Kuss Kuss geht auf jeden Fall raus, zurück an dich mein lieber Mobile Gamer, dann der Dennis ist auch dabei zu spät auf einen geilen Stream wenn du dann da bist, ja, hat ein bisschen gebraucht äh, warte mal, was stand da gerade bei Andels Autos bei der Versteigerung, ich hab's nicht gelesen scheiß, da standen da gerade, Leute ich kann mir in den Chat schreiben, was da gestanden ist da oben ich will jetzt nicht unbedingt zurückspulen ach geil, das stand irgendwas wichtig lass mich raten, mein Auto ist, ach doch, mein Rumpelauto ist da ne, ne, warte mal ah hier, doch, der ist da, mein Rumpelmobil ist da das Rumpelmobil ist wieder hier ich hab keine Ahnung, wo das Andels Autohaus Dings ist ich weiß nur, in der Ankündigung stand, es gibt ne Auktion bei Andels Autohaus wo wird's denn wohl sein, äh, kann ja sein, dass es vielleicht woanders ist ich weiß ja nicht, ob's beim Autohaus ist oder ob das jetzt vom Autohaus irgendwo anders ist da muss ich mal durchfragen, schau mal auf jeden Fall mal so, Rubellose werden heute auf jeden Fall gegönnt ah ja, ich hab ja kein Geld dabei das war's mal wieder komplett, ich muss ja wieder abheben mit dem Budget, genau dann machen wir das mal so, weil wir haben ein bisschen Geld dabei, guck mal, wie viel Geld wir haben haben wir alles gespart, so ist es bisschen Kohle haben wir gespart so, ähm, dankeschön an, ähm, hey Malte für 1,50, da Reni offen, geil, stream, aktiv, zu spät, Andel ist schuld Alter, der haut einfach ein Zanni raus vielen herzlichen Reiz da fühl dich gegrüßt, fühl dich geküsst, du weißt Bescheid und, ah, das ist noch vom Testen opala, das ist ja gut sollen wir mal eins einheben, ne, komm das ist noch vom Testen ähm, ich hab nämlich mal wieder alles verloren, ihr wisst Bescheid das kommt vom Admin-Test weißt du, wenn du einmal das Admin was testest und dann re-logst, dann kann es sein, dass du tot bist passiert, wenn man sein Skin mal ändert und das mache ich öfters, wenn ich was teste dann stirbst du einfach beim Re-log gut, dann, äh, schmeiß mal die ganzen Sachen weg die nicht uns gehören, die wir noch vom Test haben das war unter anderem die 60 Stück Dings die gehören uns nicht und das eine Kennzeichen weiß ich gar nicht, gehört das mir? ja, das gehört mir, glaub ich, oder? oder hab ich, ne, das gehört auch nicht mir, nevermind und sorgen wir das mal perfekt, ja, alles dabei und die Rubbellose, die verwenden wir natürlich, bevor man oh, mal gewonnen, dass es sowas gibt nach Jahren, ah, noch mal gewonnen jetzt ist das 10.000 da rum los, komm ne, eins, äh, das war, ah, verloren ah, 2000 Dollar gewonnen, ey, ist auch mal schön müssen wir öfters beim Mülltonnen machen da hinten, dann klappt das auch, dann geht das auch ist das Ding eigentlich aufgedingst? ich hoffe du hast keine Schlüssel für dieses Fahrzeug, das war die auch, ne? hier, mit denen aber mal gucken, wie viel hab ich denn noch, Tank ja, warte, den Tank mal voll den Wagen und dann geht's schon los alter, so geil einmal aufmachen, das Ding und dann schauen wir, was es heute für geile Autos zu ersteigern gibt ich bin schon ganz gespannt schon ganz gespannt, also keine, äh keine Stichschlagwaffen und Waffen insgesamt verboten okay, weiß ich Bescheid, danke an den Chat kurz geht raus an meinen Lieblingschat wir kommen nicht mehr in unser Auto ja, da würde ich erstmal einen Mechaniker anrufen dass der vielleicht mal das Auto aufsperrt das kann man auch in der RP-Situation machen anstatt hier, äh, die Admins zu holen und ich steig erstmal hinten ein, weil das ist echt schön der, der Chef sitzt nämlich immer hinten, Leute der Chef sitzt hinten jetzt warten, rufen wir mal Freddy an fragen wir mal, ob der Chauffeur heute spielt ne, komm Freddy, Chauffeur so, fahren wir mal rüber also ich fahr mal zum Auto aus ich weiß nicht, ob das jetzt dort ist hab ich irgendwas dabei, Waffenmäßiges ne, ne? ah doch, ne Glock 18 auch, warte, die tue ich dann aber ach nee, die kann ich ja gar nicht wegmachen warte, ich ruf mal an oder ich mach mal das Funkgerät an ob irgendwer da ist wenn der da ist, ist jetzt die andere Frage, ne? als du nur sieben hallo, wer da? moin abend nur einer heute zwei okay was ist los? ich dachte, es wäre los heute ich komme anscheinend erst ja, es ist gerade ein Auto ja, wo ist denn die überhaupt? ich, äh, würde heute gerne hinfahren 454 654, dankeschön stream abgekackt also bei mir läuft der stream noch hä? mal gucken also bei mir läuft der stream noch kann auch sein, dass mich heute wieder, äh YouTube ein bisschen ankackt das kann auch sein F in den Chat, weil der stream wieder nicht läuft ne, Fritte fragt mich nicht ich bin froh, wenn ich hier wegziehe wenn ich irgendwann mal Gasfaserkabel hab oder ich hätte wieder getrollt ich weiß es nicht weil bei mir läuft die Übertragung normal also, I don't know, Leute keine Ahnung ich kann nur so viel sagen irgendwann die Gasfaserkabel ich freue mich auf jeden Fall drauf die Leute schreiben nicht ganz fett F in den Chat also anscheinend bei ganz vielen Stream abgekratzt aber das liegt jetzt an YouTube das sage ich euch das liegt jetzt dann miteinander an YouTube weil jetzt läuft der Stream bei mir ganz normal ich hatte keinen roten Aushebeler oder sowas wenn der Stream kurz weg war, war das jetzt YouTube also heute ist wieder so ein Tag da hat echt Andel wieder an der Internetbox rumgefuchtelt das kann ja gar nicht sein, du das kann ja gar nicht sein weißt du, es gibt Tage da läuft einfach gar nichts das ist wieder so ein Tag wie heute also sowas ist wieder so typisch weißt du genau solche Tage liebe ich wo einfach, weißt du, setzt dich hin machst du alles wie sonst immer und es funktioniert nichts es funktioniert einfach nichts ja, der Stream läuft wieder okay also, ach hier ist das ah hier, okay da fangen wir dahin muss immer eine Waffe loswerden ja, ich würde auch die ganzen Waffen wegpacken da ist dann ein bisschen problematisch sonst ja, alles weg hab nicht genug Geld für die Versicherung das ist der Sound, aber ich bin hier was ist das ey, was ist denn das für ein was ist denn das für ein Report was ist denn das für ein Report hab nicht genug Geld für die Versicherung weil sein Auto nicht mehr aufkommt dann ruft man doch ganz ehrlich, wenn man sein Auto nicht mehr aufkriegt weil man vielleicht einen Schlüssel liegen hat lassen dann ruft man doch nicht einen Admin dann macht man doch einen Call äh, Richtung Autohaus das war jetzt sowieso neu ey, den, wo bist du? Richtung Autohaus BZW, Richtung Mechaniker mein Auto ist kaputt mach doch mal die Tür auf bei mir weil er Schlüssel vergessen hat wobei ich mich echt frage wie Leute es schaffen dass die Autos nicht mehr aufgehen das ist mir noch nie passiert beim ganzen Leben ist mir mein Auto nie mehr aufgegangen also der muss schon heftig scheiße gebaut haben dass das nicht funktioniert ja, ich hab mich doch jetzt neblich gestellt läuft die ganze Zeit ihr müsst den Stream neu starten ja, ihr seid trotzdem kacke, ne? also YouTube ist manchmal echt komisch ich glaub das lag daran dass ich vorhin angefangen hab zu streamen da nichts funktioniert hat und jetzt läuft der Stream wieder und dann kommt YouTube glaube ich ein bisschen aus er kriegt YouTube erstmal so einen kleinen Krampf im Fuß oder sowas in der Art weil komischerweise läuft es halt bei sehr vielen wieder, ne? also ich weiß ja nicht wie es bei euch ist aber es sollt eigentlich ganz normal wieder rennen also es läuft auch bei mir ganz normal ich denke mal das sind die ganzen Leute die auf den Stream gehen und dann nicht nochmal reingucken oder so, ne? die machen dann den Stream weg und dann läuft nichts mehr oder so ah, keine Ahnung also YouTube ist manchmal echt komisch da schreibt einer bei mir geht einfach gar nichts mehr einfach Router kaputt also bei mir läuft der Stream ist der, ist, also bei mir läuft der Stream ganz normal ey, weiß nicht was manche Leute haben aber ich glaube das ist wenn dann wieder so ein YouTube-Bug, weißt du? wo ich gar nichts dafür kann das, das kann ich mir gut vorstellen weil ich schau mal ich schau mal bei mir rein ich geb mal Xyron ein bei mir läuft der Stream ganz normal wenn ich da jetzt reingehe äh, ich weiß nicht ne, der läuft bei mir ganz normal auch, auch alles was davor war, ist drauf da ist, ist alles drauf warte, hier, warte, hier haben wir, hier so einen Sprung drin? war der mal weg? ne, bei mir war der sonst nicht mehr weg der Stream also bitte frag mich, was YouTube da wieder für eine Scheiße baut das tut mir echt leid, Leute aber da kann ich nicht viel machen wenn YouTube da wieder reinschalert bei mir also heute ist der Techniktag des Jahrhunderts wieder ich merke schon wieder vielleicht doch bessere Idee mal auf Twitch zu gehen, ne? wo Livestreams für nächstes funktionieren wenn man sich startet ist das uns auch kacke, ne? weil, guck mal also bei mir ist alles in Ordnung schreibt die Leute, okay okay, läuft die ganze Zeit okay, dann dann läuft alles gut dann läuft's dann habe ich ja nichts zu verlieren dann habe ich ja nichts zu verlieren so ich hoffe, das läuft jetzt immerhin war ein rumpeliger Start ein rumpeliger Start war das ich wollte noch schon bis jetzt zu 1 zu 7 fahren die Sachen weg tun bis 30 haben wir Zeit also wir haben noch ein bisschen Zeit um hinzufahren, Leute um 30 geht's los nicht Twitch, nicht Twitch ne, aber, ne ich sag nur bei YouTube ist öfter so dass es übelst viele Bugs gibt vielleicht ist es aufgefallen letztes Mal kennt ihr noch an den Streamer erinnert den letzten, ne vorletzten Kevin Hartmann Stream der ganze Stream hat einfach gehangen der komplette Stream konntest du nicht mal angucken der hat gestockt einfach der war einfach Standbild für 3 Stunden oder so okay der hat einfach für 3 Stunden gestockt der Stream und dann hab ich YouTube angeschrieben den Support der Stream schon seit 2 Tagen ging der nicht mehr der war kaputt hab ich YouTube Support angeschrieben und hat YouTube einfach mal irgendwas gemacht mit Zauberhänden und auf einmal ging alles wieder also keine Ahnung die Spiele hat manchmal echt die Bugs des Graulens das hast du auf Twitch halt nicht ne das muss man sagen und jetzt zeigt mir zum Beispiel YouTube an ich hab einen Zuschauer jetzt sagt mir YouTube ich hab 3000 Zuschauer also ich weiß nicht was heute los ist aber heute ist die Technik komplett im Poppes das leg ich mal hier alles weg Rüstung anwenden und erstmal die ganzen Waffeneinlagen die wir dabei haben die Glock 18 haben wir ihn nur dabei gut dann verpisse ich mich hier ach die nehmen Pizza mit warte mal wir haben hier ganz viel Pizza eingelagert die nehme ich mit die verkaufen wir dort wir machen dem achso ich kann nicht so viel mitnehmen ich glaube eigentlich 8 Pizzen kann ich mitnehmen gell ja 8 Pizzen kann ich mitnehmen Pizza Schinken Pizza Salami wir haben keine Pizza Schinken mehr nein wir haben noch Salami wir kauften 100.000 Salami Pizzen alter und wer kauft 222 Kennzeichen komm wir gönnen uns 2 Stück kann man dann verkaufen können wir weitergeben können wir weiterverkaufen Jungs und wir dann verkaufen wir weiter ne ich sag euch wenn ich mal Glasfaser hab Leute ja dann fahr ich ganz anders wobei ich muss ehrlich sagen Andl hat Glasfaser und Andl hat mehr Problem als ich ne also Andl hat ja immer mehr Problem als ich mit so einem Internet ja ja aber ich glaube das war eine schlechte Idee vor dem Stream mein Router neu zu starten der will das nicht mein Router sagt nein mindestens eine Unterbrechung im Stream braucht mal ich meine vielleicht schaltet er sich auch wieder um 19 Uhr ab ich weiß es nicht mein Router tut dem ich was er will das ist ganz lustig so die kann ich mal vorlesen hier ähm uiuiui zu viele Donis wieder Leute ihr seid heftig boah Bruder was macht ihr denn heute wieder alles full ist wirklich alles wieder full oh warte so weiter hochstrollen Dennis sag mal vor diesen René eben alte René jetzt sag mal vor diesen Partyfan bis der Beste zu spät wann kann man sich wieder bewerben für den Server boah das müssten wir aber auch auf die Basic fragen wie kannst du mich grüßen wie lange geht das Stream heute wie geht's dir heute alles Gute zum Geburtstag nachträglich alles Gute zum Weihnachten nachträglich da können wir eigentlich hinzufügen wann man sich wieder bewerben kann für den Server eigentlich das ist immer dieselbe Antwort ne ich glaube ich glaube aber in meinen Streams ich wiederhole mich sehr oft das ist schon mal aufgefallen wie oft ich mich eigentlich wiederholen muss aber ich meine die Leute können nichts dafür wisst ihr manche Leute die schalten ein die gucken meine Streams vielleicht nicht so täglich muss man ja auch nicht ich meine wer gibt sich schon 6 Stunden am Stück einen Stream jeden Tag Entschuldigung jeden zweiten Tag wer kann das denn durchhalten von euch wer guckt denn jeden Stream von euch Leute wer macht denn das wer ist denn so krank wir jedenfalls Bewerbungsphase auf Instagram folgen hier hier oben hier genau hier ja oben links das ist richtig hier Instagram da gerne folgen da wird immer angekündigt wenn es soweit ist und sonst auf Discord oder auf YouTube kündigst natürlich auch natürlich in den Stream oder sowas sobald Bewerbungsphase da ist also jetzt bin ich aber mal gespannt hab ich ach scheiße hab ich was illegal ist im Auto ich hab gar nicht nachgeguckt boah da hier leggelt es aber ja da ist sicher was los wenn es hier so leggelt da müssen 10.000 Autos stehen nichts im Auto gut wir müssen lieber doppelt kontrollieren als wenn mich nicht kontrolliert haben und dann wird alles weggenommen ok der Chat ist voll mit ich gut es gibt Verrückte die gucken sich 6 Stunden alter was leckt hier so da spawnen gerade die ganzen Autos rein da muss so viel los sein oh das ist der Radlfahrer alter das ok das zieht richtig hart an Leisten gerade das ist halt wenn hier sau viele Leute an einem Spot sind dann ich glaube ich hab gerade 28 FPS mit einer 93 ja das ist halt wenn hier so viele Leute und so viele Autos stehen das ist nicht gut das passiert wenn man keinen richtigen Parkplatz hat aber egal dann gehe ich halt mal mit meinen 30 FPS gehe ich mal scheißen da in die Ecke ich parke mich hier mal ein ach komm der packt eh hier so dann kann man doppelt und dreifach einparken das erinnert mich gerade dankeschön das erinnert mich gerade an das Autotreff da war es ja genauso das ist ja noch dieses fette Tuning Treffen da war ja auch so viel los links ist für die Frauen Toilette rechts ist für die Herren Toilette habe ich gehört so jetzt stelle ich mich um also bei uns stehen die Frauen ich will ja nix sagen ich hab Leute rumgeschoben bitte nicht drängen da ist ein Frontflame hör mal so kommt man weiter vor ich weiß ganz genau wer was hier steht kann halt nicht alter DJ Titans Music mit 1 zu 7 dieses Mal bin ich früher dabei Akkurs geht raus DJ Titans Music mit 107 Euro da schau mal machen wir mal ein Like halt raus mit Tanzeinlage aber da will ich aber die Likes jetzt pushen sehen mit Tanzeinlage ein fliegender Hundi bin schon wieder stecken blieb by the way ist das schön vor allem wir stellen uns gerade an wir können so viel reden miteinander Leute wir können jetzt so viel reden miteinander da haut er 107 Euro raus der verrückte Bruder Kuss geht auf die Lust du weißt Bescheid und 107 Euro ganz wichtig er möchte einen Einlauf bitte was es gibt gratis Einläufe anscheinend boah geil aber nur in der rechten Schlange hab ich gehört Andels Autohaus hier scheißen wir in Einlauf raus vielleicht bin die Stimme dann wieder besser Jenny ist tut mir leid ich weiß meine Frage warum sind hier so viele Kranken wegen ist hier irgendwas passiert oder noch nicht nein das ist eine Veranstaltung mit Mechanikern und Autohaus ist das eine Schulveranstaltung ne jetzt wirklich ist das eine Schulveranstaltung weil ich hab keinen Schülerausweis dabei ich hab gehört ich hab gehört das war eine Friday for a Future Demo hier achso dann geh ich wieder Tschüss dann wer zum raus mit dir falscher Ort das war Peter davon der hat es gerade gesagt wir sind so lustig was ist mit dir Peter ich will ja nix sagen gell aber wäre es nicht besser wenn wir uns ein bisschen anders anstellen wie in der L-Formation wenn hier Autos fahren ich will dich doch nicht ich will dich doch nicht ich will dich doch nicht das passt ja ok dann bleib mal so ich will dich jetzt ich sei auch schon weg alles gut Jenny schrei nicht so die Stimme schon Nimi Zeltplätze müssen verdichtet werden ist das dein Luni-Bee ne junge Dame ein Zelt was ist hier Zelt wozu für was ist dieses Zelt da vorne wer hat das hier hingesetzt ich bin am Zittern soll ich einfach reinigen und sagen ich hab Geld oder sowas willst du dich abgehoben ich hab bisschen viel Energie getrunken glaub ich ich mach jetzt was dummes aber nicht gut Hallo Hallo ich will jetzt nicht vordrängeln aber ich kenn den Herrn da vorne kann ich den mal kurz sprechen Entschuldigung Sie drängeln sich aber grad Der Herr macht ne dritte Schlange aus Ichi lass ihn doch Ja den Herrn Konda ich will ganz kurz sprechen Ja dann warten wir mal bitte kurz ich hol den Herrn Ganz wichtig Was setzt wieder jemand auf die Termin weg Jetzt kommt er abzustellen Ich mach mal leise ich muss von dem Herrn lernen der weiß bestimmte Tricks wie man reinkommt Alles gut Ja der Herr Konda ist mein Chef darf ich jetzt auch rein Hallo Ja genau Er wollte mich sprechen Meine Frage Ja Wie schaffst du es in diesem Anzug als Ente Das ist jetzt wirklich Ich versteh es nicht Hast du den Mars schneidern lassen? Gut meine wichtige Frage wurde nicht beantwortet Ich steh mich wieder hinten an Ich glaub das war einfach frei Wurde grad schon nach vorne Ne 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 alles gut Ne ist doch egal du Das war nicht die geheime Parole Sag mal muss man da zahlen oder ist das gratis? Man muss vielleicht ein Ticket kaufen Ne weil ich denk mir so wir wollen ja hier Autos kaufen oder nicht Ist ja ne Versteigerung Tickets mussten sie kaufen vorher Tickets? Kann man auch hier kaufen Ja ich glaub jetzt gehts auch noch Jetzt wirklich gibt es hier Ticketstammt oder sowas? Ja gibt es Abendkasse Ich glaub das ist dann einfach vorne Abendkasse Achso Ich hab jetzt nichts ich hab von nichts mitbekommen außer dass irgend so ein Ding ist Ich hab so das Gefühl Wie kommen sie in den Anzug rein? Dieses kleine Entchen Dieses kleine Bündel Freude Es ist so süß wenn Andel so ne kleine Ente ist Irgendwann ich schwör euch Irgendwann mach ich so nen Entenskin rein so ne riesengroße Ente im Autohaus mit so nem kleinen Anzug Ich schwör irgendwann ist das soweit Ich versprächs euch So ähm Kerze 10 9,34 Minuten zu spät Andel ist schuld Der Yoshi der Boss Das man die erste spendet Bin eh eh riesen Fan Dankeschön Dennis, Karl Heinz und Monze sind alles 4Ps geworden Danke für den Euro von Karl Heinz Der Bayern Der Bayern Legsplay Dankeschön für einen Euro Das sind ne Dreiererei Ui Ich brauch nur ne führende Hand ne Ich war hier schon davor Ich will einfach nur rein Ich will einfach nur rein Ich will mein Dienst nicht mal nur Schlecki Hallo Jey Hallo Jey Wie viele Leute sind denn hier Wie viele sind grad online Ja 99 Leute Ich dachte hier sind 5000 Leute gefühlt online Ich hab auch mit die Heisere Und der hat den Kaufvertrag gegeben Sag mal Alter du wechselst deine Haarfarbe auch wie die Unterwäscher Hallo Wo denn Hab ich mir gecauft Seh dich mal Na da Hallo Haben wir uns etwa eingedreht Ja Haben wir uns einfach vorgedrängelt Die drei Schlangen müssen bei den Mund halten Ja Ja und dann war ich einkaufen bei Nuller Und da gab es dieses eine Spielzeug Und Ja Wie warst du denn? Komm näher Boah Ja mein Vater Ja boah Der hat aber 5 Euro geschenkt Und Boah Da kam die Anna auch dazu Wir haben zusammen mit einem Boah Ich schwöre Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht Also bitte Oha Oha Hey 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 Boah Boah war das viel Geld Also liebe Leute Ich bin Backgroundstatist Ich wollt das schon nur machen Und Wir haben 50 Parkplätze maximal Circa hier Ich kauf 15 40 bis 50 Ich zähle ich gerade mal durch Niemand bewegt sich Wie viele hier sind Äh 15 15 15 20 22 Okay geht sich aus Wenn jeder von euch ein Auto dabei hat Dürft ihr gerne mit reinfahren Jeet Wir haben eine kleine Plane um da rum Oh mein Was hat der gerade gesagt? Ich hab mich zugehört Genau Einparken Ja ja Ich bleib jetzt einfach schon stehen Alle Alle Leute Wo mit dem Auto hier sind Und da geparkt haben Bitte mal das Auto schnappen Und hier eine Tiefgarage einparken Hier Mal ruhen bist du hier Mach mit Ah ok Ja 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 wegen Kopfschmerzen Ja nicht wegen Kopfschmerzen Weil es ja einfach richtig fett Leistung zieht Alter 50.000 Autos stehen Das zieht echt hart an Leistung Ganz ruhig Vorsichtig bitte nicht rachen Danke Ja die 50 Dollar wirst du wohl leisten können Warum gibt's denn eigentlich Das passiert Das wird ja nicht schrauben Gell Sinds jetzt hier alles eingepointet Die haben hier Parkplätze Die haben hier eher für alles gesorgt Gibt's hier Parkplätze Guck Passt doch Schau mal gibt's hier einen Parkplatz Ist für alles gesorgt Jetzt weiß ich Warum Andel die Parkplatz Ressource geändert Ach so Das Entchen ist schlau Gerne ja Danke Bitte einparken Bisschen flexen Auch einmal einparken Danke Wir tun die Leute mit geklauten Autos leid Da wird's gleich unsere Frames ganz schön nach oben droppen Leute Ganz ehrlich wenn du so viele Mod-Fahrzeuge auf einem Platz hast Ihr müsst euch vorstellen wie jedes Fahrzeug auf RLU ist optimiert Und trotzdem droppen halt die Frames wenn so viele Mod-Autos auf einmal sind Da leckt selbst Das war die größte FD-Schnittchen Wenn du normale GTR-Autos hast und so viele Autos an einem Fleck sind Wenn man denkt der Online-Modus ist glaube ich für wie viele Leute Für 24 Leute war der optimiert oder sowas Und hier hast du glaube ich um die 60 Leute mit 60 Autos Schau mal die Frames werden jetzt schon stabiler hier Von 30 schon mal auf 34 Frames Alter so viele Mod-Autos auf einmal bist du der Das zieht halt echt hart Ich hab ne 390er Grafikkarte drin Mir tun die Leute leid die hier so ne Weiß ich ne 87er oder so verbaut haben Die armen Leute Äh dann geben sie doch mal an den Zu dem Kollegen da Der vom Freepartner mit Ich bin leider nur Rekrut Keine Frage Ich bin die Rescue jetzt hier Gibt's einen Grund warum sie die Hosenträger tragen? Hätten sie ein Pflaster für mich? Na wahrscheinlich Ist schon komisch Was? Die Hosenträger machen sie die Hosenträger tragen Ich verstehe die ganzen ganz schlecht Na die sind doch steilig Achso Selbstverständlich halt gesagt Doch der Tate besser So schaut's aus Mach's nicht Grafschaf Ja das gleiche Grafschaf auch nicht schlecht Da sind so viele über der Auktion Und wir haben ein bisschen Geld dabei Wir können heute ja richtig gut Geld machen Also BZW wir können abcashen Leute das ist ne Auto Auktion Wir kriegen Autos günstiger als wenn wir sie kaufen Also wir kaufen sie schon aber ihr wisst was ich mein Ach für 32 Sorry nicht für 32 32 Spieler waren das Walker ich hab mir eben erstmal noch Glückslose gekauft Boah Alter die Frames die droppen grad richtig hart nach oben Ja man kann auch nach oben droppen Äh ich? Die sind grad fly Die sind grad fly on bean Wisst du was ich mein? Doch der hat Zeit für mich Boah ist viel angenehmer jetzt Boah hier ist was liebens du Die Hermatare muss doch arbeiten So ich stell mich hier irgendwo ganz cool hin Warte ich möchte hier Schlecht für sicher Möchte ich hier mich so hin Wenn sie tragen soll ich 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 bin gerne Ich will der coolste sein von an hier Guck mal Was hast du vor? Nix ich wollte nur mich zu dir stellen Ach hier gehts dann rein? Gut dann weiß ich bescheid Ach wir müssen uns doch anstellen Ja jetzt haben wir sogar die selben Haare hier Ja siehste ist sogar Guck mal wie zwillig So dann gehts gleich los Wer ist Metzger? Ich bin mal froh wieviel Geld haben wir jetzt noch auf der Wallet Wir können bis zu 378.000 Dollar heute verbrasseln lassen Leute Also wenn wir vielleicht nen LaFerrari haben heute Dann werd ich den kaufen Dann können wir den wieder verkaufen Einen fairen Preis Jaaaa Jenny ich bin hier vorne Vielleicht gehts ja hier mal bisschen schneller Ja ich mich Ja Hallo Jenny Hi Hallo Entchen Äh Ande ich brauch kein Ticket ne Achso braucht man ein Ticket? Ich hab gedacht die verarschen mich Ich dachte die verarschen mich Weil ich will mich an der Versteigerung teilnehmen Ich will nur gucken Achso wo ist die? Ich will nur gucken Da vorne Wo? Hier die Ist das die Reihe oder? Ich versteh gar nix mehr ich dachte die verarschen mich Ähm Sie brauchen ein Ticket Wenn sie bei der Versteigerung teilnehmen Ja möchte ich möchte ich aber wo krieg ich das her? Ja dann muss man ich glaub da vorne Das hätte man vorher holt Excuse me Ich bräuchte für die Abendkasse Ticket Wo krieg ich das her? Einfach anstellen Einfach anstellen Ja ne aber die haben jetzt gesagt sie muss das auf dem Werk Ja jetzt Sie stellen sich einfach an wenn sie ein Ticket haben kommen uns rein wenn sie kein haben können uns noch eins kaufen Ja na aber wo kaufe ich das Ticket? Äh welche Seite ist denn die Abendkasse und welche Entschuldigen Sie bitte kann mir irgendwer helfen die Ente kann wenn ich weiterhelfe ich brauch ein Ticket Da ist so ne große Ente im Anzug die kennt sich nicht aus die ist komplett verwirrt und ich hab kein Brot dabei Wenn sie sich da anstellen Was kaufen sie denn hier? Ja entweder Brot oder irgendwo ein Ticket was ich kaufen kann weil ohne Brot wird mir die Ente nicht sagen wie sie uns herbekommen Sie können hier anstellen und dann kriegen sie gleich vorne ein Ticket Achso ok das stellen wir nochmal an Gut ich hoffe ich hab mich jetzt nicht vorgetragen wie bei irgendjemandem Das ist genau das was er nicht verdammt hat Ja ich hab vorher auch schon gar nicht Ja das ist gut Hören sie auch so quaken im rechten Ohr? Also ich hörs die ganze Zeit quaken es ist unglaublich prepotant Hat irgendwer Brot für die Ente dabei? Mein Hörgerät ist schon überfordert hier Oh ich hätte ein Sandwich Putt 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 Schade ist schon weg In einer ganz langen Schlange Ich geb euch nen Tipp nimm n bisschen Brot mit für die Ente dann krieg ich den gratis Einlass Der arme Antel Es ist sein Tag einfach Es ist einfach sein Tag und ich nerve ihn schon wieder Muss Ich hab leider kein Brot dabei Hoffentlich habt ihr alle keine Waffen dabei Nein Wer von uns ist denn schon drin? Also ey ich freu mich so ich weiß noch nicht wo ich so dieses Ich frag einfach vor mir das Ticket her eigentlich Wird schon passen Hallo Ich mein die große Ente wird auch schon Wird zwar mad sein aber Ja Mario alles gut? Wenn mir die Ente nicht hilft ist mir sicher der Mann da vorne Das ist die Linie kürzer So Yoshi der Boss Guck mir jedes Video an Hesche gleich Ah Kuss geht raus Äh Jo passt Bist du Bayer? Nein ich bin Österreicher Ne Ares Ne Das ist Matario Äh Das sieht drüben aus wie Ares gerade Äh Peter du siehst irgendwie komisch an Tomix Findet dich super bleibst du hier bist Tomix Kuss geht raus an dich mein Lieber Peter Da haben wir noch Marcel Einmal Bockdoll Zu spät meine erste Spende auf dich auf einen tollen Stream Gute abhängigen bei Covid Infektion Oh du Arme dann Alles alles Gute auf jeden Fall Kuss geht raus Okay perfekt sie können weiter Dankeschön Meine Frage Wo kriegt man mein Ticket Ähm das Ticket wenn sie keine Frau Genau Ja wo ist denn die Die dürften sie da kriegen eigentlich gleich Bei der Dame hinten Ne bei den Herren der da steht links Wo steht dann her links Von ihnen links Oder von mir links Von ihnen links Auf beide Seiten Achso da hinten ok ich sehe gerade Ja Weil die Ente konnten mir helfen Dann kontrolliere ich sie jetzt erstmal Ja ja ich habe nichts dabei Ja aber für wem ist Okay perfekt Das ist doch mal vorbildlich Ich nehme meine Taschenlampe Oh Jetzt können sie die Arme wieder runter Dankeschön Ja Ich nehme jetzt schon mal die Arme hoch Oh ja Der Nächste bitte Oh der Nächste 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 Dieses GTA ist in Arbeit Jedes Jahr gibt es ein Magazin Oder ein Post im Internet Wo die immer sagen GTA 6 ist in Arbeit Das ist seit Jahren in Arbeit Und Rockstar hat das schon vor Jahren gesagt Dass es in Arbeit ist Vor 5 Jahren haben die schon gesagt Das ist in Arbeit Das erste Mal wo sie gesagt haben Sie arbeiten an GTA 6 derzeit Ja das passt Und jedes Jahr kommt irgendein Magazin und sagt Rockstar Games Sie arbeiten gerade an GTA 6 bestätigt Und es ist einfach jedes Jahr dasselbe Immer wieder Könnt ihr mal googlen gehen Das triggert so hart Jedes Jahr dasselbe immer Jens Köstmeier Also danke für den Sticker Kuss geht raus Wirklich Kuss geht raus Und Ronson Schönen Stream schauen mit deinem Radlfahrer Merch Kuss geht raus an dich Danke für 6 Monate VIP Halbes Jahr schon gegönnt Bruder Ja aber wirklich jedes Jahr Irgendein Gaming Magazin geht ja Ja 6 dran wird gearbeitet Und das triggert jedes Jahr immer wieder Genau 2 9 3 Mach Rumpe Mach Enten Merch Ja ne müsst ihr andere machen wenn dann Und Urintiger Merch müsst ihr andere machen Das war heftig lustig Feuer Phoenix Dann 5 Euro Synth Liga Hirnhälfte Feier die Spiele Dankeschön Dann müssen Sie sich auch einmal zu den Obergamer Erste Testprüfung verhauen Ja Herzlichen Glückwunsch Bruder Nächstes Mal besser Gott sei Dank war so eine Testprüfung Hallöchen Einmal Ticket bitte Und Personalausweis Zu der Runde von 70 Ich müsste das Ticket aber sehen Ja Achso Ticket müssen wir da vorne kaufen Aiden 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 Wenn er kein Ticket hat Kann er sich jetzt 1 für 7,000 kaufen Was 7.000 kostet die Scheiße Ich hab nicht so viel Geldbar dabei So der nächste kann einfach zu mir kommen Ja im Vorverkauf hat es auch 5.000 gekostet Mir sagt ja keiner was Okay perfekt Ey sag mal warum Warum geben wir hier Geld aus Wenn wir hier eh Geld ausgeben müssen Für eine Versteigerung Was ist denn das für eine Versteigerung Kann sich das hier einfallen lassen Mit großem Ente im Anzug 100%ig Anders kommt man auf die Idee nicht Erst mal die Leute abziehen Dann nochmal abziehen Perfekt Nein Ist das falsche Das ist nicht das Ticket Ich hab ein Auktions-Ticket auf jeden Fall bekommen Ja 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 aber das mit Rockstar Dass die in Arbeit haben Ist schon seit Jahren bestätigt Rockstar Games hat das schon vor 5 Jahren bestätigt Dass die dran arbeiten Jungener Mann Und jedes Jahr gibt es immer wieder Da Rockstar ja dran arbeitet Immer wieder so Post und so Also nicht von Rockstar Aber von Gaming Magazin Die halt sagen das würde bestätigen So wisst ihr was ich mein Das ist halt das Ticket Da steht auf jeden Fall Auktions-Ticket drauf Dann einmal die Ticket Sollten ihren Benzin kann das aber auch machen Nee es ist ein Kaufvertrag Sag mal hast du dem grad einen Kaufvertrag zu bestätigen Du sagst das ein Ticket Bitteschön So der Nächste bitte So der Nächste bitte Ja hab ich Das ist jetzt diesmal das Richtige So ein Stück weiter weg Sonst So der Nächste bitte Einfach ein Personalausweis Darf ich? Also Ja Ich brauch ein Ticket bitte Sie brauchen eins? Ja Dann bräuch ich bitte einmal ihren Personalausweis Ja Bitteschön Äh Vielen Dank Was könnt ihr denn so ein Ticket jetzt? 7000 7000 Haben sie die Bar dabei Sonst können sie mir die auf die 210 überweisen So Einmal Bieterticket Mach ich direkt Okay Auf die 179 Jenny Hab überwiesen Vielen Dank Dann stelle ich eben eins aus Jawohl Dankeschön Hallo 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 Das nächste Mal springe ich einfach drüber Ich mein guck mal hier einfach drüber springen und schon los geht's Wäre nur lustig Einfach rein in die Meute Ey ich bin so gespannt wie das sein wird wie viele Leute da mitbieten werden und was es zu versteigern gibt ist die Frage Ich hoffe es gibt gute Autos heute Ähm welcher Name Rocks hat auf Twitter gepostet das geht ja 6 2023 über 24 kommen soll Wenn nicht sogar später Wisste noch bei GTA 5 wie oft die das verschoben haben die haben das zweimal verschoben Bis da noch Dann kam es äh 2013 kam es da raus gell Und eigentlich jetzt glaube ich 2011 und dann 2012 und dann haben sie es nochmal verschoben auf 2013 irgendwie so war das Was dauert es so lange bei dir Ja Siehst du ich komme nicht durch Aber da schauen wir mal Oh Manu Ich bin auf jeden Fall gehypt Ja ja ich warte Machen ruhig und ich warte Passt Sie dürfen durch Super Einfach mal nach da hinten Wie ich möchte nicht an der Aktion teilnehmen Brauche ich doch für ein Ticket Nein aber dann sagst du vorne dass du kein Ticket hast Dann bist du nur ein Ticket Gut Ander war schon gescheit So Herr Rumpa dann schicke ich ihnen das einmal in digitaler Form auf ihr Handy in ihre persönlichen Dokumente Okay Ticket und Personalausweis bitte an die 150 Können sie auch einfach geradeaus durchgehen Jawohl danke tschüss Vielen Dank viel Spaß tschau Tschüss Einmal drumrum Da wo die Leute auf der Tribüne sitzen Wo sind die Ticketplätze An der Tribüne An der Tribüne da wo die Leute dann stehen Links hier Genau einmal durch Linker Hand Links von dem Weg gibt es dann die Okay Die Bühne da können sie sich hinstellen Okay Oh ich glaube hier wird es falsch Ich glaube hier ist nicht üblich rum Ja ihr müsst ihr müsst hier drüber Ihr müsst ja auf der anderen Seite der Absperrung Wir sind da drüber Achso Ich würde grad schon kommen Ich würde grad schon kommen Ja ne So weit gut sind wir Ich bin Ich werde mich überraschen lassen Aber das sieht aus wie ein Kirchenchor hier Die wollen dass wir herkommen glaube ich Hallo Ich glaube ich kann meine 2,4 Millionen Guten Tag Servus Servus Moin Moin Warum steht ihr alle hier? Müssen wir uns alle hier stellen? Weil hier der Bieter hier Hier ist der Bieterkreis Die die kaufen wollen stellen sich hier hin Achso ich dachte achso okay Und die die gemobbt werden wollen stellen sich in den Blauenkreis Okay Achso hier sind die Bieter oder was Ja Ah Ist das da auf hinten die Jenny Hallo Matthew Sieht danach aus Leuchtende Schuhe Ja könnte sein Ach die Autos fahren hier rein Lö Genau Genau Die kommen von nach hinten und dann Ich dachte die haben wir auf die Bühne gestellt Ja gut jetzt macht es Sinn Ja hab ich auch gedacht Aber wie sollen die denn da hochkommen Ja das ist die Frage Habe ich mir davon auch gestellt Also Mit einem Engelauf Ich habe einen Schlüssel zu einem Kagebob Also Das geht schon Jo klappt schon ne Ich auch Lass mal alle bitte dahinten zuwinken Die Geringverdiener Ich bin gar kein fremden Mensch Hallo Geringverdiener Alles Geringverdiener da drüben Juhu Ich wollt grad sagen Ich wollt grad sagen Die Lordschaft schlägt uns nicht in zweiter Reihe Ich bin gespannt Leute Servus Vor allem wie wir beaten werden ist die Frage Einfach aufzeigen Oder einfach schreien bis der letzte ist Also das wird Ich glaube sogar die Leute werden zu viel bieten Weil ich schau mal wie viele hier bieten werden Alter ich dachte nie so viel Die alle bieten gerade mit hier Ja Alter wie sollen wir das jemals machen Ja Peter ignoriere die Haare alles gut Das heißt ich glaube sogar die Autos werden teurer dann verkauft Als wenn sie sie dann neu kauft Aber schauen wir uns das mal an Ich bin sehr gespannt drauf So Mondsti irgendwann Kommt noch mehr Bis der beste Kuss draus Mondsti Rob Ich fühl mich ja voll eingegangen Youtube hat ne Werbung für nicht an hinten reingepresst Deshalb Ich denke dass da was gelesen hat Ah ok Komisch Das ist komisch Youtube ist sowieso ein bisschen Strange in letzter Zeit Was Bugs und so betrifft Ein anderer Peter Unify Ex Ich glaube das soll was anderes sein Aber dein 5 Euro mit Fies Ich hab deine Freunde auch auf dem Server Ja natürlich Ich bin so gespannt was da für Autos haben Ich weiß nicht ob die heute dabei ist Keine Ahnung Wow Alles gute Nacht Patrick Dankeschön Dominic Official Gibt es ein Ticket noch Habt ihr ein Hyundai i30 on auf dem Server Wäre die ja eigentlich sind Geile Kühlschlüssel Haben die leider nicht nein Aber wär schon geil irgendwie hast du recht Dominic Official Wenn du eins gekauft hättest wüsstest du Dankeschön nochmal für deine Doni Dann haben wir noch Thomas Schunke Ey wie checken wir uns da nochmal was Boah Jaja machen wir Aha 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 Ich lese das extra wegen Privatsgründen Ich freue mich sowas los Thomas aber es kommt bessere Zeiten Eigentlich ja Es kommen bessere Zeiten Thomas Es kommen bessere Zeiten Thomas Obwohl das schon episch aussieht wie die Cops da oben rumstehen Pass auf die sind eigentlich jetzt einfach da oben rumstehen Pass auf die sind eigentlich jetzt einfach da oben rumstehen Ah tatsächlich Mhm Sieht so richtig cool aus Sieht so richtig cool aus Moin Vincent Peter das sind alles Schafschutz So schauen wir mal Ist der größte Gewicht für die der steh hier Ich habe eins Geld Hallo die Herrschaften Hallo die Herrschaften Ja 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 Wir bräuchten einmal den Herrn Rumpe bei uns Ja hallo tschuldigung Einmal mit hier hochkommen. Ja, okay. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, nein, nein. Wir haben nur gerade zweimal gleichzeitig ein Ticket mit der gleichen Nummer ausgegeben. Sie kriegen jetzt ein anderes Ticket ausgestellt. Achso, das ist dumm. Neue Bieternummer, neues Ticket. Dann lösche ich mein altes noch schnell, warten Sie ganz kurz. Ja. Nur, dass es am Ende nicht mit der Bieternummer zu einer Verwechslung kommt am Ende. Das ist was, was du mir haust. Ich habe die 960 und ich habe die 960. So, habe ich jetzt rausgelöscht. Ja, ne, weil nicht, dass da was Blödes passiert. Sag mal, wie bietet man eigentlich? Muss man aufzeigen oder muss man einfach... Das wird der Herr Conner noch Bescheid geben gleich. Wir haben da ein System entwickelt, das ganz gut funktioniert. Das Problem ist, den Herrn Conner verstehe ich so schlecht. Ja, es ist ganz schön zu verstehen. Der wird heute schreien. Okay. Aber es ist halt... Das ist halt so ein bisschen so ein Schnabelgequakel. Andel redet nicht, andel quakelt. So, dann schiechen das wieder nochmal rüber. Jetzt haben Sie das richtige Ticket. Okay, danke schön. Bitte schön, viel Spaß. Danke. Ja, der Herr Rumpel ist nach vorne. Oh, das ist mal ein schöner Platz weg. Ich hatte so einen schönen Platz hier. Oh, ich habe die 20. Kein Problem. Ja, ja, ja. Ja, passt. Weil genau im selben Moment hat er mir vor Brot einzig gekauft. Ah, das passt. Ach, Dax, ne? Alles klar. Natürlich, natürlich. Um 19 geht's los, ne? Ich verstehe nichts. Hey, das ist eigentlich mein Pflanz geklaut, oder? Herumpe, bitte. Ich habe schon gedacht, ich bin scheiße, ich werde rausgeschmissen, weil ich so dumm bin. Wie ist das, wenn ich andere wieder blöd angemacht habe von der Seite? Hey, ich verstehe überhaupt... Entschuldigen Sie, Sie müssen sich benehmen, Sie schmeichelt erst mal raus. Ja, bitte. Stehen Sie zufällig auf der Forderung, weil hier so viele Autos die da sind? Hier, hier vorne, bei mir. Ja, alles. Ich will den Kutschmannstück von Kati sein. Gut, ich glaube, dann wäre es hier nicht mehr durchgekommen. Ja, klar. Ich wollte noch nicht mehr kontrolliert. Ui, Alter. Was ist das für ein geiles Foto? Andes Autohaus. Ich mache so Autobahn, so Unfall. Das ist aber ein geiles Foto, unter Wasser. Ey, was los, ja? Irgendwo Katzenangstück, das hat er bei mir auch gemacht. Und zum Lasertag. Wir wissen, das ist wohl, was wir gemacht haben von so einer süßen Lüzen. Das ist nicht schlimm. Die Leute posten viel hier auf Wasser, heftig. Alter. Oh, schau, Hundi. Ich wollte gerade sagen, die schreien da mit Leger von unten. Nö. Na, Chefchen. Du bist du, Acker? Ah. Lilly. Für eine Million kannst du die Nummer 69 haben. Wer bietet mehr? Ich finde, für eine Million kann ich dir dein Bieterticket irgendwo einfüllen. Kann es sein, dass du die einzigste Dame gerade hier bist? Ja. Ich bin die einzige Dame mitgehe. Mann, ist das eine Scheiße hier, diese Kacke. Ganze Zeit stehe ich mich hier drauf. Alter! Einfach stehen bleibst. Na, es geht nur auf den Sack hier. Boah. Das ist normal. Kriegst du jetzt auch nicht mehr weg. Du musst später warten. Wiesel, du Abgeordneter. Komm mal runter, du. Dachte nicht gehen. Ich bleib jetzt hier einfach stehen, Leute. Ist ganz schlecht für mich hier gehen. Tim, Arno, danke für 1 zu 7. Und Dominik, warum heute so früh? Weil ich tatsächlich nicht viel Schlaf hatte. Bitte. Ich hatte viel Schlaf, aber ich bin um 2 Uhr wach geworden. Ich probiere gerade meinen Schlafrhythmus umzustellen. Dann war ich um 2 Uhr auf. Das heißt, seit 2 Uhr bin ich wach, Leute. Das habe ich heute etwas früher bekommen. Und dass ihr das Event hier mitmachen könnt. Das war auch nur so. Ein Hoch auf guten Sonder, Stefan Kuh und vielen Dank. Katahu, moin, bin auch mal wieder dabei. Hoffe, nice, dass du mir heute so gut bist. Feuerfeelix, ich habe eine Frage zu einer Regel, er weiß aber nicht, wo ich sie stellen kann. Discord vielleicht. Der Bre, Stefan Kohn und Chris Wagener sind wir, Pikowau und Pascal. Das ist Dienstmachen süchtig, Kuss geht raus. Und Freddy, Nachtschicht, gar kein Bock. Viel Spaß euch heute. Liebe Grüße von Freddy. Da Herr Gorbatschowski ist auch dabei. Ach, vielen Dank für 49,99. Komm, da holen wir nochmal einen Like-Up raus, Leute. Lassen wir nochmal einen Like-Up da. Vor allem, dass wir uns heute noch ein Auto kaufen sollen, Leute. Alle auf den Like-Button pushen. Bis er blau wird. Heute wird noch ein Auto gebönnt und gekauft. Ich hoffe, es klappt. Schau mal, Ares ist auch dabei. Moin, übliche Fragen, kannst du an mich erinnern? Der Foto ist für dich. Noch einen geilen Stream, Dankeschön. Niki ist auch dabei. Vielen Dank an Niki, dann Monsti, dann Moin, OK ist auch dabei. JTG, Grümeli, ne Grümel YouTube, was ist der Name? Reicht eine 1050D Grafikkarte aus für den Server? Aber das muss man selber wissen, inwiefern, ob man damit zufrieden ist mit den Frames. Heute anders, ne? Jetzt geht es dann aber mal los, du. Ich habe Bock auf ein Auto kaufen. Ströbi, volle 9 Minuten ausziehen. Kuschel, anziehen, was? Okay, Kuss geht raus. Wir haben sie gespielt, das ist da. Das habe ich vorher auch gesehen, die gibt es bei uns. Ihr wieder denkt, ehrlich, ey. Blue Game Master, Götz, die sind dann Bravys auch dabei. Wurte, wo wir mir liegen, Kuss geht raus. Dann Katharina, Bayou, wann nächstes die Bewerbungsphase ist, am besten da Instagram reingucken und dann schauen. Tony ist feiernd, ey, gönn dir einen Döner, Brudi, kannst du mich und meinen Kumpel Mohamed grüßen, guck mal Mohamed und den Tony. Ströbi, Braygon, ihr Zweite, ich gehe für euch auf dich. Ja, guck mal, antworte mal E-Mail. Nein, so nicht, so nicht. Ich habe mich erstmal beleidigt. Na, Donation, Alter, eine donation, die irgendwie für einen Brüssel haben, Alter. Wir haben uns auf die Grenze, Tom, frohe Osternhundi und hallo, kannst du Niklas grüßen? Gut mal, Niklas, der King. Du, kannst du mit dem Vogelrunde rutschen, Alter. Ich komme nicht auf der Discord zu, Alter. Was steht da nicht mehr rauf? Ja, dann wirst du, hast schon gebannt. Du musst dir irgendwo Scheiße gebaut haben. Striker, endlich wieder Livestream nach Corona kommen. Was? Royal Rumble Streams, was? Machen wir mit ein paar Leuten mehr, zum Beispiel mit, was? Was steht hier? Mit Wildkartei, ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst, Striker, aber Royal Rumble Streams, ist das in Royal Rumble, meinst du, äh, Battle Royale meinst du? Battle Royale Streams, ach, das meinst du? Grüß geht euch. Da kommst du weit mit, da wüsste alle, was ich jetzt brauche. Aber Striker, äh, vielen herzlichen Reiz da haben, haben wir vor wie rein genonatet. Und du kommst gerade, nach dem Corona-Komo oder was? Das habe ich auch noch nicht gehört. Wobei doch, ich habe bei manchen gehört, dass die, äh, dass die, äh, die Oma oder der Oppa in einem Komo liegen, sondern wieder aufgewacht ist, das habe ich gehört. Ja doch, doch, das gab's ja. Das ist der Grund. Der Striker, Kuss geht raus. Aber, äh, ich bin schön, dass du überstanden hast, Bruder, Kusskuss. Pizza, Begato, ich bin heute zu spät, man kennt ihn und Enten süß sauer, Ente.exe has crashed. Handel immer. Ich handel, crasht alles. Wenden heute jetzt noch einen fetten Gamecrashman an, der mit dem Auto ankommt. Bist der beste Action-Trainsporter Jonas. Kuss, kuss, kuss. Freiwill ist auch dabei, Freiwill 619. Marco, Wolli, Dank für Sippler. Ich hab einfach, bist der Beste. Muss geht raus, wann kommt da jetzt mal die Autos? Muss mal fragen, hier. Was ist los, ja? Hieß es nicht, um 30 geht's los? Ne, 19 Uhr. Ja, um Sie mehr. Was, um 19 Uhr geht's los? Äh, gut, dann kratze ich mir mal irgendwo ein Poppes. Ja, KT aus um 19 Uhr. Ich denk mir so, ich steh da schon in der Menschenmenge. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Hast du das Foto gesehen? Hallo. Ja, hallo. 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 Ich probiere, mit Ihnen zu interagieren, falls Sie es bemerkt haben. Jawohl. Ja. Ja, ich wollte nur Hallo sagen. Und danke, dass Sie auf unser Land aufpassen und beschützen. Sie alle hier, die gerade hier rumstehen. Ja, ganz schön. Muss man schon mal den Respekt aussprechen, dass Sie das machen, weil das hört man ja nicht immer von allen, ne? Da muss man schon mal sagen. Das ist korrekt. Den dingsten Respekt, dass ihr da hier auch aufpasst, dass hier niemand reinkommt und dass hier kein Feuer entsteht und dass hier keiner tot umfällt und nicht an Hitzeschlag stirbt. Kann man schon Danke sagen, gell? Ich hab'n Satellierkrampf. Satellierkrampf. Ja, das muss man schon sagen, ne? Weil man muss ja, man muss auch schon mal Danke sagen können. Bitte. Aber sonst läuft das hier ja auch nicht. Bitte schön. Macht ja jeder was er will. Immer gerne. Gerne, das ist für katastrophal. Gibt's Leute, die machen das? Ich bin so einer. Ich mach das gerne. Voll cringe, aber... Ey, was soll ich jetzt noch machen, Bruder? In vier Minuten geht's los. Noch schnell auf Toilette gehen oder so. Warte, ich schau mal, ob es hier irgendwo Toilette gibt. Ich muss da her. Ist ja Toilette, wo ich Pipi machen kann? Wir kommen hier. Freiwillen pinkeln. In der Ecke sieht doch keiner, oder? Jetzt schnell. Oh, die Duftmarke. So. Ohne Hände waschen, geht's wieder zurück. Das tut mich gut. Es wird hier mal mehr, Alter. Danke von Agfa. Hm. Nein, Ryan. Jay, Jay, warum nicht? Willst du singen, oder was? Weil ich schon ein bisschen älter bin und das damals so in war. Warum? Was hast du noch? Was ist dann im Heimatland irgendwer so groß ist, oder? Können wir auch gleich den Ketchup sagen. Hau mal, hau mal, hau mal. Wenn du nicht alles gehört hab, dann müssen wir klarstellen. Hau mal, hau mal. The heavy, du, the heavy. Ja. Okay, 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 okay. Ruhe ist da vorne. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, und wenn ich, und wenn ich? Fängst du ja an zu weinen, oder was? Guck, guck schon, stänkert sie wieder rum, du. Du fängst sie wieder an zu weinen, jetzt mal. Ich weiß nicht, dass hier geschätzt wird, du. Du Lümmel, du. Zugrum geschätzt Matthew, wer ist jetzt von uns eigentlich alles da? Das ist so klein, das kann man nicht nur mehr als Lümmel bezeichnen. Matthew, du Lümmel, der gern einen Lümmel hätte, so. Sag mal Matthew, hast du gerade von Lillys Rock ein Foto gemacht? Also Lillie, wenn dein, wenn dein, äh Göttergarten weiter so rummacht, dann hau ich ihn einfach mal um die Ohren, ne? Komm, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Oh, bitte schlagt euch halt da, ich mache Cage beide an. Da musst du aber vorher Nikolaus fragen, der hat den Case. Einer hat gemeint, der kann die russische Hymne singen. Du wusstest ja eigentlich, wie der Text geht. Ja, ja, ich weiß, dass Russland... Boah, bin ich froh, dass ich alles dabei habe. Ich bin kein Russer, Alter, ich bin Ukrainer. Russland ist unser heiliger Staat. Russland ist unser gebogen... Das sind doch die, die Waffen bestellt haben und Helme bekommen haben, gell? Die stellen sich alle an die Grenze und erschlagen die Russen mit ihren Helmen. Da müssen sie Helme bestellen, vielleicht... Alter, da war ja grad irgendwas mit den Helmen und irgendwas haben die bestellt. Da ist ja grad so eine Auseinandersetzung dort, gell? In dem Sinne auch eine Waffe, wenn man es schmeißt. Aber der war auch nicht schlecht, da müssen sie Helme bestellen und kriegen sie Waffen. Das ist echt nicht schlecht. Ach, geil. Und wenn sie Panns abholen, dann kriegen sie was für sich. Stiefel. DW Stiefel. Warte, da war da mal Zeit, dass man Andel kommt. Andel ist zu spät. Ah, ne, doch nicht. Zwei Minuten noch. Boah, die Zeit vergeht nicht. Sag mal, was soll das jetzt heißen, Alter? Gibt's dir mehr als einen, Peter? Oh Gott. Ja, aber... Es gibt einmal einen guten Peter und es gibt einen schlechten Peter. Ja, du bist der Lutscher, Peter. Sag mal, wo sind eigentlich die 1 zu 7, dass wir alle zusammenstehen können? Du bist der schwarz, Peter. Also, Peter, das würde ich mir nicht gefallen. Ja, wenigstens. Mann, der ist der Lutschertyp, Mann. Peter Ziele wenigstens. Ja, 1 zu 7 sollten sich mal alle zusammenstehen, dass wir alle mitbieten können. Ich guck mal kurz auf mein Konto. Ja, ich auch. 2.000? Was, was? Habt ihr nicht so viel? 344.000. Ja, 361.000. Ich hab 450.000. Kann es sein, dass du Belgier bist? Ja. Könnt ihr auch auf jeden, weil ich schon mal aufheben konnte, können wir auch bei uns mitrechnen, wenn wir irgendwas unbedingt brauchen. 1,3 Mille. Ich hab 500 Kelsch. Ich bin ruhig. Nein, ich sag nicht mehr. Ich bin am Schauen vielleicht in Maybach. Lala. Stimmt, wenn ein Maybach kommt, könnten wir uns ein bisschen was wegsparen, theoretisch. Ich freu sich nicht mehr von Maybach. Ich hab noch gar keinen. Du hast noch welche? Ja, ja. Ich hab noch gar keinen. Achso. Ja, weil sonst wenn wir mal Maybach sehen, wir bieten mit. Okay? 100.000! 100.000! Aber wisst ihr was das schön ist? Wir können auch mal untereinander leben. Wir können ja alle miteinander bieten. Dann können wir uns ja gegenseitig am Ende wegbieten, dass die anderen nicht mehr mitbieten. Also ich bin ehrlich, ich würde lieber den Fahrer kaufen, mit dem ich mal unterhalte. Also ich würde den Wazel nicht kaufen, weil ich hab gehört, der hat keine Fußnägel mehr. Ah, ah. Ah, ah, ah. Boah, die ist so laut! Ja, aber schreien sie rum. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe auch kein Wort. Der Brunnhuber meckert immer. Ah, ich kenne den gar nicht, man. Hallo. Oh, oh, oh. Ach, geht's los. Oh, jetzt kommen die Autos. Hallo. 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 Wo geht's jetzt los? Das ist der Foodtruck. Der rote Schackler triggert mich. Wie kommen die auf die Bühne, ist meine Frage. Hallo. Ich komme nicht auf die Bühne, die fahren hier von zu euch. Der Foodtruck hat gerade probiert, die Treppe hochzufahren, ich glaub's nicht. Ja. Wenn es hier zu laut wird, dann kann man mal hier vorliegen sagen, ja? Hallo. Alles klar. Ich stelle dir vor, jetzt stürzt einer von denen ab, dann würde ich laufen. Ich hoffe halt, es kommt mal einfach, ne? Ich stürze ein Heli ab, das wär lustig. Haha, ich hab bei den Mavericks. Haha. Was? Was? Ich stürze das wieder. Ich stürze das wieder. Weiß los. Wieso ist das so geil, ja? Wenn so komplett-random da oben bei Nym rumfliegen würde und ein Helikopter stürzt die einfach so random ab. Wir haben, glaub ich, einen Kot-Nym. Vielleicht erkennt man am Geruch. Die Schnauze rein. Haha. Ja, dann lieber ganz schnell weg. Dann gab's das in einem Livestream, wo Andi mit so'n Rettungshelikopter geflogen ist. Und der komplette Helikopter, den hat's komplett zerrissen. Weil der Name nicht richtig angeschnallt war. Boah, dieser Stream war so geil. Den müssen wir wieder raussuchen. Ey, bitte, am Ende des Livestreams muss man das unbedingt noch mal anschauen. Ich muss noch mal gucken, welches Video das war. Da hat's Andi in so'n Helikopter, so'n Rescue-Helikopter komplett zerrissen. Und dann ist der am Boden explodiert. Weil ich abheben konnte. Und man hat gesehen, wie die Piloten auch probiert haben, diesen Helikopter noch richtig auszubalanzieren. Und am Ende fliegt der einfach auf'n Boden mit Andi drin. Und der ganze Ding explodiert am Ende. Boah, dieses Video. Ich muss das unbedingt raussuchen. Ich hab' da so gelacht, als er's gesehen hat. Wie der Helikopter da gestruggelt hat, weil Andi nicht angestellt war in dem Teil. Wisst ihr, die hatten da so'ne Trage. Und da gibt's so'n Bug, wenn da die Trage nicht richtig drin befestigt ist. Dann scheint das den kompletten Ding durch. Sonst würden wir leise sein. Hier bei der ersten großen Auktion rund um die Autos hier im Staat Los Angeles. Ja bitte. Freut mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Und so zahlreich hier mitbieten werdet. Wir haben auf jeden Fall ein paar Schmuckstücke für euch. Wie ihr schon erfahren habt, der Hauptpreis ist natürlich das Cybertron. Ich versteh' kein Wort. Der wird ganz am Ende kommen. Achso, danke. Dann schau' ich das auch rein. Dann werden alle kein Geld mehr haben, genau. Außer wir. Grundsätzlich ein paar Regeln. Also wir machen das so, da können wir noch mal trainieren. Herr Orwart? Ich werde am Anfang, wenn ich den Beatpreis, also den Startpreis, werde ich dann, nachdem ich das Auto so viel eingeführt habe, werde ich dann den Kart geben. Dann werde ich fragen, okay, diesen Preis, wer macht da mit. Wer raus ist bei dem Auto und nicht mitbieten will, der setzt sich hin. So schauen, dass alle leise sind. Das ist sich quasi hinsittern. So, gut, das war's. Für uns und mein Team ist es dann einfach so, dass wir sagen, dass wir uns leichter schauen. Weiß jeder, wie man sich hinsetzt? Muss man sich hinsetzen? Wenn man raus ist. Achso, okay, ja, ja. Wenn man keine Kohle mehr hat. Man könnte auch zeigen, aber... Ja gut, ja, hinsetzen. Es ist mit dem Hinsetzen leichter zu sehen. Und der, was drin bleibt, der bleibt einfach stehen. Und wenn es dann weniger wird, dann werden wir halt auf die Gebote hören. Also dann werden wir dann bis zum Letztbietenden. Ähm, nochmal zu der Frage. Also die Ticketnummer ist auch die Bieternummer. Also ihr habt es auf eurem Dokument, habt ihr eine Nummer. Und dort ist... Das ist gleichzeitig auch eure Bieternummer. Ich hoffe, die werden kontrolliert. Das heißt, es geht stufenweise nach oben. Es geht stufenweise nach oben. Und wer da nicht mehr mitmachen will, setzt sich einfach dann hin. Es geht am Anfang stufenweise nach oben. Und dann kann man dann selber noch. Und am Ende lasse ich dann selber so quasi nochmal. Entschuldigung. Bitteschön. Und zahlen dann direkt oder am Ende? Zahlen. Es ist dann so, dann bittet der, was gerade dieses Auto erworben hat, dann auf die Bühne hinten zu meinen Kollegen. Und dort wird dann alles weitere abgehaktet. Und dann läuft's dann in der Zeit gemütlich weiter? Oder hat man dann noch Zeit? Genau, genau. Ja. Und... Dann ist in der... In dem Fall ist dann so, ihr könnt es entweder bar oder mit Karte zahlen. Das ist kein Problem. Ihr werdet dann nur zum Zahlen oben aufgefordert. Und dann... Damit man sich nicht schwarz einen Hammer anhält. Es ist kein Schwarz, gell! Äh! Schade. Ich glaub, die kann Tickets haben und bieten dann mit. Das wäre dann ein bisschen unfair. Ehe den. Ich sag, wenn du was behauptst, hab ich Bescheid. Äh, werden die Neupreise der Fahrzeuger erwähnt, dass man circa weiß, wie viel man sich spart? Daran wird sich orientiert, ja. Okay, danke. Aber wenn auch gesagt, die Preise, die... Die Preise sind ungefähr so an den Neupreis angelehnt. Lasst sie sich überraschen. Ja, aber... Ne, man muss ja hier Schnäppchen machen, oder nicht? Die sind alle voll getunet. Also, okay. Dann laut der Aussage mal nein. Ansonsten kann ich ja gleich ins Auto rausgehen. Dann bestätigt. Ja, da denk ich mir auch gleich. Was geht ins Auto raus, wenn das hier alles... Ich dachte, hier ist günstiger. Schau mal wegen Maybach oder Black Series. Die geben 7.000 Dollar raus, das ist hier abgezockt. Ja, das ist nett. Das ist 7.000. Das ist 7.000. Was ist denn? Oh, stopp. Können wir eigentlich bieten, oder bietet ihr mal den Preis und wir setzen uns oder bleiben stehen? Das habe ich schon vorher gesagt. Also, am Anfang werde ich Preise vorschlagen und dann bleibt sie mal sitzen und dann am Ende, wenn weniger überbleiben, können sie euch gegenseitig dann reinlegen. Wie viele Autos kommen ungefähr, kann man das schon sagen? Circa 26 Stück. Ich nehm alle. Ich nehm alle. Danke. Gut. So. Wir können fragen, dass ich das Auto starten muss, gell? Let's go. Starten. Erstes Fahrzeug raus, bitte. Okay, let's go. Alles geht's los, Leute. Ich freu mich. Oh, hoffentlich ist ein Trabi dabei. Äh. Pierpfeife, danke fürs SIP-Werden. Ronny Schwedtli ist auch dabei, Servus. Wenn die kleine Spende bringst mich auf andere Gedanken, das hat's leider mit Wunderwischt. Das ist aber ganz viel die Ronny. Dann kuss geht raus. Gute Besserung. Florian, äh, check-up, check-up-buy-dog. Danke für den Euro. Feuerphönix. Kuss an den Discord. Kuss geht es gut. Fillerlp05. Wünsche dir einen schönen Stream. Und, äh. Ich weiß nicht, wo er Gott bleibt. Aber ich kann nicht den oder viel Erfolg bei der Auktion ja, das ist weil das Tipi-Stream-Fenster so komisch ist. Dass jetzt ein bisschen länger offen ist. Ähm, ich sag's dazu. Es sind, glaub ich, bis auf einen sind alle voll getunt. Aber der, was nicht voll getunt ist, ist natürlich im Preis dann. Okay, das ist... Ja gut dann. Das ist wahrscheinlich der Cybertruck. Was? Das wird ein Cybertruck verlost? Wo bleiben sie? Also verkauft? Komm. Boah. Cybertruck. Das ist was. Jawoll. Cybertruck ist der Hauptpreis. Oh. Smack the Pony. Zu diesem Fahrzeug. Hat der nur bei mir grad keinen Sound? Ach jetzt. Also. Hier haben wir einen Bord-Mustang GT. Fünf Liter Maschine. Mit 401 bs. Ist von uns voll getunt. Das heißt, er kommt auf 601 bs. Was cool ist bei dem Fahrzeug, ist wirklich. Man kann ihn halt optisch noch einmal einiges aufwerten. Der hat auch schon einen Breitbau-Kiez drauf. Ja. Und ist aber für das noch schlecht schweißwert. Ja. Also da liegen wir bei einem Startpreis von 55.000 Dollar für dieses Vehikel. So ist er auch hier neu bei uns zu erwerben. Das ist das, was Schiff Morris fährt. Das ist nicht von der Polizei. Oh scheiße. Der muss dann kaufen, gell. Das ist ja schon. Oh, bieten weiter. Also Startgebot werden 55.000. Wobei ist schon scheiße. Okay. Wer bietet 57.500? Wer bietet 60.000? Wer bietet 62.500? Wer bietet 62.500? Okay. Ui. So. Ich hab's nicht angeguckt. Herzlichen Glückwunsch. Meine Ticketnummer hab ich gar nicht angeguckt. Warte mal. Oh. Ticketnummer? 71 sicherlich. Hat das schon mal gut geklappt dann nachher. Applaus. 70 kauft Mustang. Ja das war schon ein Schnäppchen. Also preiswert. Kann man nicht sagen Leute. Preiswert. Also hier kriegt man preiswert die Autos. Ist okay. Die wollen dann nachher noch mit Verkehrssil dann Geld verdienen. Aber wir wollen auch ein bisschen Geld sparen. Weil es kommt. Die guten Sachen kommen sicher am Ende Leute. Deshalb wir werden dann noch ein bisschen warten. So. Sind wir ready für den nächsten? Yes sir. Das nächste Fahrzeug ist ein Audi A6. Wir steigern uns kontinuierlich mit der Preiskategorie. Also wir haben jetzt mal Einsteigerfahrzeuge. Das heißt es wird immer teurer. Es wird immer teurer und ein bisschen durchgemischt. Okay. Ja super. Bei einem A6 muss ich nicht mehr sehen. Könnte man. Ich weiß es auch. Aber überlegen. So. Da kommt er. Stimmt. Wird ein Prius verkauft. Sind jetzt schon welche? Prius. Prius Taxi. Lassen Sie sich überraschen. So. Wir haben einen Audi A6 mit einem V6 Motor. 340 PS. Ähm. Hat 50 Liter Kofferraum. Und ist ebenfalls wieder Mustang. Sehr sehr schön zum Tunen. Ja. Also der ist gut. Gerade noch so wie er hier steht ist er noch schlicht gehalten. Startpreis bei dem Fahrzeug wären 88.000 Dollar. Das kostet er auch neu. Dieses Exemplar ist hier komplett voll getunt. Optik sowohl auch als Motorleistung. Also wir sind hier bei 88.000. Ne. Braucht man nicht. Das ist. Leute wir warten auf die guten Sachen. Wer bietet 90.000. Wir warten auf die guten geilen Sachen. Das ist. Wer bietet 95.000. Wer bietet 97.500. Wer bietet 100.000. Ui. So. Was wäre ihr Gebot daher? 105. 105. Was ist ihr Gebot? 105 zum Ersten zum Zweiten zum Dritten verkauft. Ja boi. Geil. Ist irgendwas was ist denn der Los da drüben? Geil. Ja. Steht eingeschlafen. Steht eingeschlafen. Kann man zu mir mit rum? Donny du wolltest schon lange kaufen ja. Hä? Ja. Ich glaub er hat das System noch nicht verstanden. Ja. Ich dachte man muss sich hinsetzen wenn man es kaufen will. Gebrochen. Aber Leute Cybertruck sollen wir uns denn kaufen? Ja. Wir können probieren Cybertruck zu holen. Was sagt ihr dazu? Dann hätten wir zwei Cybertrucks. Das sind die eine. Es gibt glaube ich ganze zwei Cybertrucks. Johnny deine Chance. Kriegs. Hat nicht drauf. Flopflopflop. Hä wird kommt ich habe nicht zugehört. Dannbay animortex zu. Nah6. Ach so. Ja인지 drives mich nicht gleich sind. Die selben du dir heute noch Tabernisynthahn aber. Gibts ja auch. Ibi. Ready. Hierbei da muss ein Grund geben warum die Lotse ihre 6 loswerben wollen oder? Na haha Muss ein Grund geben was die zwei expose kommt. Den kaufen sie für 45.000 ein Vollgetude. Für was haben die gekauft. Wir haben den's verkauft auf wir wollten sie wieder deathkaufen für 45.000. Leute, wir haben genug Geld auf dem Firmenkonto. Guck mal, wir können Firmenausgabe machen. Solange es für die Firma ist, wir haben 1,3 Mille, wir haben insgesamt über 1,6 Millionen Leute. Also wir können, also beim Cybertruck würde ich auf jeden Fall mitbieten, aber das wird halt lange dauern, das 24 Autos kommen heute. Der besitzt halt sicher Kevin. Ne, der holt seine 14-Jährige-Freunde von der Schule ab. Technische Daten sind wir vorher durchgegangen, ist exakt dieselben, also von dem her auch vollgetuned, hat dann 540 PS dieses Fahrzeug. Stange hat er 340. Gibt ja 50 und 2 Kennzeichen. Du hast wieder einen Käufer. Format 1 zu 500. Auf jeden Fall, Startgebot bei dem liegt auch bei 88.000. Ich glaube, der Herr da drüben. Da hinkommen wir mal. Der zweite. Wollen Sie den zweiten auch kaufen? Der 88.000. Ja, nehme ich mit. Was ist denn los mit dem? Was ist falsch mit ihm? Kennt den Typ irgendjemand? Wer ist das? Er hat halt das Geld dafür, ne? Ja, wahrscheinlich. Der hat sich vorgebracht, jedes Auto zu kaufen. Der zahlt aber bestimmt schon 7 davon. Und die nötigen 3 Gehirnzellen, wa? Das ist gemein. Die war es mal später in A3-Abhiebe verkauft. Applaus, Leute. Wie die nächste? Ich glaube, der bezahlt nicht mal einer 50 für. Gibt's kaum Autos zu kaufen? Nee, kommt jetzt auch mal in die Welt. Damit kannst du nur Minus machen. Gibt's ein Durango zu kaufen? Ja, ruhig jetzt da. Aber bitte mit Lightbars drin. Nephew, 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 Nephew. Tuning für den Audi sind 6. Ich bin so gespannt, was da alles kommt. Aber die Preise sind okay. Ich würde gerne den Mustang vom Chief Morris kaufen. So, da muss ich heute nicht ein schnelles Auto. Das ist ein Geschäftsauto. Hier haben wir einen Dodge Ram. Hat der Blaulicht? Nee. Der hat einen V8-Motor mit 401 PS bei uns noch modifiziert auf 601 PS. 60 Liter Kofferraum. Also, sehr gut im Gelände. Startpreis bei dem liegt bei 60.500 Dollar. Nee. Au, lol. Vollgezurrt. Der kostet bei uns neu. Also 60.500. Wer bietet 65.000? Wer bietet 67.500? Wer bietet 70.000? Boah, ich bin schon hingesetzt bei 70.000 für die Kiste. Der Kiste, Alter. 72.000 Euro. Wer bietet 75.000? Ob die drei wirklich noch da sind. Nicht, dass die alle nur AFK rumsehen. Sie sind schon noch da. Okay. 75.000. Waren geht der Preis nach oben? Ich dachte, der geht runter. 77.500. Wie liegt ihr gebaut? Nö, eigentlich nicht. 79.000. 79.000. Wie liegt ihr gebot daher? In pink? Oh, dann mache ich 79.1. 79.1. 79.5. 79.10. Hä? Was hast du gesagt? Ich brauche jetzt aber für sie 80.000. Ja, okay. Er wollte 69.010 Dollar geben. Okay. 80.000 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Dann sind sie verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Coolberg. 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 Herr Coolberg, bitte. Meine Kollegen. Coolberg, zahlt damit. Auto. Der Coolberg. Irgendwie sehe ich dieses Auto bald in der Kopfverfolgungsjagd. Ich weiß nicht. Also, sag mal mehr. Ich habe gar nichts gemacht. Er hat sich unüberwacht. Hol dir ein Eis. Nee, danke. Alles gut. Unüberwacht. Danke für den Euro. Der Coolberg ist aber kein Eis. Tatsächlich. Scheiße. Ja, aber die Auktion macht echt Spaß. Der soll, der soll, der Mann im Pink soll wieder zurückkommen. Ebi, nächster. Ist auf, ist auf dem Weg. Perfekt. Baru, ihr seht ja das, wie die Haare so pink werden. Das ist ein 5M-Bug. Das ist übelst nett. Wir sind sehr viele Leute aneinander. Ne, ne, setzen. Das sind die Leute pinke Haare. Setzen, fünf. Sechs setzen, direkt. Leicht durchschauen, bitte. Ist der schlecht vom Handling oder was? Wo sitzt ihr euch alle? Ich glaube, weil die meisten sind, ich bin ein Fan von der Supra. Ach so. Der meisten Stempel, der es aus Damenfahrt hat. Also, das Ding ist, also. So. Auf jeden Fall die technischen Daten. Es hat einen V6-Motor. Hat 340 PS. Ich muss sie ausbessern. Es ist ein rein Sechszylinder. Ein rein Sechszylinder. Ich korrigiere. Ist ja richtig. Jetzt geht's los. Haben 540 PS mit Falltuning bei uns. Und 20 Liter Kofferraum. Das ist natürlich. Ja. Keiner ist mit dem auf Urlaub fahrt. Ich hab ein paar Schüttel. Das Startgebot liegt bei 71.500. Ich glaube, den will keiner. Ist auch in Ordnung. Ich glaube, ihr wird verschrottet. Waze hat nicht wirklich da drin, muss ich sagen. Definitiv nein. Wenn er mit den Preisen eventuell runtergeht, aber ihr werdet ja immer höher. Ab in den See damit. Normalerweise geht man ja nicht. Du, weißt du, was du probieren könntest? Du könntest ja mit dem Preis ein bisschen runtergehen und schauen, ob irgendwer wieder aufsteht. Jawohl. Das werden wir jetzt doch probieren. Probieren wir es mal. Ich hätte am Kauf. Ich wäre bei 100 Dollar dabei. Ich setze all mein Bargeld ein. Das wären 1140.000. Sie haben eine Frage, ja? Ah, ihr hättet am Kauf. Ach so, 471.500. Ja. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten verkauft. Ich hab jetzt 71.10 gesagt. Sie hätten einfach ein Schnäppchen machen können. Da wäre jetzt Kroner aufgetauscht. Ja, schon. Also doch, wenn ich auf mein Bargeld vom Preis runter... Keiner wollte ein Z4 jetzt kaufen. Ja, das läuft ja wie das Kind noch mal hat er, ne? Ja gut, er ist schon hässlich von vorne, muss ich schon sagen. Aber vorne ist auch ein Ding erkässlich. Boah, Leute, wenn heute Supra kommt, ich... Leute, Supra wird direkt gekauft, die neue. Supra wird gekauft. Ich schwöre euch, wenn die kommt, ich werde mich nicht hinsetzen. Supra wird gegönnt heute. Ich wette, was denn Supra kommt heute. Merd, Kahn, danke für zwei Euro, nochmal für ein Euro. Ein von der King, Kuss, geht raus. Brudi, vielen Dank. So, das nächste Fahrzeug. Ah, ne. Hey, Pock, ich hin. Hier haben wir einen Audi. Also den hätten sie wenigstens rumfärmen können. Hat einen rein 6 Zylinder, 340 PS. Bei uns wieder vorgete und auf 540 PS. 50 Liter Kofferraum. Ein schönes, stattliches SUV, das man auch im Gelände treten kann. Startpreis bei dem liegt bei 110.000. Voll getunt. 110.000. Aber die Farbe auch liebe. Also ich habe noch 59.000. Du musst ihn nicht kaufen. Setz dich hin, der macht im Spiel dann billiger. Bei 110.000. Setz dich hin, du kriegst den billiger, wenn du dich hinsetzt. Dann warte ich, bis er billiger wird. Okay. Dann sind wir. Wer bietet 105.000? Wer bietet 100.000? 100.000 für die Kiste? Wer bietet 97.500? Wer bietet 95.000? Wer bietet 92.500? Das Prinzip bietet jetzt gar keiner. Wer bietet 90.000? Boah. Ich hätte gedacht, es geht bis 50.000 weiter. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten verkauft. Bei 10.000 wäre ich auch eingestiegen. Ich wäre bei 80.000 aufgestiegen. Jetzt wird es interessanter. Jungs, wir müssen uns eine Taktik überlegen. Ja, interessant für meinen Gamepoint. Einfach alle hinsetzen. Egal was für ein Auto. Tiktak. Einfach alle hinsetzen, bis da unten ist bei 10.000. Jetzt wird es interessant. Oh, geil. Jetzt wird es interessanter. Die sehr begehrte Autos in letzter Zeit. Jetzt? Oh. Cybertruck. Cybertruck. Fiat Multipla. E-D-Nexter. Wagen ist auf dem Weg. Reus. Audi A. P1. Ja. Das ist ein schönes Auto, aber nicht das, was ich gerade haben will. So. Hier haben wir einen Porsche 911 Turbo S. Der muss auch alles kommentieren, ne? Voll getunet. Die Stange hat das 650 PS bei uns noch modifiziert. 850 PS, einen Sechszylinder-Motor, 40 Liter Kofferraum, unglaublich schnelles Auto. Auch was das angeht, jetzt enge Kurvenlage. Also extrem hart. Startpreis liegt bei diesem Fahrzeug voll getuned. Alles bei 308.000. Ne, das ist nix für mich. Ne, gut, schluss. Acht nicht, 300.000. Aber ich nicht mehr. Ne, das ist mir zu viel. Kein Mensch, leist ein Scheiß, der Hund. Das ist viel zu viel, Alter. Das ist gut, der wird zu viel besser. Wer bietet 310.000? Gib mir jemand Kredit. Wer bietet 315.000? Ist der so teuer im Shop, oder was? Der ist voll getuned. Voll, voll. 310.000 voll getrunter Porsche. Ja gut, der kostet viel, glaube ich. Der kostet ja nicht wenig, Leute. Was fährt der Spitze? Oh, Merz, danke fürs SIP werden. Merz, Kahn, danke fürs VIP gönnen. Circa 92. Auf der... Die Karosse der Motor, eigentlich alles ist an BMW, an neuen Supra. Ich weiß, die wird auch in Graz gebaut. Es ist auch wirklich nicht ein japanisches Auto. Wie viel würden Sie bieten daher? Die wird bei uns in Österreich gebaut, die Supra, wer es nicht wusste. Direkt in Graz, beim Magna wird die gebaut. Wie viel würden Sie bieten daher? 350.000. Aber ich finde es irgendwie cool, dass es eine Mischung aus Toyota und BMW ist. Also ich mag das. Ich mag, dass du dich viel im BMW fühlst und auslösenst du halt in Supra. 1.000 zum 1.000 zum 2.000 verkauft. Ich finde das geil. Einmal bitte hochkommen. Vor allem, ich freue mich auf das Facelift-Modell von der Supra. Vielleicht könnte ich mir mal einen in ein paar Jahren. Nee, das wird ein bisschen dauern. Ich werde mich die nächsten Jahre ziemlich hart verschulden. Dietrox, hey Kurdel, grüße bitte meinen kleinen Bruder Ole Finn. Ole Finn grüße ich natürlich. Dankeschön an Dietrox. Vielen Dank für 10 Euro mit Kies. Kurs geht raus. Ich bin eigentlich nur da, um den Preis hochzutreiben mit einer zu viel Zeit. Nee, was ich nämlich meinen, ich werde mich die nächsten Jahre ziemlich hart verschulden. Aufgrund des Haubauses. Das Haubauses. Das Hausbounce. Haus, Hausbauens. So, das Hausbounce. Hausbounce. Bounce der Haus. Range Rover SVR. Ui, der war ja was. Der schnellste seiner Art. Bis derzeit ist Bauen ziemlich, ziemlich teuer. V8 Motorisierung mit 575 PS. Wieder voll getunt auf 775 PS. Bist zu laut. Entschuldigung, da gehe ich halt weiter weg vom Mikrofon. Tut mir leid. Startpreis bei diesem wunderschönen Fahrzeug. Ich bin heute etwas laut, damit ich halt leiser. 209.000 Dollar. Wie viel? 209.000. So liegt es auch, kostet er bei uns auch neu. Tuning kann man nochmal reinrechnen. Also man spart sich da drüben. Aber der sieht wenigstens aus mit der Frau. 50.000. Das ist zu teuer, Alter. Der schneller als der Urus? Nicht unbedingt schneller, aber eleganter. Und besser im Gelände. Das ist zu teuer. Ach, das ist auch sehr begehrt. 200.000, Alter, für die Kiste. Wer bietet 210.000? Wer bietet 210.000? Okay. Achso, wenn du die 1.000.000 hast, ein Abospecial. Ja, da gibt es eine Roomtool. Das heißt, wir bleiben bei 209.000. Jetzt nochmal bitte aufstehen. Ich glaube, dass ich es anders überlegt. Okay. Wer bietet 205. Ach. Felix Bekorn, ich danke fürs Wippern. Und Kamil, Stange fürs Wippern. Die 205 zum 1.000. Und überwacht nochmal. Was ist das für eine Grafikmod? Meine eigene. Diamond Vision Grafikmod. Ich will den Hof kommen. Komm zu meinem Kollegen gehen. Matthew? Ja. Soll ich mir meinen BMW zurückkaufen? So, wir haben jetzt noch... Egal, wenn der jetzt wirklich kommt. Wir haben jetzt noch ein paar Autos unter 200.000. Und die richtig ganz die Teuerung kommen dann gegen Ende. So, nächster E.B. Ui, was kommt jetzt? Ui, ui, okay, okay, okay. Das ist geil. Den wollte ich mir eigentlich holen. Wir haben einen C63 Coupé AMG. Oh, den wollte ich mir holen. Mit einem Schau 8 Biturbo. 510 BS Stange. 710 BS Vollgetung. 40 Liter Kofferraum. Preis. Sind wir bei dem bei 110.000 Dollar. Das ist das, der Wischbegge. Schnäppchen. Das fühlt sich besser. Kriegt man Ben zu? Wer bietet 110.000 Dollar? Wobei, ich habe Angst, dass ich dann kein Geld mehr habe. Wer bietet 115.000 Dollar? 115 zum 1.000, zum 2.000, zum 3.000 verkauft. Ne, Leute, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Es kommen bessere Autos. Glaubt mir, es kommen bessere. Aber der war schon geil gewesen. Den hätte ich genommen. Aber er hat jetzt leider 110.000. Die 5.000, die war mir dann noch zu viel. Der Herr in Rot. Boah, der war schon geil gewesen. Aber nee, der wäre nicht gut gewesen. Weil wir hätten da so viel umbauen müssen. Weil der richtig hässliche Felgen dran hatte und so. Nee, der hätte man voll umbauen müssen. Also nicht, wer den so hergerüstet hat. Captain Whitewatch und 1 Million kostenlos abonnieren. Oh, like der lassen. Dankeschön. Genau so ist es. Kostenlos abonnieren, Log aktivieren. Und kostenlos like der lassen. Machen, setzen kleinen Schienen über Glücklich. Ich würde mich freuen. Und furzen sich durch ihn. Full. Full. Ja, war es jetzt. Kann man erklären, warum Jenny nach hinten fällt? Ich denke, für uns wird es eh interessant, wenn es teurer wird. Ihr Angeber da vorne. Abgehoben. Ja, ja. Wer hat er kann? Ich habe nie einen Plastiker. Eine Legende, dieses Auto. Jacob. Jetzt kommt es. Wenn er manchmal nur ein R34 sein, wenn er noch in die Zukunft so redet. Lassen wir uns überraschen. Oh je, wenn es ein R34 ist, bin ich dabei. Noch mal Mercedes, ja? Oder Suchner. Der wollte sich noch mal kurz zeigen. Ne, der M3 kommt nicht. M3 E46, GT, äh, GTR wird nicht kommen. Wenn dann ein R34, ein GTR, wenn es Legende ist. Ich habe wieder so ein Star. Äh, bitte was? So teuer ist der doch nicht. Nein, ich dachte, das ist teuer. Da muss ich mit. Da weiß ich nicht, ob ich für 400K, wo ich da hinbekommen bin. Oh, dass da schon wieder geschenkt wird. Ui, GTR. So. R35, okay. Ein R35. Da würde ich mitbieten, Leute. Da biete ich mit. Da biete ich mit. Will ich haben. So. Technische Daten. Ein Sechszylinder-Motor mit 570 PS Serie. Voll getrunken. Da biete ich mit. Ich will einen. Ich habe keinen. Auf 770 PS. Ich habe keinen. Leute, da bieten wir jetzt mit. Preis für dieses schicke Fahrzeug liegt bei 143.000. Ja, geil. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Full tune 300. Full tune. Genau. Wollte gerade sagen. 2,90. 3,90. Den kaufe ich. Egal, was er kostet. Ich kaufe den jetzt. Ich kaufe den jetzt. 143.000 Dollar. Wer bietet 145.000? Wer bietet 147.500? Scheiße. Es gibt 150.000 Dollar. 142.000. 152.500? 155.000 Dollar. 160.000 Dollar. 165.000 Dollar. 170.000 Dollar. Das ist wieder bei auch verstanden. 175.000 Dollar. Was kostet der neu? 180.000 Dollar. So, da her. Sag mal, was kostet der Wagen nur? Ich glaube, der ist zu teuer, gell? Inglösung des Juni ist bei knapp 300.000 Dollar. 400.000 Dollar. Bin ich raus. Okay. Aktuelles Gebot liegt bei 200.000. Was kostet denn der neue, der Wagen? 143.000. Genau. 143. Aber da mit Tuning bin ich doch fast auf Sale jetzt. Als würde ich den hier kaufen würden. Ist man jetzt fast auf Sale, ja. Ja, nee. Das ist mir dann zu teuer. Moment, was ist doch jetzt? 200.000 Dollar. Sie haben jetzt schon ihr Gebot abgegeben, der Herr. 200.000 Dollar. Für den Kurs. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, Leute, ich hätte den gekauft, wäre er nicht zu teuer gewesen. Aber jetzt, Leute, der ist gebraucht. Der kostet mehr, als wenn du den so kaufst. äääh. Aber der hat jetzt für 200, hat der jetzt den Wagen gekauft. Und ich könnte den einfach jetzt bei anderen das Auto aus günstiger mit vollem Tuning kaufen, wie ich ihn haben will. Das ist schon traurig. Das war ein Fehlkauf. Also Gott sei Dank habe ich ihn nicht gekauft gerade. Viel zu teuer. Ach, der klingt nicht. Das Fahrzeug hat einen 8 Zylindermotor. 530 PS. Na, das ist falsch. 600 PS Serie hat 800 PS. Mit vollem Auto. Boah, ich hätte den so mehr gekauft. war günstig gewesen. Weißt du, so für 140 hätte ich gesagt. Passt. 150 auch, 160 ja, aber 200, dann ist das ganze Tuning schon drin. Das ist halt, kriegst du günstiger beim Auto aus, weißt du. Die Blaulicht. Startpreis bei diesem Fahrzeug liegt bei 187.000 Dollar. Das ist mir schön, das ist das nicht wert. Voll im Tuning. Ne, das ist 187.000 für den Audi, Bruder. Wer bietet 190.000 Dollar? Ne, da bieten wir nicht mit, Jungs. Und Mädels, der machen wir nicht. 195.000 Dollar. Mii, Poo, Vee, 565, danke, 99 Cent und Benny out. Haltest mich zur Zeit echt auf, da in meiner Familie Corona herumwandert. PS, kannst du mich und meinen Freund Paul grüßen. Dann grüßt raus an Benny und den Paul. Wer bietet das? Und es ist nicht schön, wenn man sowas hört. Derzeit bricht sie überall grad aus, ne. 205.000 Dollar. Das mit der Grafikmode könnte auch ne Standardfrage werden. Hast du schon oft beantwortet, Dennis. Ja, das stimmt, aber nicht so oft wie die anderen Sachen. Danke, Dennis. Okay. Wie viel würden sie bieten da, ja. 120, die Dame. Zankli, Hamai AP. Wie kommen wir auf den Server? Wie liveonline.net. Wir werden die Bewerbungsdase offen ist. Am besten auf Instagram folgen, da kündig ich ihn mal an, sobald die Bewerbungsdase offen ist. Nein. Danke schön, Zankli. 220, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Dann, äh, Chris Drachenburg. Und für's VIP werden auch, ne. Nächsten, mein Kollege. Boah, Alter, ich, ich hoffe, es kommt ein, Leute, wenn ein GTR 34 kommt, die kostet über 400.000 behandeltes Autohaus. Wenn der da unten anfängt vom Preis her, dann mach ich da mit. Für, eh, mein kostet 400.000, aber ich will ein GTR 34 unbedingt kaufen. Bei Nismar hätte ich ja auch draufgekommen. Ich hab ja eine Autor. Und eine Supra vielleicht halt. Wie gesagt, Supra würde ich kaufen und ein Cybertruck würde ich kaufen. Jetzt haben wir auch wieder eine SUV. Aber mir kommt vor, dass die Autos hier doch etwas, also die bekommen sich eigentlich fast dasselbe raus, weil hier, äh, also das, äh, das Problem ist, die fangen so weit und dann kommt der oben schon an. Oooooohhhh. Unfallschaden, Unfallschaden. Ohhhh. Nein, ist nichts mehr wert. Ist nichts mehr wert. Ist nichts mehr wert. Aber direkt mal 20% Rabatt drauf, ne. Ne, ist nichts mehr wert, direkt weg. Oh, ich bin nicht im Dienst. Ohhhh. Was? Ich muss es jetzt leider sagen, Frau am Steuer, ne. Also mehr als 5 Dollar als das Ding ist nimmer so. Boah, wie kannst du nur als Frau so was sagen? Ne, deswegen. Schöne. Wir haben einen BMW X7, auch mit einem 8 Zylinder Motor. Ich glaub, das haben schon fast alle den BMW, den hat jeder. 530 PS Serie, dieser hier hat 730 PS. Hat einen 60 Liter Koffer, das heißt, dass das im Moment gerade möglich ist. Fährt sich sehr, sehr gut auf der Straße, so wie auch im Land. Ist echt ein geiles Auto. Und, hat auch noch ein schönes Breitbau-Kit. Naja, der Fahrer macht das können. Und, hat auch noch ein schönes Breitbau-Kit. Und einen schönen Kratzer. Sehr, sehr tief. Ja, der Kratzer, der ist inklusive. Ja. Startpreis bei dem liegt bei Folge-Tuned 198.000. So, teuer. Minus 20.000 für den Unfallschirten. Ja, ich wollt grad sagen, aber krach. So, der Herr. Sie sind anwesend? Ja. Okay. 198.000 zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Das war mir jetzt zu viel. Okay, dann müssen wir halt verlaufen. Sorry. Wer bietet 195? Natürlich, die Reparatur wird von uns bezahlt, ganz klar. Das ist natürlich kein Problem. 190. So, scheiße. Ich hör da hinten eine Ente quaken. Hört ihr die auch? Links am Ohr? Wenn wer Kopfhörer auf hat, hört ihr das? 198.000. Wenn man ganz leise ist. 170 nehme ich den. 170. Jetzt schauen wir mal. Keine Ahnung. So, wer bietet. Ey, jetzt. No Joke. Hört irgendwer auch. Wenn ihr jetzt ganz leise seid, hört irgendwer so auch die Ente ganz links hin. Jetzt No Joke. Wer bietet 190? So wieder unten. Ja. Ist wirklich so, ja. Wer bietet 188.5? Das ist ne Ente. Hört der die? 188.5. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Jetzt ist er aufgehört. Da ist ne Ente da hinten. Ich schwöre, Alter. Da ist ne Ente. So ein Quick, Quick, Quick. Die ganze Zeit. Wie viel Geld hast du werten? 1,6 Millionen zur Verfügung. 1,6 Millionen. Es gibt auch Leute, denen es egal ist, wie viel zahlen dafür das Auto. Jetzt macht die weiter die Ente. Ne. Jetzt macht die nicht weiter. Jetzt ist sie weg. Heinz-Peter-Dietrich. Alles Gute zum Brotstag. Kannst du mich grüßen? Welche Grafik hat man nur zu früh Weihnachten? Hashtag Fuhl. Dankeschön Heinz-Peter-Dietrich. Du weißt Bescheid. Oh, den habe ich schon. Nicht jeder. Ach, du bist nur um die Autos schlecht zu reden hier, oder wie? Ja. Haben wir schon. Den brauchen wir nicht mehr, Leute. Leider schon Garage. Das Fahrzeug hat einen V10. Dementsprechend hört man den auch. 640 PS Serie. Dieser hier ist voll getunt auf 840 PS. Hat einen leider kleinen Koffer mit 20 Liter. Topspeed liegt bei über 300. Hier so voll getunt. Preis für den Wagen sind 242.000 Dollar. Wie viel? Sissi, 123 Euro. Dank für 1,07 Euro. 1,07. 1,07. Dennis, danke fürs Hüpfen auch. Realistischer Wert bei dem Fahrzeug hier wie hier darstellt liegt bei über 300.000 Dollar. Ja. Das sind Grillen. Ne, das war kein Grillzimmer. Das war so ein komisches Quaken. 2,45. Ich dachte nämlich zuhause auch so eine Grille. Aber die hat sich nicht ganz so eine Grille anhört, finde ich aber. Egal. Eher so wegen Quaken halt. Bieten Sie 2,50. 2,55. Mach Andel zu Ende, aber das wäre so peinlich. Ne, das macht man nicht. Ja, 2,50. Das wäre zu heftig. Das kann ich nicht machen. Bieten Sie 2,60. Ja. 2,65 der Jahr. Ja. 2,70. Felix Bocorni, oh mein Gott, den kann ich nicht springen. Ich habe mich noch mal kurz getragen. Den hatten wir aber schon mal. Den hatten wir schon mal den Schein. Okay, 270. Zum ersten, zum zweiten, zum nächsten verkauft. 270.000, aber war ein Schnäppchen. Begrunsch. Das war mal ein Schnäppchen. So, müssen Versteigerungen laufen, geil. War nicht schlecht jetzt. Wo darf ich hin? Ehrlich, ich glaube die meisten haben den Wagen schon, gell? Ja. Ich habe ihn nicht, aber ich will ihn jetzt gerade nicht. Das ist schwierig. Ich habe nicht genug Kapital über für das. Das wissen wir doch jetzt, Mann. Was willst du denn, Marc? So, nächster. Herbert, ich will. Auf den Weg, gering verdiene. Nein, nee, nee, nee. Der andere mag es nicht. Boah, wie viele Marks gibt es denn hier? 102. Der, der vor dir rechts ist Mark Peter Kohl. Achso. Hallo, ich heiße gleich wie du. Kein Problem. Jetzt haben wir hier einen E-T63S AMG. Mit F-Dealer. Gibt es den F-Dealer dazu? Toll. Spitzende, ne? Clown-Auto. Hm. Warum ist das den Clown-Auto? Er hat einen V8 Biturbo. Möchte ich? 500, äh, nein. Mit 639 PS. Das Fahrzeug ist voll getunt. 40 Liter Kofferraum ist das perfekte Hybridfahrzeug zwischen einem AMG GT und einer S-Klasse. Wenn man sieht. Ne. Meiner Meinung nach einer der schönsten Innenräume, die man in einem Auto so finden kann. Ist natürlich immer geschmacksam. Aber was sagt ihr? Nee, ne? Wirklich ein sehr, sehr schönes Interieur. Boah, der Spoiler. Ohne Spoiler ist das Ding nicht so schlimm, aber. Ich mag dieses, diese Coupé-Fort auf Limousien überhaupt nicht. Also nein. Ähm. Dieses, dieses abgerundete hinten. Dieser, dieser fette Poppes hinten. Das finde ich so ekelhaft. Für mich sieht das ja aus wie so eine kleine Kugel. Voll getunt. Wie so ein langgezogener Porsche irgendwie. So kann ich es am besten. Ne Porsche die Musik. Ja, wie so ein Porsche Panamera. Mag ich auch nicht von der Form. Und beim Porsche Panamera passt es besser, weil Porsche hat so ein Heck. Aber das sieht halt, boah. 200.000 Dollar. Nee, überhaupt nicht. Und dann noch der Spoiler hinten. 200.000 für dieses hässliche Stück hier. Ah, ich hätte den C63 kaufen sollen. Der war gut. Der hat einen guten Preis gehabt. Das hat er bezahlt. 100. 100. Ich hab bis dato kein anderes benutzt. Ich hab' bis dato kein anderes benutzt. Ich hab' bis dato kein anderes benutzt. Ein Hurrakan. Genau. Oh, nee. Nicht nur ein Hurrakan. Einen haben wir noch. Nächster. Schenkst du den an mir oder wie? Aber wisst ihr was das geil ist? Es kommen dann bald die geilen Autos, wenn die fertig sind. Nein, wir warten auf den. Nein, wir warten auf den. Wunderschönen Reis. Motorentechnisch ist er voll. Schau. Der Preis wurde noch nicht mal gesagt. Der muss jetzt aber ganz schön drücken, den Preis. Der muss jetzt ganz schön drücken, der Handel. Da liegt das Startgebot bei. Aha. Lass uns jetzt schauen. Der muss jetzt echt drücken. Ohne Panzerhusser 6. Bei 220.000 Dollar. Nein. Ich muss jetzt drücken. Ohne Panzerhusser. Was ist das Auto für Spende? Wer bietet 215? Wer bietet 210? Wer bietet 205? Scheiße. Bei 200 hätte ich ihn genommen und hätte ihn wieder verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Wobei, naja, habe ich nicht bekommen. 200.000. Nee, ich hätte ihn eh nicht wegbekommen. Passt schon. Soll er mit Spaß haben. Einmal hoch zu meinen Kollegen bitte. Ich war auch kurz davor. Wagen nicht mehr wegbekommen. Wir könnten resellen, ne? Nächster Wagen. Nee, ich warte auf... Leute, GTR R34. BMW M3 GTR warte ich. Ich warte auf... Vielleicht noch ein GTR R35. Supra, die neue. Würde ich auch gerne holen. Vor allem die Sachen, die es bei anderen des Outdoors gibt. Die es sonst nicht gibt. Weil ich bin nicht so auf dem Outdoors drüben. Haben wir auch wieder was sehr sportliches. Und vor allem... Wir können jetzt richtig hart Geld sparen. Na, nicht schon wieder ab. Porsche. Ach komm, da setze ich mich gleich hin. Fenster. Wir haben hier einen Porsche GC3 RS. Wie man sieht mit Unterbodenbeleuchtung. Voll getunt bis aufs letzte Detail. Hat 520 PS. Einen 6 Zylinder Motor. Mit einem 40 Liter Koffer. Und das ist für einen Sportwagen recht viel. Ja, Max liegt da bei knappe 300. In diesem Zustand voll getunt. Start da sind wir bei 330. Ohohohohoho. Für Porsche 300.000. Nein, danke Bruder. So. Yanji. Anji. Ah, man ist dank für 2 Euro mit High. Kuss geht raus. 340. 345. Wie anji. 345. 340. Wer bietet mehr daher? 365. Nee, kann sie haben. Danke. Und halt. Boah, die neue Supra wird auch geiler. Ich weiß nicht. Ich glaub, die kommt nicht. Die kostet nicht so viel. Die kostet im Autohaus glaub ich 200.000 oder so. Die Dame einmal hochkommen. Ich muss immer mal schauen. Also wenn die neue Supra nicht kommt, die wir heute noch Autohaus einkaufen. Ah, schon schick der GT3. Und hol ich mir die noch. Weil die ist geil. Wir haben auch ein sehr beliebtes Auto in letzter Zeit. Nächster Wagen. Ein SUV. Immer noch ein R6. 6x6G-Klasse wär auch geil, gell. So. Jetzt haben wir was aus Italien. Ist doch okay jetzt, man. 480. Nee, nee, den mag ich nicht. Der fährt sich nicht gut. Nee, den ist gut jetzt. Der fährt sich nicht gut. Wie schnell fährt der denn? Doch, der fährt sich nicht. Ich weiß nicht. Bei dem Wagen viele sagen, der fährt sich ultra geil und viele mögen ihn nicht. Das ist Geschmackssache. Ey, den fährt sich so mal so. Das war doch der mit dem Kennzeichen weg, oder? Das ist irgendwie sehr launerisch. Den kann man das Kennzeichen wegmachen, ja? Das ist mein alter Blatt. Ich frag mich, wozu das Wissen ist. Da kann man das Kennzeichen abbondieren. Hat einen 8 Zylinder Motor mit 670 PS Stange. 870 PS sind wir mit vollem Tuning dabei, was dieser Wagen verbaut hat. 20 Liter Kofferraum. Hammer. Das heißt recht klein. Startgebot für dieses Fahrzeug liegt bei 320.000. So wie er hier steht, realistisch sind wir bei knappe 400.000. Zu teuer. Zu teuer. Brauche ich nicht für den Hobel. Warte mal. So. Mhm. Meine Augen haben grad weggeschrieben. Das sind wir zu teuer. Wer gibt mir einen Kredit? Keiner Mann. Wer bietet 312.500. So 250 würde ich nehmen, aber das ist mir keine 300.000. 250.000. Das ist mir keine 300.000. Das sind wir im Konto. Es ist sonst alles weg. Nein, ich trinke noch was. Also was? Was trinken? 307. 305. Ey, ich hab's heute auch rausgemacht. 305. Der Herr da hinten ist aber zuerst aufgestanden. Okay. Nee, weil der erkannt haben. Achso. So. Probieren wir euch ja auch nur essen. Für 305? Wir haben ihn dueln. Für 305 zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Wenn der Leine mit dem Ding fährt, wird er 297. Wenn der zu zweit ist, 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 wird er 297. Ich warte eigentlich die ganze Zeit auf die Japaner. Aber irgendwie kommt nichts. Wer hat denn auch so wie früher? Ich glaube, ob es dann wieder im Casino. Ich glaube, da kommt keine Japaner. Glaub ich auch. Glaub ich auch. Die Preisklasse ist rum. Die Japaner-Klasse. Ja, aber ein R34 kostet doch im Auto aus 400.000 oder nicht? Ja. Stimmt. Ja eben. Auf das warte ich die ganze Zeit. So was. So. McLaren 675. Longtail. Ne. Den haben wir doch schon. Hey, den soll ich mal wieder kaufen. Marc, das ist doch der den Anthony fährt, oder? Ja, der den Anthony fährt, ja. Boah, Alter, gib mir das auf den Sack, dass du gleich scheißt. Oh ja. Warum müssen wir nicht zusammensitzen? 15 Liter Motor, 675 PS, genauso wie die Nummer, hat 20 Liter Kofferraum. Dieser hier ist vollgetrieben, 875 PS, dementsprechend fährt er auch sehr schnell und fährt südlich und wendig. Ah, ich hoffe es kommt so sehr ein japanisches Auto. Irgendwas Geiles, weißt du. Da kommt hier Supersport wegen, Mercedes AMG kommen. Oh, er da unten. Da wird das Cabriolet stecken. Das ist auch ein cooles Feature. Was aber passiert. Und was man bei dem auch noch machen kann, ist, den kann man optisch auch noch sehr, sehr gut aufwerten. Ja, sehr, sehr gut aufwerten. Liberty Walk. Mit, genau, Liberty Walk und mit dementsprechenden auch Vinyls ausstatten. Also den kann man voll modifizieren. Ja, hier ist voll gedupt. Startpreis für dieses Fahrzeug liegt bei 352.000 Dollar. Realistischer Wert bei dem sind circa 430.000 Dollar. Realistischer Wert ist aber ganz schön hoch angesetzt. Ich kann mich nur daran erinnern, so viel habe ich dafür nicht bezahlt. Für den volles Tuning. 352.000. Ich bin mir sehr sicher, dass ich so viel bezahlt habe. Okay, es gibt noch Konkurrenz. Ich habe doch never 400.000 für alles bezahlt, für die Kiste. Ich habe den ja auch gehabt. 352.000 zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Nee, so viel hat er doch nicht gekostet, Leute. Haben wir hier hochkommen, bitte? So viel hat er doch nicht gekostet, oder? Ich habe den Wagen ja voll getunet gekauft, ne? Hast du noch so viel Geld? Ich habe doch keine 400k dafür mit Tuning bezahlt. Zu viel, wenn dein Firmenkonto leer ist. Also ich glaube, die Leute werden hier teilweise abgezogen. Da muss ich später mal gucken. Also habt ihr gehört? 400.000, hat er gesagt. 430.000. Realistischer Wert. Ich werde dann gleich mal gucken, was Tuning bei der Kiste eigentlich kostet. Müssen wir mal zusammenrechnen. Jetzt kommt die Jus. Oh, warte, ich muss die Katze rauslassen. Ach, bitte. Katze. Katze, kannst du bitte rausgehen? Oh, jetzt kommt ein Auto, wo ich mitbieten würde. Ach, nee. Jetzt kommt ein Auto, wo ich mitbieten würde. So, wir haben hier einen V8 Biturbo mit sagenhafter 430 PS Stange. Der hier hat 930 PS, 40 Liter Kofferraum. Sehr, sehr schnell und sehr, sehr wendig. Und eine traumhafte Beschränkung. Ja. Der liegt stattgeboten bei 407.000. Realistischer Wert. Nein, nein. Ja, war süß. So, Katze, komm, geh raus. Ey, wenn das hier so weitergeht, Leute, kaufe ich doch gar kein Auto heute. Das gibt's doch nicht. Der verkauft hier die Autos en masse, die viel zu teuer sind. Ich hab doch keine 430.000 realistischer Wert für meine Kiste vorhin bezahlt. Für den, äh, wisst schon, äh, Dings hier. So, muss ich mich wieder einstellen hier. Wieder komplett drauf einstellen hier. Wartet. Mmh, 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 perfekt. Schon ein guter Preis, ja. Sonst hab ich nichts mitbekommen. Nichts mitbekommen, supi. Was hier? Snickers ist auch dabei. Damit die Ente nicht so viel quackt. Spaß, danke für 5 Euro mit Fies. Freaky Frucht, danke für Sipp werden. Jetzt haben wir noch... Ähm, Freaky Frucht haben wir heute schon Mittagessen. Ja, tatsächlich. Ja, das war ein Euro, Frechdachs. Rumpel, mach mal auch, äh, was? Mach uns nen Flitzer. Hier, hier, den Flitzer durchmachen? Nee, danke. Das wird nur rausgeworfen, kann man nicht mehr mitbieten auf die guten Sachen. Das war... Oh, Alter, das war's. Oh, da können wir mitbieten. Das war's, ne? Hallo? Oh, hallo? Hallo? Jetzt geht's. So, hier haben wir einen 12-zylinder-Motor mit 770 PS Stange, der hier ist vollgetrunken auf 970 PS, 20 Liter Kofferraum. Das ist, wenn du zu schnell das einschaltest. Das wird der Spitze? Realistischer Wert wird bei weit über 700.000 Dollar, der hier beginnt bei 550. Aufzug. Kann ich den, den alten Eintausch, den ich eben gekauft hab? Das war's noch mit dem Eintausch-Präbier. Das ist Diesel, oder? Die Abfrag-Präbier. 540.000 Dollar. 540.000 Dollar. 545.000 Dollar. So, wo? Probier bitte. Ich muss die Eintausch-Präbier auf dieser Auto-Aktion. 545.000 Dollar. Die Auto-Aktion? 540.000 Dollar. Wo sind die? 644.000 Dollar. An dieser Stage, da, ist die Auktion-Aktion. 30.000 Theater. Ach so. Der ist auch so ein Parkplatz, da muss ich sagen. Da auch mal vorbei. Okay. Also, da nehm ich am besten keine Waffen mit. Perfekt. 525.000 Dollar. Was wird's hier reinzukommen? Was soll's schnell laufen? Ja. 520. Ich hab Bock auf Gefängnis gehabt. 515. So kann ich 515. 510. Eine halbe Mille, Alter. Ist gebraucht. 505. Und, tut's schon weh? Gut. Dann werden wir das mal weiter stellen. Dann fahren wir das wieder weg. Ey, nicht noch tiefer? Ey. Es wird ja versteigert hier. Das muss ja versteigert werden. 4 bis zu 4 Jahren kann man da runter gehen. Geht das jetzt weg, das Auto? Ey, die muss doch versteigert werden. Das ist doch abzockt oder so. Für 250 hätt ich ihn genommen. Dann geht mal drunter den Preis. Den 290. Ja? Den 2. Den 2. SVJ Sparmonstern. Für 200 hätt ich ihn genommen. Keine SVJs mehr raus zu bringen. Die mag keiner. Keine SVJs mehr. Wie viele sind's denn? Oh. So, hier haben wir einen M3. G46 GTR. Warte. Ich will das. Scheiße. Ist das meiner gewesen? Ist doch dein Auto verkauft. Warte. Hier bei diesem Fahrzeug haben wir einen 8 Zylinder Motor mit 387 PS. Für Spolt Union 587 PS und 40 Liter Kofferraum. Kofferraum. Ein historisches Fahrzeug. Wer das Spiel Need for Speed Most Wanted kennt, weiß glücklich, was da geht. Keine SVJs gehört er sich doof an. Ich weiß nicht. Extrem schnell und sehr wendig. Wie schnell? Sehr, sehr schickes Auto. Der fährt getunt über 300. Okay. Und sehr wendig in den Kurven dafür steht er. Ich überlege, ob ich den kaufe so. Startpreis bei dem Fahrzeug liegt bei 825.000 Dollar. Alter. Bitte was? Der ist voll getunt, ist der. Der kostet heute auch so viel. Also der liegt, der liegt, ich sag so, realistischer Wert ist bei dem über 1 Million Dollar. Gott. Ja, das Ding ist richtig teuer. Der ist der historische Wert. Nostalgie-Preis. Der bietet 820.000 Dollar. Ich würde 600 bieten, aber... 600. Too low. Der bietet 815.000 Dollar. 800. Nein, nein. Ich trink nur was. Boah. 795. 97. 90. Ja, das ist mir nicht wert. Das ist mir zu teuer. 785. Ich glaube, sie müssen jetzt 10.000 Dollar. Ich weiß, er hat mich fertig genommen. So, wer bietet 750? Der hatte doch einen. Immer noch niemand. Achso. Nummer 725. Dann geht er wieder zurück. Dann geht er wieder zurück. Dann geht er wieder zurück. Nächster Wagen. Für 725.000. Aber ich weiß ja nicht, was noch kommt, ne? Ja, das ist mein Alter gewesen. Du musst auch wissen, das ist kein normaler M3. Das ist ein M3 E46 GTR. Das ist wirklich teures Auto, wenn man das heutzutage auch kaufen möchte. Wenn wir zusammenlegen, können wir den ja auch kaufen. Das ist bis erst kein Standard-BMW M3. Mal schauen, was kostet der Original? Wartet mal. M3 E46 GTR Preis. Was kostet sowas? Der Preis wurde mit 250.000 Euro. Ja, gut. Für 250.000 kriegst du ein Real Life ein. Also schon teuer. Den normalen Maybach hätte ich... Boah, da bin ich dabei, du. Ui, Memo, guck mal. Ui. So. Das ist geil. Ich weiß nicht, Alter. FD gibt's mit dazu. FD gibt's wieder mit dazu. Da steig ich nicht aus, da bin ich mal dabei. So, das ist das Tripper, oder? Der S650 Pullman von Maybach hat einen 12-Zylinder-Motor mit 530 PS, 50 Liter Kofferraum und ist schusssicher bei den Fenstern und die Türen. Genau. Kann sechs Leute mitnehmen. Bei den normalen Maybach, den find ich schöner als den. Hier ist bei 500.000 Dollar. Neupreis liegt bei 660. Ne, 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 da bin ich nicht dabei. Da steig ich aus. Also ich zahl dir 480. Wir sind bei 500 und es stehen noch Leute. Noch. Ich nochmal kurz. Hinsetzen, alle. Die überlegen, glaube ich, noch. Alle hinsetzen. Das ist mir auch nicht wert. Ich warte auf die guten Sachen. Paar Autos müssen ja noch kommen. Was ist Ihr Gebot? So um die 10 Autos kommen, glaube ich, noch. Die guten Sachen kommen immer am Ende. Glaubt mir das, die kommen noch. Wer bietet mehr? 555. Frechdachs, Rumpe, Mach oder? Das haben wir vorgegeben. Eine Flitzer. Julian, YouTuber, Donate. Dank für die Euro. Hinsetzen zum 2. Zum 3. Verkauft. Echt ein geiler Preis. Auf jeden Fall. Wäre der Volltune gewesen, hätte ich mitgeboten. Matthew, ich hab ja da einen schon. Ist der nicht Volltune gewesen? Ist der nicht Volltune gewesen, oder? Ne, ist der Volltune. Boah. Abzocke. Aber was hat der gekostet? 660 kostet neu. Mit Tuning fast eine Million. Also bei Tuning, wäre er Volltune gewesen, wäre ich mitgegangen. Hätte, hätte Fahrradkette. Nächster. Genau da vorne. Bitte GTR, Alter. R34, ich will ein Schnäppchen jetzt machen. Bitte. Nach dem dann. Nach dem sind wir dann schon bei der Hauptattraktion. Jetzt bin ich aber trauisch. Was ist was denn schon? So. Hier haben wir einen Ferrari 812 N Labo. Nobitec modifiziert. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. 800 PS mit vollem Tuning. Dieser hier kommt auf glatte 1000 PS mit 20 Liter Kofferraum. Maximaler Speed, ein bisschen über 300, also weit über 300. Powerhouse und extrem schön zum Fahren. Sehr begehrt in letzter Zeit. Startpreis für dieses Fahrzeug liegt bei 770.000. Ach komm, nein. Realistischer Wert ist weit über eine Million. Ne, das ist mir auch nicht verstanden. Knapp. Ich glaube das Auto was ich mir gekauft hätte am meisten wäre der C 63 gewesen. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich biete dir 480, bau auf die Hand. WRL aver ich die heal. Wie viel kostet das Ding neu? So ich bin da lite ärgert. Das Ding kostet das Ding neu. Wie viel kostet das Ding neu?. So ich bin da drauf... Ich bin da oben rechnen. Also von allen Autos fand ich jetzt den M3 am geilsten. Ich weiß nicht, soll ich mit dem M3 holen, mit dem 46? Aber ich hab für 600.000 hatte ich ja gesagt, 600.000 hatte ich ihn genommen, aber er wollte nicht unter 720.000 verkaufen. 755? Das Ding ist halt, das sieht aus wie ein kacktem Ding geschissen, ich will keiner. Also so toll das Auto auch ist mit dem Fahren und so, aber ich find's optisch, das sieht nicht schön aus. Für mich ist das kein Ferrari, weißt du was ich mein, Ferrari ist für mich breit, groß und eckig, das ist so rund, keine Ahnung, passt nicht. Sündi Kokosnuss, servus, schön streamen, wieder ganz entspannt. Das schiebt aber ganz on, das schiebt die so aus Braun auf dem Kamera, Hörstück, Leica, kuss geht raus. Geht grad schwer, aber ihr könnt jetzt gerne kostenlosen Like da lassen Leute, 9.000 Zuschauer Leute, auf die 9.000 Likes würde ich sagen. Über 9.000 Zuschauer einfach heute dabei. Ich nehm den mit. Elexion Kokosnuss, vielen herzlichen Reizdampf, das ist für dich. 780. 780. Bieten sie mehr daher. Achso, dann nehmen wir den 87. 780, zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft, herzlichen Glückwunsch. Mal ne Frage, die nicht verkauften Autos, kommen die denn nochmal? Kann man noch ne Ding. Ja so ne nach, weissin den Preis, bisschen pushen da unten. Genau. Jetzt werden wir mal, jetzt werden wir mal, jetzt werden wir mal, jetzt werden wir mal den Cybertruck holen. Dann setz ich mich schon mal hin. Dann muss man mal durchfahren, aber dann ein bisschen mit einem anderen Preis. Ich find Schard, das ist kein normaler Maybach. 17.000. Ja gut du, normaler Maybach, wenn man bei uns angestellt hat, kriegst du den geschenkt dann irgendwann. Ich hab gehofft, dass der, der Bugatti dieser komische, ich weiß nicht wie der Name ist. Dem für 1,3 Millionen? Ne, die gibt's nicht mehr. Jetzt, jetzt. Jetzt wird es interessant. Ich hab gehofft, dass wir das hier an oder so. Ich hab gehofft, dass wir das hier an oder so. Hm, hab ich auch gehofft. Dafür, wie viele da sind, sehr sämt. Aber das Auto wird keiner los, das will keiner los. Das ist das letzte Auto, oder? 2,3,3. Ja, das ist das letzte, genau. Warum hatet ihr alle so auf dem Cybertruck, was ist denn damit? Das ist eine schöne fahrende Blechbox. Aber er ist exklusiv. Wie viele fahren da von 2? Aber er ist nicht mehr, er ist nicht so exklusiv, wenn ich ihn mir selber gebe. 3 oder 4,3,3,3,3. Er kommt da. Er kommt da. Boah. Ich bin so gespannt, was jetzt abgeht. Die Tür ist offen. Ich glaub den kauft keiner. Mit den Frauen mit dem Preis? Der ist so hässlich. Ich glaub nein. Das ist wirklich ein Clowns Auto. Ich bin so ein kleines Privathaar. Er hätte schon... Das ist bestimmt vom Casino geklaut. Also den kann man nur im Casino gewinnen. Mit einem goldenen Ticket. Ist sehr sehr selten. Einer von drei, die derzeit herumfahren. Bei dem ist halt die Gewinn Chance 1 zu 5000. Ja. Und einmal drehen, kann man jetzt korrigieren. Glaub ich jetzt 5.000 Dollar. Genau. Also Startgebot für dieses Fahrzeug bei 2 Millionen Dollar. Ja. So viel Geld hab ich leider nicht. Ja. 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 Leute 2 Millionen. Ich hab so viel Geld nicht. Da geht's nicht mal mit dem Filmkonto aus. Kommt du zur nächsten Runde? Das ist mir zu teuer. Das ist mir nicht wert. Der M3 für 600, 700 durch den Holen. Bitte mal auf ne Runde. Bitte mal auf ne Runde. Bitte mal auf ne Runde. Der für die zweite Runde ist arm hoch. Der hinter mir war, der kein Ticket kauft. Geht einfach rein. Sagt, der hat Ticket. Der kommt einfach rein. Ich nicht. Scheiße. Du, es ist schon vorbei. Ich geh mir das Auto auskaufen. Komm, ich scam immer viel. Ist etwas spät, Bruder. Der vor mir. Ne, ich will ihn nicht bieten. Ich wollte einfach nur zu euch. Aber das ist hier anscheinend. Du schiebst ja. Wer wird jetzt festgenommen? Keine Ahnung was. Achso, da brauchst du kein Ticket. Der Herr, sie hatten kein Ticket, richtig? Doch, ich hatte eins. Juckt die nicht. Stimmt, Nummer 38. Genau. Dann passt das. Dann passt das doch. Sein Kollege hat angeblich gesagt, dass... Da kommt so ein Autohausverkäufer... Also ich hätte einen Cybertruck gekauft. Hätte auch eine Mille gekostet. Dann hätte ich ihm Geld lollen. Aber ich habe... Für zwei Mille, ich kann ihn mir nicht leisten. Dann ist das Firmenkonto blank mein Konto und selbst dann könnte ich mir nicht leisten. Aber den M3... E46 GTR hätte ich gar nicht. Schaut, dass ich den hier abholen kann auf die Schnelle. Weil der war relativ günstig, wenn er fullzünd ist. Du hättest mich da wahrscheinlich an die Spitze getriegt. Weil er kostet uns eine Mille. Und das ist schon... Gut. Die Preise sind neu. Kommen jetzt die anderen Autos nochmal? Das wäre so nice. Wir haben jetzt noch... Wir haben jetzt noch einen SVJ. Achso. Haben wir noch. Der eine wurde gerade hinten verkauft. Das heißt, wir haben noch einen. Achso. Wenn hier keiner bietet, kann man sie ja ganz normal wieder verkaufen. Okay. Jetzt kommt jetzt nochmal alles. Und der SVJ. Das heißt, wir verkaufen sie ganz normal hinten oben wieder weiter. Achso. Das ging aber schnell. Da haben sie sich aber jetzt auch noch feinen Rubel rausgemacht. Ist der volltuned? Der SVJ. Der als jetzt kommt der nächste ist auch volltuned. In einer wunderschönen Farbe. Ich hab kein Geld mehr. Oh oh. Uno, du weißt, wenn der Lila ist, ne? Und bin ich gezwungen ihn zu kaufen. Welches Auto kommt jetzt? SVJ. SVJ. Das ist der Sound auf der Spende. Ja. Wir haben aber zwei. Ja, okay. Aber einer ist weg, ne? Einer ist weg. Das heißt, der zweite. Rasilein. Wenn der Preis stimmt, dann nehme ich den SVJ. Du hast zwei Lambos gekauft. Ja, dann verkaufe ich den anderen wieder. Den anderen teuer verkaufen. Wie viel hast du bezahlt? 2,70. 2,70 für echt. Ja, gut. Geh nach hinten, ne. Ich denk nur, weißt du, die halten die Autos hier. Weil ich dachte, wir machen eine zweite Runde und dann verkaufen die schon hinten. Wozu krieg ich 7.000 Dollar für meinen Zicke raus? Als der hat sich die Lippen auch spritzen lassen. Ja, das sind die Botox-Lippen. Das dauert aber ganz schön lang, du. Kann sein, dass er sich verfahren hat. Dann muss er erst repariert werden wieder. Boah, ist das der kaputt? Der macht grad ne Rundfahrt. Wir checken nochmal, ob er wirklich funktioniert. Ja, sonst bringt den anderen Wagen rein. Ich hab grad kurz kontrolliert, ob Kulbeck hier sitzt. Aha, lustig, ne, ja. Der wurde auch grad wieder festgenommen. Der wurde festgenommen, ja. Der wurde festgenommen, ja. Ich gewann das erste, was ich höre Kulbeck aus dem Polizeiauto schreien. Hilf mir! Aber ich hab nur nix gemacht, ich hab nur n Auto gekauft. Der Kulbeck schreit nur vom Fahrersitz, hilft mir. Geht's nicht für n Döner aus? MRC, C, 2, 1, 6 für 3 Euro. Ja, komm her. Magen kommt. Magen kommt. Mach heute noch n Juve oder Bank wieder für n Server. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Mal schauen, was hier heute da gibt. Ich komm hier nicht raus. Der ist zu leise, ich höre nicht. Da kommt er. Ist das die E-Variante? Ja, das blau nicht, lila Bruno. So, wir haben noch ein zweites Exemplar von dem Fahrzeug. Also, wieder die technischen Daten dazu. Kurz haben wir einen 12 Zylinder Motor mit 770 PS. Der hier hat volles Tuning mit 970, 20 Liter Kofferraum. Startgebot, so wie vorher, liegt bei 550.000 Dollar. Ich dachte, wir machen jetzt bessere Gebote. Dachte ich auch gerade. Bei 550 hat ihn auch keiner genommen. 400 geb ich dir. Bruder, ich hab 12k am Start. 400.000 für das Auto. 50 Euro und einmal Essen, bitte. 2,50 Euro. 2,50 Euro. Ich mach 4,50 Euro. Ich mach 4,50 Euro. 5,45 Euro. 5,45 Euro. 5,45 Euro. 5,45 Euro. 5,35 Euro. Okay, 5,30 Euro. Das kauft doch keiner. Viel zu teuer der Wagen. 5,25 Euro. Allein mit dem Türsound würde ich mir nicht kaufen genau. Türsound ekelhaft. Genau das würde ich mir nicht kaufen. 5,15 Euro. Wir gehen mal 10er Schritten runter. Sagen sie doch einfach ihre Schmerzgrenze. Ja. Ja. Zuletzt das Angebot. 500 Euro. Ich biete 450 Euro. Stopp, stopp. Was kostet der neu nochmal? Der kostet 550 Euro. Für den Tuning sind wir bei 750 Euro. Ich nehm den. 450 Euro ist doch ein guter Preis. Nicht für einen Fall getrunken. Ich möchte kaufen. Stopp. Hallo, er will ihn kaufen. Stopp. Für 500 nehm ich den. Niki, servus. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Niki. Ich hoffe dir auch. Danke für 20 Euro mit Fies. Ich will den GTR kaufen. M3 GTR. Angel, welcher Wagen jetzt? Kommen die anderen Fahrzeuge nochmal? Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. E46. Ja gut. Da bin ich raus. E46 einmal. Den M3 und das war's dann eh. Da bin ich dabei, Leute. Den holen wir uns. Cool, aber nicht für den Preis. Den holen wir uns. Leute, den holen wir uns. Ich will den haben. Den hat die Kredi auch. Der fährt sich relativ gut. Wir schauen, was wir uns den holen. Geld ist dabei. Genau. Wir machen einen Vertrag. Ich hätte für 700.000, würde ich ihn direkt mitnehmen. 700.000 Bauchkralle, ich würde ihn mitnehmen. Da muss man drüberstehen. Da muss man drüberstehen. Da muss man drüberstehen. Da muss man drüberstehen. Ja. Dreh den Murat lang für 90 Cent. Ja. 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 Was? Ist das Auto aus eigentlich wieder geöffnet, dass man da vorbeikommen kann? Wenn es dann Dampf ablassen. Der Autoschmaus hat nicht geöffnet, nein. Was ist los? Um das Auto billiger zu kaufen wie hier? Die machen nachher nochmal auf. Ja genau. Ja. Wohlbemerkt. Wohlbemerkt. Könnt ihr bitte... Ja, der hat voll getunet. Okay. Das ist das zweite echte Plan. Die Dentas hat nur eine Unterbodenbeleuchtung vorbei. Volles Tuning. Ja, mags jetzt nochmal hier einstimmen, ne? Einen 8 Zylinder Motor mit 587 PS und 40 Liter Kofferraum. 59 K. 400. 400. Also das Fahrzeug liegt bei über 1.000.000 Dollar. 450. Dieser hier ist für 825. 650 und ein Döner. Aber vorhin war der bei 700. Was war der vorhin? Was ist der Preis jetzt? Bei 825 ist das aktuelle Geburt. Ich zahl 480. Bitte was? Aber der war vorhin bei 740 war der unten. Nein. Doch. Ja doch, der war vorhin bei 740. Ja, war aber wirklich. Ja. Wollen sie 800 vor mir, wenn der schon bei 47 war? Sie müssen ja auch da einsteigen, wo der vorher war der Preis. Richtig, da steige ich auch rein bei 825. Ah ne, dann setze ich mich da wieder hin. Ich kann ihnen die 47 anbieten, wenn sie wollen. 47 biete ich. Das ist zu wenig. Der war doch vorhin bei 47. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ne, der war wirklich bei 740. Ja. Ich glaube er war bei 740. Ich glaube er war bei 740. Sonst würde ich mich ja nicht hier wundern. 740 gebe ich auf Kralle und gut ist. Wir machen Kaufvertrag und gut ist. Der Wagen ist vom Hof. Natürlich für 740, komm. Der in Lago wurde für 780 verkauft. Das ist ein alter M3, der ist gebraucht. Du musst auch bedenken, der Wagen ist gebraucht. Der ist nicht neu. Wenn ich den neu kaufe, zahle ich natürlich mehr. Ich glaube aber auch, wir waren bei 750. Dann machen wir 745, komm. Machen wir 745 und gut ist. 750 auch ein guter Preis. Ne, wir machen 745, komm. Ich bin der letzte der hier steht, komm 745. 750. 725, komm. 745. Komm. Ich kann das auch. Das ist ein guter Preis. Dann machen wir 745. Gut, dann machen wir das. Gut. Abzocke. Er war bei 725, ja. Scheiße, komm. Das ist das Geld. Jetzt noch mal die anderen Autos mit dem günstigeren Preis. Sie sollen nach oben. Herr Rumpel, einmal bitte hochkommen auf die Bühne. Ja, ja. Klar. Wie viel waren es nochmal? Ich glaube es waren sogar 725, aber ja. Aber hier 47. Ich weiß doch. Ja, bitte. Dann bräuchte ich einmal ihre Ticketnummer. Ja, die 71 müsste es gewesen sein. Die 71 perfekt. Und dann bitte die 745.000 an die 232 überweisen. Ja, die müsste ich jetzt schnell abholen, gell? Oh, ich sag gerne. Jetzt hab ich zu Hause gelagert. Ach so. Ja. Ich sag gerne, sie werden sehr viel Spaß haben mit dem. Sehr viel. Dann würde ich sie bitten, dann das Geld zu holen und dann. Ja, ich komm schnell holen, ja? Ja. Ich geb ihm das dann gleich rüber. Also bin gleich wieder hier. Leute, der Wagen, der ist fulltuned. Mit Tuning kostet der über eine Mille, Leute. Das heißt, wir haben den jetzt gekauft für 7, 5, ich weiß, es hört sich viel an. Aber Freddy hat den Wagen gehabt. Und mit Abstand, ja, mit Abstand ist der Wagen hier ein Schnäppchen jetzt gewesen. Weil der kostet wirklich über eine Mille, wenn man den tunet. Und der hat volles Tuning drauf. Oh, ich bin ja, ich hab ja da drüben geparkt. Der hat ja volles Tuning drauf, Leute. Voll getunt, ja? Und der kostet dann über eine Mille mit dem vollen Tuning. Das ist jetzt no joke, Leute. Je nachdem. Ich glaub, es gibt ja noch Events oder so. Ey, das Ding ist teuer. Was? Und ich glaub, das ist von allen Autos das beste Schnäppchen von allen. Also preis-leistungstechnisch. Ist das das beste, was du bekommen hast. Das ist aber, ich hätte vorhin schon fast zugeschlagen. Dachte aber, vielleicht drück ich den Preis noch. Aber Andel versteht nicht so ganz, wie man Sachen verkauft hat mir vor. Komplett lost, weißt du? Der war vorhin bei 47 oder so. Und, äh, er fängt wieder an bei 840.000. Ich bin so, hä, Bruder, warum? Der war doch vorhin unten nicht verkauft. Drückt doch nicht so. Aber passt schon. Jetzt haben wir den, äh, bekommen den Wagen. Jetzt... Ist das fies. Die haben da eine Blitze aufgestellt. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Hab ich ne... Ich hab aber keine Rechnung bekommen. Ich hab nur nicht geblitzt, aber ich hab keine... Ich hab keine Rechnung. Alter, jetzt kommt die Rechnung. Hab ein bisschen spät an, ne? Äh, warum hab ich grad... Ich hab grad drei Rechnungen auf einmal bekommen. Ja, moin. Was los? Oh, das war grad ein Bug oder so. Keine Ahnung. So. Da holen wir mal die Sachen. Die da einfach einen Blitzer aufgestellt haben. Die genau wussten, da fahren die Leute vorbei. Ist ja richtig assi, ey. Ist ja richtig assi, gut. Ey, so wird das Geld geholt. Außer Firmenkasse. Außer Firmenkasse. Das war geblinder. Ich mach das sonst nie, als dass der Firmenkasse was rausnimmt. Aber ich krieg noch ein bisschen was vom letzten Bankraum. Und ich zahl das zurück in die Firmenkasse. Das heißt, die ganzen nächsten Sachen werden alles in die Firmenkasse reingezahlt. Was dann nicht mehr gehören wird. Ja. Da kann man ganz schön viel sparen, aber... Ich gönn mir ja sonst nichts, ne? Der Chef darf raus, so wieviel er will. Andel hat dich getrollt. Tja. Hätte ich mir fast nicht gedacht, dass der Andel mich trollt. Hätte ich fast nicht gedacht. So. Passt, dann holen wir mal die Sachen raus. Also. Zack, 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 zack. Das sind 700... Was waren das jetzt? Also bei der Übergabe würde ich sagen. Ja, 725.000. Genau. So. Verfilmenkonto abheben. 300.000 haben wir ja noch, ne? 400.000... Dann tun wir... 400.000... 400.000... Wie viel hatten wir jetzt? Auf der Bank... 461... Ja, das geht sich aus. Jetzt noch mal auf die Bank legen und zwar... Fahr mal hier lang zur Tankstelle. Ich bin Barberseite, hier ist Auflauf. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich hole noch hier Geld. Ich habe ein Auto gekauft für über 700.000 Dollar. Der Reiche. Ja, ich habe die Firmenkasse gerade geplündert. Tut mir leid, Jungs. Was? Ja, müsst ihr jetzt das Essen aus dem Kühlschrank holen. Da gibt es jetzt Tiefkühlpizza nur noch. Das ist so ein Ding, Fred. Das ist so ein Ding, ja. Aber wie gesagt, die... 400.000 Dollar habe ich mir gerade rausgenommen. Die werde ich aber zurückzahlen. Keine Sorge. Und wieder zurück in die Firmenkasse. Ja, alles gut. Ja, dein Geld für deine Firmenkasse. Ich mache heute einen auf Freddy. Das für eine Scheiße. Das ist gar kein Bankomato. Ich bin gleich beim Parkplatz. Ich... 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 Ich bin gerade wie gesagt nur Geld und bin gleich beim Parkplatz drüben. Wo bist denn du, Dario? Äh, wir sind jetzt... Wir sind jetzt hier hinten. Bei... Diesem Felgen-Shop. Mitleid Mut. Ja, ja, ja. Wurdert mich, dass sich keiner drüber aufregt, dass ich wieder ein Tatserkennzeichen habe. Also... Einmal... War das das freilich? Ja, das war das hier. Dann waren wir auch mit 80 hoch. Keinen Bock mehr, geblitzt zu werden. So... Lucassi, da haben 5 Euro. Kurs geht raus. Schreibt da auch nichts dazu. Lucassi, danke fürs Popcorn. Schreibt dir nochmal mal Popcorn an. Das Ding, das trifft dir die ganze Zeit durch, wenn du so fährst. Ne, ganz schlimm. Ich kann damit nicht anders fahren, Leute. Tut mir leid. Es geht nicht besser. Äh, ich bin beim falschen Theater. Ja, es gibt zwei. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein komplett Idiot. Du hast das liegen lassen. Hast du das liegen lassen? Das Geld? Ich habe das eingezahlt, das Geld. Überweis das per Bank. Leute, ich habe es mit Absicht auf die Bank eingezahlt, dass mich keiner überfallen kann. Ich habe keinen Bock, dass ich überfallen werde. Also nichts falsch. Aber ja, ich bin, äh, falsch gefahren. Ich weiß, das habe ich mitbekommen. Aber das Geld habe ich mit Absicht eingezahlt, ich will es nämlich überweisen. Ich möchte das nicht auf der Kralle dort haben. Alter, ich gehe doch nicht mit, äh, 700.000 Bar rum, wo eine Menschenmenge versammelt ist, Alter. Da muss nur einer mich überfallen und dann ist alles weg. Alter, 700.000 Dollar in den Taschen. Bruder muss los. Dann muss man das ganze Geld wegnehmen. Da ist jetzt irgendwo der Blitzer. Wo steht denn der denn? Hier, guck! Hier steht der Blitzer, guck! Da steht er. Stück Scheiße. So. Jo, geil. Ich muss ihn ja auch irgendwo parken, den Wagen. Ey, ey, ey. Halt! 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 Komm vor! Du musst da hinten die Garage runterfahren. Ja, drückt jemand. Merkmal. Woh! Ey, wenn ich hier Leute überfahren, das ist mir egal gerade, ne? Ja. Äh, wo kann man dir das Auto abholen, wenn man es gekauft hat? Jawohl, kannst du mit Täter versuchen. Da vorne müssen wir sehen. Ah, da vorne. Ah, da vorne. Ja, da vorne. Lauf da mal hin. Wie sehe ich raus? Ja. Ich kann auch nicht driften, aber... Ist okay. Ah, was ich nehmen soll. Ui. Okidoki! Ah! Hört man aufgerufen, ok. Mehr ist er da gar nicht. Mehr ist er da gar nicht. Genau, mehr ist er da gar nicht nach. Ja, boah. Es dauert ja ewig hier. Jetzt ist ja schon wieder beglernen. Geil. Leute, ich fahre den aber komplett anders herrichten. Ich freu mich grad voll aufs Auto. Boah, ist der geil. Ui. Alter, gebt euch mal die Schüssel. Pinke rücklicht da. Ja, ich hab da auch schon... Scheffe? Geil. Ne, aber meins war sich sicher, es könnte noch was... Äh, was, was? Bist du dabei beim Drift Event? Wo ist ein Drift Event? Da unten in die Garage. So, Herr Rumpel. Muss ich mal gucken, wo? Äh, hier, äh, dem Platz. Matthew, Matthew. Ja, 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 hallo. Ok. Ja, gut. Äh, da waren wir bei 745.000, das müssen wir das einmal überweisen an die 232. 232, ja. Genau. Können Sie mir mal den Kontostand sagen von der 323? Oder 232? Oh. Oh, perfekt. Ich glaube, das wird viel Geld. Ja. Ist es wieder ein Unfall gebaut? 742.000. Wir machen eins dazu. Echt, ja. Was, Bruder? Bitteschön. Na ja, Autoscooter muss sein. Gibt es jetzt noch ein Mono? Also vorne dann einfach ihr Ticket vorzeigen, dann bekommt ihr ihr Auto ausgehandigt. Boah, wir müssen jetzt den da anstellen. Boah, das tut ganz schön weh. Damit man die Autos parken kann, weißt du? Stellen sich die alle hier an, um ein Auto abzuholen, oder? Hey, wir stehen nicht mehr hier. Hallo, Vince. Beiseite. Hier sollen nur die stehen, die Autos gekauft haben. Hallo. Hallo. Haben Sie ein Auto gekauft? Ich ja. Also, okay. So viele ist mir gleich aufgefallen. Habe ich mir auch nicht gedacht, dass es so viele waren. Also manche Preise waren ganz schön abgezockt. Da war meiner noch okay. Da waren noch zu Geld, Franche. Ja. Ich sag's mal so. Der Freddy hat den gekauft, den E46 M3. Der hat gesagt, mit Tuning hat er über eine Mille ausgegeben. Und ich zahle dafür 745. Das ist ein guter Preis. Auf jeden Fall. Ja, guter Schatten in der Mille. Über eine Mille. Ja. 450 irgendwas. 450. Ich weiß doch nicht, wieviel die Autos ich gekauft habe. Das sind normalerweise gekostet, aber ich glaube, ich habe auch einen guten Preis. Hast du gekauft? Den Porsche, diesen Turbo. Da hab ich gar nicht noch was gekostet. Der ist McLaren Longtail. Okay. Keine Ahnung, was das kostet. Das weiß ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Konto stand hier auf dem Konto. Ja. 16.000 auf dem Konto. Muss los. Bei mir schaut's auch nicht viel aus. Ich glaube, 31.000. Das Schöne ist, den Wagen kann man wieder verkaufen, wenn man da Bock drauf hat. Weil es ein... Der fährt auch wirklich gut und schnell. Ich hab's mir auch gedacht. Ich bin ja mal Probe gefahren. Der fährt sich echt gut. Der Cybertruck ist für zwei Millionen verkauft geworden. Hab ich das richtig gehört? Ja. Ja. Ich hab gesagt, bei einer Million wäre ich eingestiegen. Aber... Okay. Wer immer wieder gehört hat, dass man hier 13 Millionen oder so zahlen würden. Oder viel mehr. Ich war mit jemandem im Casino und leider haben 30.000 genommen und er hat mit 30.000 den Cybertruck geholt. Im Casino. Im Casino müsste man das Auto austauschen gegen irgendein neues, was keiner hat. Genau, ja. Dann gehen die Preise vom Cybertruck aber auch wieder nach oben. Vielleicht sogar eins, das was schöner ausschaut als ein Cybertruck. Naja. Was gibt's denn geiles, was so einzelstückmäßig noch wär? Das ist ne gute Frage. Trotzdem warst du die 1.5 so schnell. Boah, ich hab mal ein bisschen da. So ein Oldtimer wär natürlich auch geil. Prototyp Autos. Das wär nur sowas wie so ein Mercedes One oder sowas. Oder sowas ganz Neues. Was? Ja, das sind aber auch wieder... Sie sehen auch wieder so aus wie der Cybertruck. Ist da leid, von R7 oder so. Oder so ein Ferrari 250 GTO. Was hast du denn für ein Auto bekommen? Ja, das ist so. Das stimmt. Ne. Es gibt eine Art, die super selten gekauft wird. Das ist im Autohaus. Das ist ein Ultimer. Ne, ne. Ich muss raus. Ne, irgendein Porsche war das glaube ich. Ist egal die Reihe. Wenn dein Auto rauskommt, bekommst du es. Also welche Reihe es ist, ist egal. Echt jetzt? Scheiße, ich hab gar nicht zugehört. Vielleicht war ich schon dran. Ne, ich glaube das ist so. Keine Ahnung. Ich sag so. Ich hör hier hinten nix. Siehst du, der Ruppe hört nicht mehr aus. Du siehst dein Auto, danach kannst du es abholen. Achso. Okay. Boah, ich hab dich drauf geachtet. Jetzt muss ich mich hier anstellen zum Ausparken. Ei, ei, ei. Was? Nicht zum Parken, zum Abholen. Ne, hier ist erstmal Abholen. Hinten gibt es noch das Jungs Klo irgendwo. Das sieht sie auch ganz lange an. Das Jungs Klo. Echt? Ne, der eine ist halt super selten. Aber wo sind alle, ja, ja. Das sind halt die Pissoirs extra ein bisschen niedriger da. Da muss mein Wagen auch mal wegstehen. Mir fällt etwas auf, wenn der Wagen so übermäßig teuer ist und ich möchte ja umlackieren, kostet das ja eine Lawine, alter. Echt? Das hab ich voll vergessen. Ja. Oh, ich bin ja blank gezogen. Ich will ihn umlackieren. Einfach die Folie runterreißen. Boah, aber ich schwöre dir, wenn der Wagen jetzt nicht fulltuned ist, ich geh das nachgucken, ne, dann fahr ich zurück und sag ich will das erstattet haben. Hm. Mh. Mh. Aber wehe das nicht fulltuned. Das ist... Hat richtig abgezockt da rein. Hm. Da hab ich überlegt den Bank. Der war relativ günstig, ne? Ja. 100.000 oder so. Ja, genau. Da hab ich kurz überlegt, ob ich den kaufen soll. Hallo, hallo. Gern, 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 gern. Da ist auspacken. Sekunde, 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 Leute. Okay. Sag mal Dario, wer bist denn du? Ja, ich steh hier in der Reihe um mein Auto abzuholen. Weiß ich, hör dich ganz, ganz schlecht. Was hast du gesagt? Na dann. Unten drinnen? Unten drinnen. Achso, kommst du nicht hoch? Ich hol jetzt mein Auto raus. Ich hab ein Auto gekauft. Achso, die müssen immer übertreiben. Achso, die sind beim Renten noch. Dann kommst du noch mit Dings noch. Die sind noch drin. Die sind da noch vorbei. Ne, du komm mal, komm mal hoch. Ich pack gleich mein neues Auto raus. Ich hab ein M3 gekauft. Bei der Einfahrt, wo die alle stehen. Da ist dann hinten so ein Parkplatz, da werden grad die Autos ausgeparkt. Okay, ich komme. Ach, die kommt jetzt mal wieder, ey. Die sind noch nicht drin. Spiele. Oh, Casino und Audi e-tron. Stimmt sowas in der Art, ne? Aber er hat ehrlich gesagt, das ist halt wieder so spacey wie der Cybertruck. Mag glaube ich nicht jeder. Ja. Weil Leute, wir fahren jetzt ein Auto, was sehr selten ist. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Schwyzer, schwyz. Ich bin nur oben beim Dingsbums, beim Prommissionar. Hey, wir haben Dingsbums. Ja, gut. Und die? Äh. Tut mir leid. Ja. Keine Ahnung. Was soll immer du grad angestellt hast? Wir reden nicht drüber. Wir reden nicht drüber. Bitte was? Was geht denn jetzt ab, ey? Ja, du denkst alles gut, alles gut. Nix passiert. Ich hab ja... Ja, dann komm doch. Wir sind alle da. Was? Jedenfalls, die Ente hat mir ein Auto verkauft. Für einen guten Preis, muss ich schon sagen. Wollt sie ja essen trinken? Äh, ein Teelsitter hätte ich gern. Teelsitter. Hast du Brot? Ich hätt für sie auch 10 KKs. Haben sie Alkohol? Was? 10 KKs. Der GTR war die übelste Abzauke. Der hat über 200.000 Dollar dafür bezahlt. Derjenige den hat. Ja. Und den kriegst du günstiger, wenn du den neu kaufst und tunst. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Er ist ja nicht geschenkt worden. Er war voll abgezockt worden, der Typ. Ja, wenn man so viel bietet dann. Ja. Wirklich. Preise über Preise haben. Weiß ich, dass da schon wieder gestänkert wird. War sie eh schon. Natürlich wird hier gestänkert. Ja, sicher. Der Autos zu kaufen übrigens, da würde ich gerne Beschwerde einreichen. Sicher schon, dass da wieder gestänkert wird. Ja, war sie schon. Ja. Also, wenn ich Fettkohle hätte, hätte ich mehr Broten für das Teil. Puh. Okay. Die Autos zu kaufen, die waren so salty, ne? Die waren so salty, weil ich da zu euch rein wollte ohne Ticket. Echt? Du musst dir nur ein bisschen Brot geben, dann geht das. Ich weiss nicht, er hat mich direkt angeschissen. Einfach ein bisschen Brot geben. Ja, das hast du jetzt immer bei Autos. Ich hab sie doch gerade gesagt. Es gibt keine Tickets mehr. Ja, aber beim... Ja, ciao. Dario, was ist denn jetzt noch vorbeikommen? Wir sind vorne bei Fahrplatz, weil ich gerade ausfahre. Nein. Sicher, sie waren noch gar nicht, Dario. So ein Casino, mein neuen Geiler-Stufe-Folge seit zwei Jahren. Kuss geht raus an sich und... Ja, das ist sicher. Ich glaube, Gaming Daniel, nächstes Dank für das Flipkart. Ein wildes Reis auch wieder dabei. Dank für 1,50. Alles zum Lichten. Okay, ey, ey. Dankeschön. Hey, Rolf, du hast dein Geschäft auch erledigt? Äh. Äh, junger Mann. Schau mal. Die junger Mann, kann dir da irgendwie helfen? Ich hab keine Schokolade. Geh weg von mir. Ah, keine. Okay. Der ist aber schnell gewachsen. Die wachsen schneller ran. Die gehen gar nicht. Unglaublich. Dank ausgeraubt. Dank ausgeraubt. Na, dann deine Kinderwagen. Boah, Alter, wie lange brauchen die da, bis die da mal fertig sind? Ich will mal Auto haben. Ich will mal ein bisschen schneller. Ist ja kein Support hier. Was läuft denn da jetzt eigentlich gerade für Show? Was hast du dir eigentlich gekauft? Was ist, Daniel? Was läuft denn da jetzt eigentlich gerade ab? Wo denn? Unten ist doch Drift Event, oder nicht? Oh, okay. Ja, warum kommt die alles raus wieder? Irgendwie. Schau mal mal die Ente an. Was sind die Ente? Was ist denn da hinten? Da quackt's. Quack, quack, quack. Auf jeden Fall. So lieb. Ach diese Haare. Wir werden es nicht verstehen. Das auf jeden Fall. Wir haben eh schon geübt. Ja, stell sie einfach in die Mitte und ich komm mich hoch. Genau. Entschuldigung. Ähm. Da wird's warm. Wir watscheln. So lieb. Schau wie er wegfährt. Was ist Andel? Nee, da hinten ist er. Ich muss ein Foto machen von Andel, der quackelt. Ja, komm und da. Schau. Schau. Ich sag jetzt mal über. Ich sag jetzt mal über 200. Sorry, Kollege. Ich bin ein bisschen am Rucki-Sing. Oh. Nee, ich mag ihn noch nicht ganz genau, wie ich sagte. Oh, hei du klar. Schau, Kollege, okay. Wir haben's verstanden. Ja, komm und da. Ich brauche ein besseres Bild. Das geht so nicht. Ja, das Bild ist Zucker. Aber ich brauche ein viel besseres Bild, als wir mal hier vor. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's gesagt, ich bin ein Loch. Stimmt. Du hast mich mit dem Motorrad. Ich zähl jetzt aber schnell. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-foto machen. Ja, genau. Ja. Beim-bam-bam-bam-nächsten Mal bis dann... Woche-woche-ma-Rate. Oh, Modelfoto. Ich mach gleich Jiu-Jitsu mit dir. Machen wir gleich dort Jiu-Jitsu, die Quanten und Maladien. Genau, ne? Ich mach seit 35 Jahren kaum Schwarz in Akku im Teil. Die Girls. Ah, okay. So, fuhren wir bei der Formel 1, ne? Ja, ja. Die Mechaniker mit dem geschwandten Hand. Wo man rauf gewechselt in unter einer Sekunde, ne? Ich mein, das sind heute Amateure. Da ist eine Bahn drüber. So können sie ja gut auslassen. Mit die Girls. Geh in den Wald, dann spiel mal Einhaber, ne? Das Foto ist gleich mal so schlecht geworden, guck mal. Eija. Ist ein gutes Foto geworden hier. Ja. Ist ein gutes Foto geworden. Ich wollte eigentlich ein blödes Foto machen. Ist doch zu gut geworden. Mit die Girls. Man will ja nicht pushen, ne? Aber das Foto ist gut geworden. Ich sollte Fotograf werden. Ich sollte das echt durchziehen. Da war auch selber Konkurrenz. Der Herr Brot. Der Herr Brot. Der Herr Brot? Es gibt einen Herr Brot? Aha. Aha. Gleich mal anrufen. Gleich mal anrufen und fragen was da los ist. Läuft es eigentlich bei euch? Jo, eh gut. Ich meine, schwanger ist aber sonst. Ah ja. Schon wieder? Natürlich. Was? Ja, ja. Schon wieder ein großer Braten im Ofen. Natürlich. Immer. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder. Aber schon von dir, oder? Natürlich nicht. Was? Keine Ahnung. Es war Spaß. Nein. Alles gut. Es ist kein Baby da. Nein. Es ist auch nichts geplant. Einen zweiten Marvin brauchen wir auch nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist zu viel Aufwand. Einer ist viel. Einer reicht. Einer ist zu viel. Ja. Ja, ja. Dort unten drin, da ist so ein bisschen so eine Tiefgehäuse. An fremden Autos lehnen. Ist das schön. Am besten mit so einem Reißverschluss noch hinten. Dann verkratzt die schön die Haut. Dummy. Am besten mit einem Reißverschluss hinten. Ja. Am besten Jacken, wo überall links und rechts so Dinger rausstehen. Ja, genau. Mädelsjacken. Ja, die sind wunderschön. Doch die Ledersitze schön noch hinten aufkratzen. Ja. Schön, schön beim Tür aufmachen mit den Nägeln. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, schön. Schön die Kranzer machen in den Griff. Und dann mit dem Gürtel schnäpfend aussteigen, dass der schön auf dem Lack ballert. Und hier zu machen, das wäre das Panzer. Genau, ja. Ich bin auch Zwölfer. Ich krieg da noch ein bisschen Geld von ihm für das Foto. Das ist nicht kostenfrei. Was hast du da geholt, du? Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Die rechte Runde. Ja. Die rechte musst du abkaufen. Geholt. Instagram. Wunderschönes Foto gepostet. Komm her, Alter. Mach mal Hetzerei vor dem Film. Da haben sie mich wieder super erwischt, hm? Ja, wer ist denn ein schönes Foto geworden? Einfach so. Ja, das sieht man. Also da, da bin ich uns soweit offen, da sieht man meine Zukunft. Also super. Ja, das ist toll. Wunderschön. Da war der Empfang schon gerade in Tilsitter. Perfekt für auf den Grill, frisch rauf und Kass. Genau. Wie lange wartet man da, bis man sein Auto bekommt? Fünf Jahre oder? Ja, wer hat es erfunden? Österreich, oder? Okay, dann komm bei einem Platz, du Hund. Ich habe heute so gehofft, dass eine Supra verkauft wird oder ein R34. Nix gekommen davon. Nein, ich hab solcher Zeit dafür. Leider. Oder, schau mal sowas. Hätte ich mitgeboten. Ja, der viel. Verkaufte, ihr verkauft doch auch Gebrauchte, die nicht im Auto aus sind, oder? Nein. Achso. Die Aktion waren nur von uns. Monito. Achso. Wir haben mal die Fahrzeuge zusammenkauft, die wir gekriegt haben. Kann man eigentlich was beim Dürfen gewinnen. Achso. Okay. Und das Auto von mir, wer ist da der Vorbesitzer? War das nicht ich? Muss deiner gewesen sein, ne? Ja, das war eben einer. Weil, weil der Freddy hatte auch so einen, der Gorbaczowski. Weiß ich, ob er den, hat er den noch vor, oder hat er den verkauft? Nee, den hat er verkauft, als er den... Ah, den Ferrari, ja. Den Ding. Das war der Tag, wo er geburtzt hat. Ah, stimmt. Er hat verkauft. Wo sie ihm das Taxi gebracht haben. Wie viel hat denn damals verkauft, den Wagen? Weiß das noch wer? Na, ihr hübschen Menschen? 700, irgendwas. Dann hab ich dir ein gutes Angebot heute bekommen. Wer den für 700 wegbekommt, ist das okay. In Schnaps. Ah, Beruhigungsschnaps haben. Haha. Ah, super, danke. Wollte ich kein Auto nehmen? Ah, warte mal, oder... Das kam mit allem was drin. Der Ding war voll, ey. Nee, aber dann hab ich ein gutes, ich hab wirklich ein gutes Angebot bekommen. Für 7... Weißt du, keiner wollte den M3 haben. Hab ich gesagt, komm ich leg dir hin, 745. Ja, 745? Nee, 745 wollte ich. Ganz ehrlich, ich hab mir überlegt, dass du kommst. Aber komm, der war schon auf 745 unten, oder? Oder auf 725, irgendwas war der schon. Ich hab mich selber nur noch. Okay, jetzt weiß er eigentlich nichts mehr. Okay, super. Das war's von dem. Mhm. Ich werd gleich ein Foto machen. Ja, das Leben muss man auch mal geniessen, na. Man, irgendwo ist halt auch was, na. Ich mein, irgendwo. Ich mein, ich weiß halt auch nicht. Oh. Immer geil. Kann man machen. Kann man machen. Ich mein, aber im Whisky liegt die Wahrheit, sagt man immer. Pfff. Und in den Schweizer Bergen liegt die Luft, hab man gesagt. Nein, in den Schweizer Bergen ist das Frischofengrill. Ja, nicht, dass man nicht süß ist, ne? Perfekt. Tilsiter. 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 Ricola. Wer hätt's erfunden? Ricola. Wer hätt's erfunden? Hä? Die Schweiz. Alter, warum gibt mir der ein Bier jetzt? Ich geb dir Bier oder mehr? Ein Bier vor vier. Kein Bier vor vier. Bei mir ist immer vier. Für die UX reingestellt ist es eigentlich nur noch vier, ne? Unten ist ein Drift event wirklich. Ja, dann nachher haben wir noch... Weißt du, was mein alter Bürgermeister gesagt hat in Wien? Ja, der BMW fährt gut, glaub ich, zum Driften, ne? Ja, das glaub ich... Boah, aber der BMW wär auch geil, ne? In der Wochenorbeit... Äh... Jetzt, no joke, die Lackierung sieht geil aus auf dem Wagen. Steh vor, du fährst denn so. Äh? Der wird schon flexen. Der wird schon flexen. Also immer kuscheln. Differenzial zuschmeißen. Ja, aber jetzt so Just for the Flex wär ja schon geil da waren. Das ist echt. Hab ich einfach das Bedürfnis... So der Bulle von Dölz mäßig, weißt du? Das ist so ein Auto für die Steffi, immer. Das ist so ein Auto für die Steffi, immer. Also Nila für die Steffi, das wär doch was. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ist das Event so gelaufen, wie sie das letzte Mal gespielt haben? Ja. War tatsächlich ein Erfolg. Boah, die roten Sitze, aber machen sowas. Ich hätte gern mitgemacht, aber nicht so kompliziert. Ach, schade. Schade. Jetzt willst du hier noch einmal kommen. Den Fong. Und ich hab' dich auch mal mitbieten. Ich hoffe, dass der der richtige ist. Herr Konda. Ach, sauter. Ray Julian, danke für 90 Cent. Panta Gaming ist auch dabei. Liebe Grüße an dich und die Ente. Danke schön. Grüß geht raus an Panta Gaming. Dank schon Panta Brook dachte ich schon dabei. Das ist historischer Wert unbezahlter. Bei 8000 Likes sind alle wieder zur Ente, oder? Weiß ich, wenn wir mal schauen. Vielleicht. Also Leute, kurz für 8000 Likes. Hau mal aus hier. Vielleicht sind alle auch zur Ente. Ihr wisst es nicht. Oder die Tuschhau-Spinne kommt. Maybe, 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 alles ok. Und vergesst nicht, lasst komplett kostenlos ein Abo da. Rolltür einer Million Abonnenten. Bald sind sie da. Das hört mich wohl. Ich war da hinten frei pinkeln By the way, richtig asozial Wenn ich weggefahren bin, ist dann ein Blitz unten gestanden Richtig asozial Die wissen wieder, wo sie das Geld herholen Genau, die wissen nämlich ganz genau, dass hier gerade das los ist Und dann zack, ich blitzer durch Das kann sein, der dürfte sich die Sau, oder? Welches Geld schrechner hat der, war der Mercedes? Ich habe ich kein Geld Du hast kein Geld für auf den Grill? Hast du kein Geld? Ich habe gar nichts Ich habe kein Geld für gar nichts in Schweizer Ich habe nur meine Ricola Aber Schweizer haben immer ein bisschen Geld dabei Wir sind kleine Franke, Franke, Franke Wir haben auch schon einen Wein verdienen Ach, gar kein Wein verdienen, er schweizt doch nicht Ich höre schon einen Schokoladen Super Misty Ich fliege in die Schweiz und verkaufe in der Tilsita für gute Preise Scharen, Lint Komma Lint Komma Lint Was ist Lint? Lint Schokolade Lint Schokolade Warte mal, kommt Lint aus der Schweiz oder nicht aus Deutschland? Nee, nee Lint Schokolade kommt das aus Deutschland oder nicht? Ja Der hetzt mich nicht ein Aber Toblerone kommt kein... Toblerone weiß ich Du kannst keinem zählen Toblerone ist einfach laber Sie ist auch aus der Schweiz Ja, so wusstest du nicht gut Äh, ja Haut sich gerade voll weg Ande, hast du kurz mal? Wisst ihr was direkt hässliches? Milka, glaube ich Das ist so richtig hässlich, wenn du davor auch so Lint isst oder... Das ist eine richtig ranzig Oh, ich mag garf der Richtig ranzig? Ja, das ist richtig Das ist richtig ranzig Wieder was? Können sie gerne eine Plasche Champagner? Nein Ich hasse Champagner Wenn ich Champagner sehe, könnte ich kotzen Kommen wir es wieder, wenn sie Teelsite haben Teelsite? Genau, kommen wir es wieder Oder wenn sie einen Käsefondue aufsetzen, dann bin ich auch dabei En Gruyère 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 Also für's Raugleit komme ich schon für's Und wie ist das mit dem Glühwein? Ne, danke, ich bin kein Fan von Glühwein Alles Alkoholische heute nicht bezüglich Ja, also bei der Hitze denke ich mir auch Komm, schenk mir ein Grächer Wein Bist du deppert kann man da lange warten auf sein scheiß Auto Hätte ich das gewusst, hätte ich keins gekauft Was haben sie denn gesteigert? Was haben sie denn gesteigert? Welches Auto? M3 GT-R E46 für 745.000 Dollar Oh, eins kann ich sagen, der macht den Schnitt Ausflug zum Junge Im Schnitt Ich hätt' 950 Kalos Wie meinen sie im Schnitt? Hä? 825? Was meinen sie denn mit dem Schnitt? Neupreis Ich hab' jetzt Ja, 850 Ja, aber doch nicht mit Der ist doch voll getunt oder nicht? Ja, ja Tuning ist für 10 Also ich weiß nur, Freddy hat mir gesagt, er hat über eine Mille dafür bezahlt mit Tuning Ja, richtig Und der Wert Jo Also insgesamt So, wir haben den komplette Städtchen erlang Dann wollen sie hier das nächste Ticket mir bitte zeigen Ja, ich Darf ich jetzt? Ja? Ja Der Coolberg Nee, darfst du nicht Und Frauen schick dir vor, du wirst vor Andy136 einfach mal zeigen Das kann sich nur noch im Stunden handeln, bis wir fertig sind Ja Oder Tage Warum dauert das ja nicht so lange? Ist da irgendwie, muss man da noch irgendwie seine Niere verkaufen oder was? Es geht bei ihnen unter Ja, ja, richtiges Eck Ja, wir entfernen eigentlich nur die Netzhäute und verkaufen die dann im Internet Möller hat mir bei meiner letzten Operation meinen Augen weggenommen Für was denn? Wer braucht ein Netzhäute? Für was? Ja, fürs Internet halt Möller ist ja schon weg, der ist einfach so ausgereist mit meinem Hoden, der Hund Warum hat der meinen Hoden weggenommen? Was? Wer hat sein Hoden weggenommen? Was? Möller, 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 ja, ich hatte mal ne Rippen-OP, auf einmal hat der meinen Hoden rausgenommen Ach, er hat's nicht gehört Du hast Penderbrook, frohe Weihnachten, Nachträglich, Dankeschön dir auch Dennis Schönig, Dankeschön, meine Freundin hat dich empfohlen, also habe ich mal reingeschaut Und ich muss sagen, ich mag deine RP, kust dich raus an Dennis Schönig Dankeschön Und, äh, liebe geht raus an deine Freundin, die mir empfohlen hat Und? Schaut mal, empfehlt mich sehr gerne weiter Road to 1 Mio. Leute Kann ich euch nur im Ernstens empfehlen, mich weiter zu empfehlen, weil dann knacken wir das mal zusammen Was ist es? Rage Julian Hast du das vorgelesen? Das ist nicht mal gelogen Nein, das ist nicht mal gelogen Bin ich heute schon wieder komplett verwirrt Ich bin schon etwas übermüdet, ihr wisst Bescheid Und ich habe zwei Red Bull Intus gerade on stream, aber ich habe nichts mehr zu trinken da Das ist ein bisschen blöd jetzt Ich möchte jetzt nicht aufstehen, mir was zu trinken Ja schau, ich kauf mir halt nicht alles Dann trinke ich halt viel was Das ist auch nicht Das Problem bei dir ist, du kaufst dir ein Auto Tunest es voll und verkaufst es eine Woche später wieder Jawolle, ich esse mal wieder Ach, ja Oli, wiedersehen Was? Wenn du gleich driftest, kann ich das Taxi-Passagier mit driften? Natürlich, natürlich, natürlich Kannst du ja auch mal probieren Oli, wie lange habe ich die S-Klasse? Alter Ach, das ist doch meiner, das ist doch meiner, oder? Die habe ich jetzt auch fast 2-3 Monate Pss, du deppartigst du So, nehmen wir einen Spaß, das ist gut Nein, aber Du hast schon teilweise recht Ich verstehe nicht, warum das nicht nackiert worden ist Sag ich doch Ja eh Boah ey, das ist eigentlich unglaublich Ach, du musst das auch noch anmelden wahrscheinlich Jan übernimmst du ja Im Freizeitpark aufstehen bei besten Zeiten Ja Ja Ich suche Jake Ich habe nicht gecheckt, dass so viele Leute Autos gekauft haben Ich weiß nicht, wo wer gerade braucht Das ist halt so Also Aiden macht ja drüben gerade die Übergabe Ich weiß nicht, wo Jacob hin ist Ganz schlimm Gut, also Läuft die Gib mir ein Momentchen Ja, weißt du Ich bin auch der Letzte, der sie angestellt hat Ich Weil ich das Geld geholt habe Ich mach Blanking Ich bin die Netzmechaniker, aber kann ich jetzt auch vergessen Ey Jungs, 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 Jungs Ich bin ein bisschen für Stimmung hier, ne? Ja, da hackest du ab irgendwas, oder? Ja, komm Was ist du was? Ich kann mich jetzt auch schrecken und sie viel klatschen Ich bin nicht komplett unterwegs Und äh Und äh Ja, komm her du Nudelag, Alter Was ist mit dir? Alter, geh mal braken Schicht ist Pflicht, Alter Baum, Alter Fix, Alter Komm fährst mit der U6 Komm fährst mit der U6 Und dann auch du Hund Dann will scheiß dich auch, ey Mit der U6 Ja, Alter, ich verurr gern mit der U6 Schicht, Schicht, Tanz, Alter Fix Ähm Ja, du musst ein bisschen ja gleich hier durch Ja, super Wow Ach, egal Das passt Ich hab zwei Alter, geh mal schranzen, komm Geh mal schranzen Okay, gut Äh Ja, sag mal doch So, jetzt Alter, ich braken Schau, wie brak am Floor, Alter Am Dancefloor Bracki, wo rein, Alter Alter Jetzt klebt die noch mal einen Foki Und dann geh mal einen Zoli, Alter Wo ist der Foki, Alter? Ja, Alter, ich lass mal einen Foki noch wachsen Und geh mal rein, krochen da erst Ja, krochen wir rein in die Schicht ist Pflicht, Alter Geh mal Gas, Alter Bum zu Alter, ich bin der richtige krocherschranzer, Alter Ich schrank so gern Domi kennt's noch die Daga Wo sind wir hier glauben? Was sind wir hier glauben � das ist ein markt in österreich oder barme hosen schau wie es eng ist die option mit kleine leg ins wetten sound brauche ich gar nicht wurscht ich hab einen sound vom handy meine moves die san mörder barmigeo wie ein gestörter schrauben sie da oben schrauben sie bei der tante wer kennt das noch die kochenhymne glätten fokke noch im cloud glätten fokke noch im langen bahn oder fix oder er krocher kocht mit fiers und händen alle patienten fast ident ah dieses lied ich werde sie mal vergessen ich werde es niemals vergessen ja da sind zwei schwere vergessen haben wir in der schweiz nicht so coole lieben die vermuten weil österreich besser ist als die schweiz was du musst dir vorstellen österreich ist die billigere schweiz was nein weil die schweiz sau teuer ist und keiner weiß warum ist die schweiz so scheiße teuer stelle einfach nicht diese eigene frage dann ist schon zu weh wieviel freien gehört zu österreich dommi wissen sie ich war eigentlich auf österreich urlaub da hab ich das lied gelernt ach so ja ne ich war noch ich war damals in österreich öfters mal auf urlaub in ein paar diskotheken die es heutzutage nicht mehr gibt ja das sind so schöne sachen wie heißt das lied krocher hymne vermummten krocher krocher waren damals bei uns in österreich äh das war ein ich sag mal ein trend wo man ins solarium gegangen ist einen fokuhiller getragen hat ähm elektronische musik gehört hat und dazu komisch getanzt hat das war krocher bei uns also wo ich so in der schule war so mit 13 da waren ganz viele krocher überall vor allem in wien ja und müssen wir eingeben krocher hymne von den vermummten es ist zwar eine parodie auf die krocher aber es ist trotzdem geil ich muss eh mal schauen wo das ist ich wäre echt dafür gesperrt wenn ich das hier abspielt lass mal schauen dass ich jetzt gesperrt werde hier äh die vermummten ich glaub dem das sicher schon auf auf äh Ding hier mal schauen aber ich glaub das ist nicht normal haben die das nie monetarisieren lassen wobei steht universal music austria nicht dass er da nen strike eingeballert kriegt aber aber das ist diese musik hier hier so na jedenfalls ein krocher hymne die vermummten eingeben da findet ihr das lied geiles lied kann ich nur empfehlen das hat er auch nicht damals immer gepumpt man bei der barmei hosen schau wie es eng ist ich mein die meisten deutschen wenn kein wort verstehen aber ich hab damals schon gesagt McDonalds ist gut ich hab die werbung gesagt und das ist so ich friss nur beim macky vor allem die vermummten habe ich damals sehr gerne gehört aber die haben sich leider ziemlich zerstritten und aufgelöst das sind äh österreichische rapper habe ich damals sehr gerne gehört aber die haben sich halt komplett aufgespalten irgendwann und dann äh ich mein die machen auch Musik aber halt nicht mehr zusammen dann dürfen sie schon mal super zugelegen ich ja ich merks so genau dann sitzt die nächste ja bitte darf ich einmal ihr ticket bitte sehen ja warten sie er muss die 69 so hopp haben wir sie bekommen warte brüche einmal an die 136 136 wenn ich das so im falschen gibt bitteschön ja wohl alles klar ist bei ihnen der m3 gtr genau ja alles klar das heißt sobald der bravo super bravo sind es die dann mit ok der Domelein kriegt alles rein der Porsche steht auf der Domelein kriegt alles rein der Sowie assortiert der Sowie assortiert also echt als echt der Schweiz verstehe alles echt da verstehst du alles da sind sehr viele ich sag mal Wiener Slangworte dabei die man nicht direkt versteht vor allem du musst eigentlich Wiener sein dass du weißt äh um was die reden wegen der Schicht die Pflicht also Nachtschicht das war dieses äh die Diskothek dort gibt es heute gar nicht mehr was ich weiß oder dieses Barmeuler das Barmeuler das gibt es so in Wien oder halt Österreich gab es das Barmeuler immer das ist der Kommissarex warmeuler Fieks oder ja geh mal ja geh mal joh geh mal das ist Pflicht oder geh mal Soli sag einfach mal Danke ne ja ich hab zwar schon Nasta heute Nasta nicht Kommissar sondern Officer Rex ne ist eh wursch die vermuten sind back aber vermuten 2.0 ja ich kann ich kann mich nur an das erinnern wo der ANSA dieses Ansagen Video gemacht hat BZW in DISTRACK gegen äh die anderen damals weil die sich irgendwie komplett zerstritten haben also ich hab ich hab danach nicht mehr viel davon gehört von denen muss ich nochmal schauen ich hab die damals das auf und ab gehört eigentlich also das Kind etwa 13, 14, 15 so immer gehört ich glaub das ist der von dem von Capone oder keine Ahnung ein Grafikmod soll ich empfehlen Natural Vision und äh sonst Visual V mit eigenen Settings das ist auch gut Boah da gibt's ja auch dieses äh dieses dieses ich muss das Bäm Bäm Brakeul warte wie ist das nochmal die Krocherhymne da gibt's noch ne zweite äh Krocherhymne du musst jetzt mal schauen mit so nem Roboter ah da ist sie ah Millenium war das genau warte hier die gab's auch aber das ist ganz anders warte hier Kema Kema ja gut das ist ein Preview das gibt's bis heute nicht das ganze Lied gibt jetzt das ist auch aber das ist nicht von dem von dem anderen ja ja das ist nicht von dem von dem anderen prak oida Millenium das war der Millenium äh Intro song glaub ich ach ja Österreich hat's schon drauf irgendwie mit dem mit solchen Liedern das war ne geile Zeit das war echt ne geile Zeit das war echt ne geile Zeit das ist der Sound oh endlich also der braucht noch drüben einen ich dachte schon ach gut ach Mensch endlich sag mal wie viele stellen sie noch an den ihren Autos rüber zum Kollegen gehen ah kann ich schon ja sie dürfen rüber zum Kollegen hallo hallo äh oh geil schau dir das Ding mal an so mhm überschreib ich ihnen den einmal äh für sie zur Information das Fahrzeug ist angemeldet das heißt sie müssen nicht extra zur Zulassungsstelle fahren perfekt wenn sie kein Kennzeichen haben kann ich ihnen gerne für 500 Dollar noch eins geben ne ich hab eins dabei also 20 30 cm doch hast du 20 30 cm geht doch ne schreib ich hier noch eben schnell dann geb ich ihm das einmal rüber ja wohl geht auch noch Q7 ist doch hoch genug ha 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 jetzt müssen wir mal drüber schauen können können sie sobald der Herr da drüben fertig ist auch recht äh falls er wer Juwelen hat sind grad bald 5.8 oder soo perfekt dann viel Spass gell jawohl schönen Tag noch Ciao Ciao Dankeschön Ciao ja das ist meiner das ist meiner endlich haben wir nicht aufgefallen endlich endlich ist er da so zeigt die hier jetzt ja komm steig ein jetzt geh mal jetzt kurz ich hier aus dem Fenster weg mit der Dreckslackierung alter so soll man da runter fahren oder ja ja die werden nur noch das ist ja geil alter glaub ich jetzt hat er auch dass ich draußen reinlegst guten Tag ich müsste hier einmal bitten um ihn auszustellen wir würden gleich mal eine Personenkontrolle und Kofferraumkontrolle durchführen ja ich hab wenn da jetzt was drin ist ich mich lachwarte mal gucken schnell den hab ich grad geholt der ist extrem Gott sei Dank alter stell dir mal vor ich weiß nicht ich hab den gerade gekauft auf einmal ist da hinten eine komplette Panzerforst oder so drin dann wäre ich dafür haftbar gewesen ich bräuchte gerade einmal einen Ausweis solange werde ich sie gerade einmal durchsuchen von ihnen bräuchte ich auch mal den Ausweis also einen Ausscheiß warten sie mal äh brauchen sie meinen Führerscheiß oder meinen Ausscheiß äh Ausweis Ausweis okay Entschuldigung Entschuldigung das ist wunderbar aus ja war es ja rum bedankt ich hab nix dabei gut passt alles sauber seh dir danke schön viel Spaß danke verstecktes Koks du hast du hast du hast du das Koks rausgeschmissen da vorne ich hoffe ja ja Gott sei Dank Gott sei Dank haben wir das Koks noch rausgeworfen bevor wir durchgefahren sind das ist geil ey aber ohne Scheiß der Preis war nice ich hab nicht gedacht dass sie ihn so günstig noch bekommen bei Andel also der Preis ist heiß keine Ahnung das ist schon geil dafür musste ich einfach ein bisschen auf die Filmkasse greifen ja ich weiß nicht gar nicht anders wobei ist jetzt das Tuning Event oder später weil sonst würd ich den jetzt nochmal umtunen gehen das glaub ich jetzt oder pack mal ab wir müssen jetzt müsst ihr den Heiratsantrag hier vor mir machen ja wollen sie auch ne danke ne warte wo fahren wir jetzt hin oder sollen wir das jetzt oder wie machen wir das am besten ich weiß nicht nachher ist unten Dings auf Drift oder oder machen die jetzt zuerst hier oben ja ich weiß nicht ich frag mal nach oh scheiße das war's ja Scusi ja immerhin ist das Drift Event jetzt oder später ähm ich denke mal auch das das jetzt ist ja das ist aber unten alles klar ich sag mal so wie gesagt ich bin jetzt gewohnt dass ich die Karte zu Schrott fahre Och alle passen sie doch es reichen aber das war Oli das war Oli das war Oli also die Bremsen gehen die Bremsen sind super ja oh Gott oi 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 ja wir fahren in England ja hab ich mir auch gut gedacht Parkhaus erinnert mich stark an etwas Oli lauf Oli lauf schau also nehm ich grad echt hart ans Parkhaus hier ja ne ja ja genau ja also wirklich hart oi 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 genau so Alter gibt dir das hier ja genau so Alter nur noch die Bordsteine fehlen am Rand ja genau das wär noch besser ja das ist doch niemand ja das ist doch niemand wo ist hier wer dann kannst du noch mal üben na gut dann gucken ob das ohne Tuning schon geht ja doch der ist fulltuned ja der ist doch schon fulltuned achso der Update macht ins Software Update oder ich bin einmal Probe gefahren bei Freddy bei Freddy Freddy Faulich bei was kennst du doch nicht Freddy Faulich ne von 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 wie heißt er nochmal diese Kinderserie da dieser pinkhaarigen muss ich grad überlegen was gehts da Lazy Town achso ja jetzt ja Freddy Faulich ist das nicht dieser Böse oder ist das ja genau der Böse das ist da Freddy 1 zu 1 ja komm hier unten soll jetzt ein Event stattfinden das ist ja übelst öde hier unten ich weiss nicht anscheinend oder der hat doch gerade gesagt das ist sicher Enten schwimmen da unten oder sowas ich hatt's mal zur Tuning Garage ob ich da was ändern kann oder was das kostet können doch hier oder nicht ne das ist Mooch ist das hier da unten ist Mooch man riecht das Moochelig ja Moochelig ist das hier unten ja ich schau mal was was Tuning kostet wegen Lackierung und so meine Synapsen tschüss mein Gott ey rein raus und ich will den mal ausfahren weißt du das tut richtig im Finger tut schon so weißt du zieht schon sagst ja das zieht schon hart im Finger schau da vorne ist der Blitzersatz wenn ich hier vorbeifahre hinterm Bus versteckt pass auf hier ja ja genau da hat mich hier geblitzt vorhin das Stück ah der ist weg den haben sie abgebaut das so ok gut super die wissen einfach wo sie das Geld holen so eine Fläche du stellst das denn sonst vor das wird ja nur gestänkert Alter ja brauchen wir wieder Geld anscheinend anscheinend ja ja noch ein bisschen Gas hier boah alter der zieht alter der zieht ne weißt du ich wollte nämlich gucken nicht dass der mich abzockt und der nicht fulltuned ist weißt du der soll schon unser Geld wert sein weil wenn der jetzt nicht fulltuned ist dann werde ich mich beschweren an das Auto aber deswegen wenn ich noch eine Anzeige machen wegen Betrugs dann kriege ich mein Geld wieder weißt du ja der ist sowieso da muss aufpacken ja der war letztens schon ein Kind Xions fliegender Controller haut 100 Euro aus ah da kommt die Räderung noch hoch ah Shane auf B&B sehen wir uns fliegen der Controller Kuss geht raus 100 Euro da lassen wir mal nen Herzregen da für Xions fliegende Controller 100 Euro einfach so der ist für dich vielen Dank 100 Euro 100 Euro da raus da muss aufpassen Xions fliegt der Controller hab grad nix verstanden Auto so laut was hast du gesagt? ich hab gesagt da muss aufpassen der verkauft an Kinder Autos als wir letztens da waren wo der Prof wegen dem noch glaube ich hab ich so mitgekriegt ey so ein Scheiss du grad nirgends wo Platz ey Verbrecher ein bisschen mehr ran vielleicht ach warte ich hab ne Idee wir hab ne B so muss doch gehen oder? was ist das Schmutz hier so schnell so muckelig hier hier riecht's schon wieder nach Much hier riecht und stinkt es nach Much guten Tag der Herr ich kenn's ja von irgendwo her Hallo ok ich wurde nicht abgezockt das ist wirklich fulltuned dann schauen wir mal was was die Umlackierung kostet ich glaube nämlich das wird mich aus den Socken gleich hauen ah ne 1800 ist ok ja ok ich dachte schon das kostet eine Mille oder so hat gefühlt ja ich hab den gleichen Wagen wie sie ich hab bezahlt eins, zwei insgesamt wissen wir was ich bezahlt hab heute für die Kiste ich war dabei ich hab's nie gehört ich hab's so gebröckelt wissen wir was mir grad auffällt sie haben auch gleich Kennzeichen so a2 aber ich glaub das hat das hauenlos gemacht ne ja ja genau ich hab auch so gut kennzeichen ich hab ein Kennzeichen dabei willst du eins ne ich hab ja auch eins dabei ach super ja super du ich überleg nur welche Farbe soll man machen ich hab mein ich hab mein weiß so silber weiß gemacht ach weiß also so silber silber mit weiß Effekt hab ich mal gemacht boah weiß war auch heftig bruder guck dir das an dann kommt das alles zu Geltung so auch schwarz ist schon geil schwarz ist halt badass einfach ja das stimmt schon schwarz ist fast an dem Auto ne boah so ultraviolett und an den Sound gewöhnt sie sich also wie gesagt ne ich mag den Sound ich find den super echt? ist doch Rasenmäher ok ist für mich kein Rasenmäher für mich ist das äh Geschichte ja ich hab ich hab ein E46 M3 zu Hause stehen aber halt nicht den äh hier den GTA hab ich nicht boah silber ganz klassisch was sagst du? ja sieht auch geil aus ich find silber am ne das ohne scheiß schwarz metallik ist das jetzt sieht aber geil aus das sieht richtig gut aus das passt auch bissle besser zum Spoiler glaub ich wenn der bissle heller ist ne den Spoiler baue ich ab ich mach da hinten was anders drauf ja das find ich geil ja da kommt ein anderer drauf fahren sie mit dem Fahrzeug hoch zum äh treffen äh vielleicht maybe ja da bring ich meinen auch mit ah ok ich muss mal gucken was man hier noch alles machen kann warte was kann ich hier machen ah andere Sitze einbauen ja gut schau mal da hast du keinen Sitz wie süß ja oh ja sehr entspannt hier zu sitzen mhm ihr seid da oben oder sollst mhm noch oben soll ich denn meine Karre noch da hinstellen gar kein Platz mehr was sollst du machen ich meine Karre da hinstellen soll ich hier gar kein Platz mehr hab ich gesagt weißt du was ich an diesen Carbonhaugen und so blöd finde was denn das macht die Form kaputt von der Farbe her ja reicht doch ach so ja stimmt ja gib ich dir recht das stimmt was hast du so ein kleiner Spoiler irgendwie hat der auch was ich weiß nicht warum aber das hat was oder der hier das ist halt so der Originale den es damals gab auf dem M3 oder halt so weißt du entweder gar kein oder so eine kleine Lippe ja wenn das ja schon äh kleine Lippe dann versuche ich ja auch das Originale treu nachzumachen ne was ich meine für die kleine Lippe aber ich meine der ist auch nicht schlecht so weißt du das Schwert hinten drauf so ein bisschen aber ich glaube das ist das ist am geilsten cool ja kleine Lippe äh ja gut kostet ein bisschen viel musst du Geld abheben gehen wie viel 5000 ich habe 2000 dabei ich habe nicht so viel Geld gerade 3000 aber ne ich auch schon ich bin zwar auch broke aber ja also ich bin richtig hart broke gerade mal gucken wo hier der nächste Banku ist hier vorne oder ist da nicht irgendwo einer der ist auf dem Laden ja ja da drinnen im Shop im Shop ah hier links hol ich mir da ein genau andere Felgen waren vielleicht nicht schlecht ich habe einfach noch 16.000 Dollar Leute das ist so traurig ich habe noch insgesamt 18.000 Dollar dann bist du aber reicher als ich echt wie viel hast du denn 10 oder so was ja alter das war mit dem wir haben jetzt fast reingefahren ne der Herr der Herr ich kenne sie ja von irgendwoher der Herr hallo ich kenne sie ja von irgendwoher hä also halt Manuel Redcar guten Abend was geht es heute noch an alter bist du deppert 199 Euro 99 super chit der spinnt der Manuel spinnt komplett alter Bruder das ist saumäßig viel ich hoffe du weißt das gut Manuel Redcar schon öfters donated hier 199 Euro aber alter komm da haue ich jetzt mal raus hör dich komm Leute einmal ein Hype hier rein mit äh mit Tanzanlage jetzt aber wirklich Leute lasst den Hype da Manuel Redcar der ist für dich 1 2 3 los Manuel Redcar 199 Euro was heute noch alles angeht ich weiß es nicht bist du deppert verpflegender Hundi na das äh Manuel wirklich vielen 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 herzlichen Reizdamen 199 Euro Bruder das ist saumäßig viel Geld ohne Lippe halt ich glaube ohne Lippe wäre es nicht so geil ich weiß ja nicht warum du das machst aber äh Bruder das ist zu viel das ist zu viel ne also ne äh Manuel Redcar sowieso der haut immer wieder so viel raus das ist unglaublich ich hoffe nur du verschuldest dich nicht wegen mir alter ohne Scheiß das ist wirklich zu viel schon wieder das ist einfach zu viel Bruder ja Kuss geht raus Manuel Kuss geht wirklich raus das ist sogar slow war schwarz das ist auch geil boah jetzt habe ich gerade übelste richtig kleine Limousine da kann man wirklich nur fettes fettes Danke sagen das ist nicht selbstverständlich an dieser Stelle ganz wichtig ich habe kein Geld mehr dort ich bin so blank gezogen das Tauchteil fällt sich schon aber wenn es ein kleines ist alter ne Manuel wirklich heftig ohja ich lasse die so äh das Ding wollte ich gucken dann äh treffen wir uns oben oder was jojo ich glaube ja ja andere Felgen hast du gesagt oh jetzt das ist immer Qual der Wahl ja mal kostet 7.500 ich habe nicht mehr so viel Geld ja ok ich bin komplett blank schon fast aber ich schau mal wie viel hast du noch dabei falls es sich ausgeht sonst kannst du nicht mehr wir haben noch 10.000 Dollar Bruder 10k hast du die jetzt dabei oder wie ne bin ich jetzt dabei ja ja wenn du gute Felgen findest aber guck mal wie dreckig die Felgen sind was verkaufen die wieder ne schmutz halt musst du erstmal waschen gehen wer waraschen Tom läupelt 1.90 mit quack quack Andels Autoschmaus Andels Entenschmaus wir hauen ihm die Prübel raus Dürfen nicht zu viele Speichen sein glaube ich auf dem Auto und auch nicht zu wenig irgendwie ne da muss perfekt warte mal was mit denen ne ich hätte gerne wenn ich die so richtig deep reingehen weißt du mhm also Tiefbett einfach des Todes ja Tiefbett genau ja sowas in der Art aber irgendwie was was auch noch dazu passt das ist auch nicht alles warum sind die Felgen so schmutzig ich weiss auch nicht die können Stigo von der Müllhalle zusammen gesammelt ich weiss auch nicht müllhallen.otto.de ich schwöre was sind wir denn noch Luxus varianten ach guck mal sowas guck etwas too much das wäre echt etwas too much das ist für mich ein bisschen zu viel ja etwas too much heute hau doch du Gott die Felgen auf was ist mit denen die waren geil aber die sind halt zum modern gell ja schon ein bisschen enorm naja ich hab mal das wäre saumäßig geil aber leider geht das mit dem Bremspacken nicht aus aber die wären perfekt gewesen die wären geil gewesen schade die wären wirklich geil gewesen ach du scheiße WTF 10 9 8 Ach du scheiße 6 5 4 3 2 1 0 Ach du scheiße grad live Franziska Nachtra haut 500 Euro raus Aus dem Superchat Aus dem Superchat Alter, ey, jetzt reicht's aber Jetzt geh ich aber Bist du denn was 500 Euro Von Franziska Nachtrapp Ach du Scheiße Franziska, du hast das schon einmal gemacht Ja, nicht nur einmal Franziska hat schon öfter Sowas hier gemacht Weißt du, zuerst kommt hier eine 190 Euro Donation, kommt hier eine 500 Euro Donation reingeschaltet im Superchat Guten Abend Herr Rumpe Von Franziska Nachtrapp 500 Euro Einfach so Weißt du, so ganz classic Guten Abend Herr Rumpe 500 Euro Superchat Und da weiß ich, dass das real ist Und ich weiß nicht, warum Franziska hat mir schon einmal gesagt Sie macht das gerne und sie kann sich das leisten Aber trotzdem 500 Euro Das ist so mäßig viel Ich würd niemals auf die Idee kommen Stream mal 500 Euro raus Schade Aber die Franziska kommt drauf Sorry, ich geh mal wieder ins Bild, Alter Ich muss mich grad ein bisschen beruhigen Also Leute, das ist natürlich auch nicht alltäglich hier Dass hier einfach 500 Euro donated werden Da muss ich los und groß Das ist heftig Nee, also Das ist wirklich heftig Vor allem dabei Franziska weiß ich Der hat das schon öfters gemacht Das ist wirklich Saumissig viel Ich weiß, die Leute wollen mich hier supporten Und so Aber wenn ich weiß, dass eine Person Das wirklich öfters macht Die hat 500 Euro Und öfters so viel da Das ist einfach zu viel Die macht das ja öfters Franziska, wirklich Vielen, vielen Vielen, vielen Vielen, 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 vielen Herzlichen Dank Ich weiß gar nicht Wie soll ich das in Worte ausdrücken Das sind 500 Euro 500 Euro Wie soll ich das ausdrücken Ja komm, wir machen mal einen Herzring dafür Kein Money Ray Wir brauchen jetzt einen Herzring dafür an Franziska Komm Den hauen wir raus Franziska Vielen Dank Bitte übertreib sich Es ist zu viel Du hast das schon so oft gemacht hier Dass du so viel reingespendet hast Troste Vielen, vielen, vielen Dank Was heißt hier trotzdem, Alter Vielen Dank für deinen Support Ohne Scheiß Das ist im Superchat Das kann jetzt hier jeder sehen im Chat, weißt du Da sieht hier jetzt gerade jeder im Superchat 500 Euro einfach stehen Da kommen wieder die Leute und fragen Wann waren die 500 Euro Donation Wenn man das im Superchat hier oben sieht Aber schau mal Franziska darf sich jetzt hier heute Den Ehrenplatz hier gönnen Hier oben, guck mal Hier oben im Superchat Die 500 Euro, die bleiben heute bis Streamende Siehst du, das ist Das ist halt cool beim Superchat Da bleibt das mies Da sieht man, wer hat das gemacht gerade Na, Herzen geht raus Ey, das ist wirklich zu viel Aber, äh Alter Franziska wirklich Kuss geht raus Ich weiß nicht, was ich sagen soll Nee, das ist Das sind so Momente Was, was willst du denn sagen Es ist, es ist unglaublich Das glaubt mir ja keiner Wenn ich, wenn ich, ähm Wenn ich einem Steuerberater sag Du, da Extreme Da gibt es Leute, die hauen 500 Euro raus Der guckt mich blöd an Das ist halt Das ist halt Unvorstellbar Nee, wirklich Unvorstellbar Aber, wie gesagt Es gibt Leute, die machen Die, die machen das aus Vom Herzen aus, wisst ihr Weil die sehen, okay Man ist Streamer Und man lebt ja eigentlich davon Ist ja so Ich, ich lebe davon Das ist ja das, was Das ist mein Beruf hier Was ich mache Und dann gibt es halt Leute, die sagen Gut, sie können sich das leisten Ja und mal raus Aber das ist halt wirklich Ich meine 500 Euro Das ist, finde ich, wirklich viel Ich sag schon, es ist viel Wenn eine 100 Euro 50 Euro Doni ist Und 20 Euro Donis Finde ich viel Das, das höchste, was ich By the way Ein Streamer, glaube ich Gespendet habe Waren 100 Euro Das habe ich Einmalig mal so gemacht Weil, äh Der sich ein Greenscreen Leisten wollte Und dann habe ich den mal 100 Euro tonaliert, wisst ihr Weil da wusste ich Okay, da wollte ich Ein Greenscreen holen Dann habe ich mal ein 100 Euro 500 Euro Nee, das ist echt viel Vor allem bei Franziska Ich weiß, dass Franziska ist Äh Bin ich Gönnerin Hoch 100, glaube ich Aber, weiß nicht Ich denke mir so Das ist halt Da musst du so einen krassen Ich weiß nicht Das ist einfach so krasser Respekt vor solchen Leuten Dass die das machen Einfach Ich, ich, ich will einfach Immer nur in so einem Gewissen sein, dass die Leute sich das leisten können Dass sie, dass sie damit Nicht irgendwelche Schulden reingeraten Oder sowas Weil jeder Jeder verdient ja anders Und ich hoffe, dass Die Franziska da Jetzt nicht so Problematiken hat Weil das ist, äh Weil, ich meine 500 Euro, Leute Das ist saumäßig viel Geld Wirklich Das ist nichts, was man Einfach mal so raushaut Alter, das Da weiß ich aber Das kommt vom Herzen Wisst ihr, da weiß ich Das kommt auch vom Herzen Aber Franziska Kuss geht raus Weil Franziska hat mir Schon öfter mal geschrieben So, also ich Wegen den Donis und so Weil, ich frag ja immer, ne Ich frag, ich frag Ich bin so nett Ich frag doch immer So, Niki Wie sieht das bei Mark Und mit den Girls aus? Blicke da nicht mehr durch Ja, das ist, äh Mark und Girls Ist ein bisschen der Sache, gell? Äh, lol live Danke für 1 Euro Und, äh Credio DXA Danke fürs Zip werden Nicole ist auch VIP geworden Bzw, äh Grease habt SagoTV Frohe Weihnachten Dankeschön Äh, die Ente Wie wär's Casino mit dem BM WM1 Oh, das wär geil Mercedes CLK GTR Mercedes Benz 300 SL Äh, ich glaub 300er Nee, CLK haben wir, glaub ich Mercedes CLK haben wir So zum Kaufen Äh, Tom Leupelt Quack, quack Da wurde er vorgelesen, ne? Äh, Bersam Grüß bitte MP Die, russisch Kratz Frohe, mach ich auf jeden Fall Äh, MP Die, russisch Kratz Eraser Gibt den besten Streamer Schreibt da Ähm Crazy Cargill Die Kochhymne Lief bei uns auch immer Auf und ab War bei uns in Niederbayern Sehr beliebt Lieb jedes Wochenende In der Das ist ja gut Niederbayern Äh, ich sag immer Die Bayern gehören schon Irgendwie zu Österreich Oder zu Red Santos Da zurückspielt Fehlen die ersten 10 Minuten Echt jetzt? Boah, YouTube Ich liebe euch Du hast recht Da fehlen die Minuten Mal zurückspielt Du hast sowas von recht Aber es wird höchstwahrscheinlich Nachbearbeitet YouTube ist da manchmal so Die brauchen ein bisschen Äh, die Ente Was haben wir ja vorgelesen Mit dem Dings, genau Äh, Preston I bin, äh Lobgaming Daniel Lex Wollte nur sagen Liebe dich Und Videos Hoffentlich kommen Irgendwann Warns Was 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 Steht hier Irgendwas Was Was Keine Ahnung Lena Und Alisha Danke Für das Sip Werden Ähm Der Typ Hier verfolgt Dich doch Bei Karl Heinz Schon Der Achso Dem Er ist Der Vorhin Mich Was gefragt Hat Oder wie Peter Kuss Geht raus So Das habe ich Wollte mal fragen Wie der Song Vom Herzring Heißt Ich weiß es nicht Von Epidemic Sounds Gibt es den Zum runterladen Ich habe ja meine Sound-Datenbank Wo mein Netzwerk Geld Für zahlt Deshalb Ich muss es Eigentlich auch Nicht verlinken Aber Epidemic Sounds Die riesengroße Musik-Datenbank Da kenne ich mich selber Leid ich mal aus Welche Lied ich benutze Ähm Muss ich die Standard Drauflassen Ne Das sieht irgendwie Kacke aus Einfach was los ist Digit Titans Musik mit 1-2-7 Donation Alter Ich weiß nicht Was heute los ist Leute Marc Entschuldigung Ich war gerade im Kopf Ich bin gerade komplett fertig Ich suche mir gerade nochmal Felgen aus Sorry Brauche heute ein bisschen lang Alles gut Die sind alle dreckig Was ist Das ist alles dreckig Ja ich finde keine Felgen Das geht mir gerade am Poppes Digit Titans Musik Erkenn ich rupel Mein Junge Einmal Respekt Kein Junge Auf so BMW Auch für 107 Euro Nicht Auch bei 5000 Euro Nicht Digit Titans Musik Kuss geht raus Alter 1-2-7 Ich finde gerade Keine Felgen Irgendwie passt hier gar nichts Auf dem Wagen Gehen wir gerade irgendwie Auf den Sack Dass die alle dreckig sind Alter 107 nochmal rein Geschallert Bruder Ich Ich weiß nicht mehr Was ich heute alles machen sollte Ich weiß es einfach nicht mehr Alter Nummer 107 Donatelt Man kennt ihn Einfach so Auch ein absoluter Ehrenmann Haut immer wieder was raus Du Immer wieder Und immer wieder Ich finde keine Warum finde ich Keine Felgen für die Kiste Das kann es doch nicht sein Dass ich so Die werden geil Die Felgen Aber nee Das ist etwas too much Aber die Nee die gehen nicht Die gehen in die Das geht wieder nicht rein Ach die würden gehen Die gehen halt auch nicht Schwer ne Was mit denen Die gehen eigentlich auch fit Die würden ballern Die sind ein bisschen brachial Weil die halt wenig Speichen haben Ballern die mehr Weißt du wie ich meine Also das ist Ein bisschen bulliger Ne Naja Schau mal geht es doch so Ich weiß Ja das einzige eben genau Ich wollte gerade das Chrom ansprechen Da habe ich manchmal meine Mühe Das so zu feiern Diese Chrom Im Tiefbett Aber so komplett schwarz War schon Das ist halt echt schwer Ich tue mir gerade so hart schwer Was damit Nee Das ist zu So zu bullig Boah das ist Ich habe nie gedacht Das Felgen aussuchen So schwer sein wird Wie jetzt heute Manchmal findest du direkt Ein paar Die so Ja ist wirklich so Ist wirklich so Auf dem Auf dem Hobel Ist es ganz schwer Sieht alles irgendwie komisch aus Weiß auch nicht Mein Tank ist jetzt schon leer Boah was hältst du von denen hier Ich habe glaube ich Benzin kann Ist du dabei Ey was sagst du zu denen Das sieht Hammer aus Die sehen auch gut aus Aber ich freu mich halt nie Mit diesem Weißen Kohl Ja aber das feiere ich gerade irgendwie Oder die Was sagst du zu denen Ah ne die stehen Die stehen zu weit rein Das ist mir auch nicht Ne jetzt no joke Ich würde die nehmen hier Die vorhin Diese Die hier Sind auch geil Aber ich weiß nicht Die ist weiß Ich weiß nicht Also da bin ich Und die ist kom Was ist das Ich taug das einfach nicht Wenn das so zweifarbig ist Ich weiß nicht Aber es ist Geschmackssache halt Wäre die komplett schwarz Würde ich es nochmal Zehnmal mehr feiern Ja ich weiß nicht Ich sitze da schon seit Zehn Minuten drin Und finde nix Ich mach jetzt den Motor aus Sonst ist das Ding gleich leer Ja weißt du was Die geilen Felgen Die passen würden Die passen nicht Wegen den Bremsbacken Ich hab keinen Benzinkanister Wir sind geliefert Keinen Benzkanister Was hast du gesagt Keinen Benzinkanister Ja 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 Hast du einen dabei Ich weiß es nicht Ich glaub nicht Nein Was sagst du zu denen Zu Proletenlike ne Irgendwie Alter warum Es muss doch irgendwelche geben die hier drauf passen Wo man sagt das passt BBS Was sagst du dazu Wenn die jetzt nicht dreckig werden Die sind auch fresh Doch die sind fresh Da finde ich es wieder gut Wenn du da nicht So tiefbett weißt So krass weißt So dezenter Ja aber Ich weiss nicht Ich hätte schon Gern Tiefbett Hier auf dem Auto Schwer ist doch geil Also beim Golf Ja so einfach Ich glaub Leute Wir brauchen heute noch Fünf Stunden Wegen du ich sie Ne ich war Leute was soll ich denn Draufballern Weißt du Ich hätte welche gehabt Aber er sagt mir wieder Nö das passt nicht so geil Mit den hier Ne Ich hätte schon welche gehabt Aber ne Weißt du Er versauts mir dann wieder Er sagt dann wieder Ne die passen nicht Die noch die anderen Die passen besser Dann denke ich mir so Okay ja Vielleicht hat er ja recht Ein Luxussegment Jetzt hab ich einen Benzinkanist Ah perfekt Der Herr war es noch nicht Es ist so schwer Die wären so gut gegangen Diese Blöden Ja und genau Die machen diesen Durchshining Dings hier Ne Das ist halt echt kacke Ne ich finde Ich finde nichts Es tut mir leid Ich finde auf dem Das einzige was ich fahren könnte Wenn die Standard Ich muss gleich eh wieder ausstellen BBS Was hast du zu der BBS Sonst noch Umsonst halt hier Die finde ich auch cool Ja die die ich halt gerne hätte Die waren halt hier hinten Aber da hast du gesagt Ne die soll ich nicht draufballern Welche? Ja die die ich da vorhin hatte Diese Wie hießen die nochmal Die waren unter Tuning Das ist ja Geschmackssache Wenn dir die gefallen Mach die doch rauf Ja Tiefbett ja Das schwarze Inn Auch ja Das Muster auch ja Nur dieses silberne Ich weiß nicht Dieses weiche Ja ich mag es halt Keine Ahnung Dann nimm ich Ich finde es geil Ich finde es bullig Dann nimm es Ja jetzt ist es gekauft Jetzt ist es drauf Was hast du Sollen wir hier noch weiß machen Oder so Irgendeine Farbe reinballern Wie wäre es mit rot Ballert gar nicht Bruder Dann nimm ich lass die schwarz So passt Ich hab es Ja warte Gib mir ein Kanister Ich mach das Okay warte Gib 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 ihn Gib ihn Dankeschön Hier bitte Sag mal Du bist der fool Ist natürlich Ethanol Kim Puhlmann Danke für 90 Cent Dann Jonas Billmeier Danke für einen Euro Music Producer Beste Mann Mit 10 Euro Ich auch dabei Brutto Uts Maki Hi Wie geht es dir Wie geht es gut Ich hoffe dir auch Sagutv Danke für 12 Euro 1,3,4 Geiler Mit Fies RP for life Top Streamer Kannst du RP So Jetzt soll ich auch Wärmung machen Sicher Aber komm Aber sicher Jetzt aber raus Hier Jetzt aber raus 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 Also jetzt wird der Wagen So draußen ist mit den Felgen Und wo sagst du jetzt Schon besser Aber ich weiß nicht Ich finde es so richtig geil Poletenhaft Dieser magisch Warte wenn wir jetzt noch mal Pass auf Die Fensterscheiben runter Sieht doch geil aus Oder Wir sind die coolsten Wenn wir cruisen Wenn wir durch die City düsen Oder die Unterbrunnenbeleuchtung Wusste ich gar nicht Jaja Hast du es nicht gesehen Ich habe kein Controller mehr Das ist das Problem Der wurde mir geklaut Äh Warte Ich habe einen Wenn du ein willst Ne ne Pass schon Gib dir sonst einen Also gibst du mir den Ich kann mir gleich einen holen Also Wie ist das Geh mal ausfallen Jetzt Machen wir das Geh mal ausfallen Dann greife ich dir gleich Okay Okay Dann kannst du nämlich Das ausmachen Oder ändern Oh geil Der wird anders schieben 100 Pro Schau mal Polizei Siehst du Polizei Die Polizei Die Polizei Mit dem Foul Eieieiei Jetzt guck mal Die gar nicht pushen Den Wagen Ist ja voll scheiße Jetzt ist er weg Kann selber noch hinterher Oder was Nein Jetzt ist er weg Jetzt pushen wir den mal durch Ich kann es drücken Ja warte Ich muss aufpassen Mein Blitzer Ich muss nach dem Blitzer drücken Boah alter War doch nicht vorbei Hier Jungs Mädels Ich muss nach dem Blitzer drücken Weil ich habe nicht so viel Geld Ja wir müssen Das ist traurig Ich könnte jetzt nicht Mal glaube ich Meine Strafe Dann zahlen Ich habe auch noch 5000 offen Achso ja geil Aber der Herr ist nie da Der Herr Dann geht die Banküberweisung nicht durch Aber der Herr Ich kenne den ja von irgendwo her Wer Wer denn jetzt Wer denn jetzt Das ist ein Meme Du verstehst das nicht Ich sage die ganze Zeit der Herr Achso Das ist ein Meme Weil ich kenne den ja von irgendwo her Der Herr Hallo der Herr Hallo Der Herr Ihre Stimme kommt mir immer sehr bekannt vor Habe ich sie schon mal wo gesehen Ich kenne sie ja irgendwo her Der Herr Hallo der Herr Das kennst du nicht Wunderlich Ich weiß nicht Also wenn ich mal im Ausland bin Wäre ich immer so angesprochen Achso Achso Schau Gott sei Dank Sind wir da nicht durchgegrast Guck dir den Schlawiner an So eine Frechheit Wie er da steht So eine Drecksau Wie er da hinten steht Schau wie er fährt Schau Schau wie er fährt Schau 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 wie er sich ranpirscht Schau wie er pirscht Du So viel Pirschen Jetzt hat er dreht Er tritt da durch den Wagen Er wartet drauf Schade Ich hoffe Der ist in die Gegenfahrbahn rein Deiner ist im Reing So jetzt aber gleich Ja ne Der ist hinter uns Pass auf Wenn ich mich jetzt rechts ran Ne der hat gedreht Der hat gedreht Nein der ist hinter uns Ich hab den noch gesehen Nein nein Der hat aber gedreht Nein der ist hinter uns Vertrauen mir doch Nein Der hat gedreht Also was wir halten jetzt an Der wird kommen Pass auf Guck Der hat gedreht Der hat nicht gedreht Der hat gedreht Der hat nicht gedreht Der tut nur sowas ab Schau Gar nichts Der kommt da jetzt gleich Pass auf Ja Dann stehen wir morgen noch hier Ja pass auf Da oben ist er Siehst du den schwarzen Wagen da Das ist er Ja 100 pro Ja Ne der hat nicht gedreht Oh ok Der hat gedreht Das ist recht Das stimmt Das ist er Guck doch Das ist er doch Guck Ja komm HDF HDF Ne ich hol mein Fahrrad Jetzt nicht Das zog ich den mal durch Ist der nicht mein Führerschein weg Wenn ich da mit 300 drücke Der kommt davon Wenn es dich erwischen Der Autosender hat gemeint Der fährt 300 Ich fahre jetzt mit 262 Also wenn er jetzt keine 300 fährt Bin ich zutiefst enttäuscht 280 Ja 286 Er hat gemeint Über 300 fährt er 291 Ich dachte er fährt weit über 300 Der hat mich verarscht Wahrscheinlich 301 Oder so 286 fährt er Also da will ich schon mein Geld zurück Ein Teil Er hat gesagt er fährt 300 Ja dann muss man direkt 300 abwärts oder was Das geht nicht Ja aber wenn ich schon ein Auto verkaufe Dann will ich dass der 300 fährt Ja ich hab's gesagt Das ist eine Mafia da unten Das ist ja unglaublich Unglaubliche Abzocke Eine riesen Mafia ist das 277 277 Ja 280 fährt er Also fahren wir gleich mal ins Auto und beschweren uns da Dass der keine 300 fährt Das sind 20 kmh zu wenig was der fährt da wagen Ja also da ist Minimum 200 Aber weißt du was ich glaub Weil du als Beifahrer drin sitzt Du wiegst ein bisschen zu viel Ja es ist wirklich so No shit Je mehr drin sitzt Je mehr drin sitzt Je langsamer fährt ein Auto Wusstest du das nicht Ja ja ich bin doch nicht so fett Ja pass mal auf Ich fahr dann gleich mal ohne dich Ich fahr dann gleich mal ohne dich Okay Ja und dann holst du mich nicht mehr ab Das kenn ich nicht Nein Ich setz dich nicht aus Keine Sorge Ich muss schauen ob der mich verarscht hat Oder ob der wirklich nur so langsam fährt Um das geht's weißt du Guten Abend Kion Das geht ab Dich du beißt Mein Lieblingsstreamer Steht wirklich so da Herr Astro Leon Viele Grüße gehen raus Dankeschön Nächstes Mal bei der Donetsch-Tomate vorlesen Durchlesen Und dann absennt Ich sag nur Autokorrektur Dann fährst du kurz runter Ja ja bin gleich wieder da Gut perfekt Aufpassen Eckstart aus Wollen wir mal ob das Ich glaub das Gewicht ist schon Äh Ausschlaggebend hier Beschleunigung schon mal besser Sollte er seine 300 knacken Also gefühlt fährt er nicht schneller Ich glaub das gibt gleich eine Strafanzeige im Autohaus Falsches Falsches Versprechen Betrug Er meinte der fährt 300 gell Ich will es nur mal gesagt haben Der Autohausverkäufer meinte der Autohausverkäufer meinte der fährt seine 300 Mit 300 denke ich auf die gerade hier Die Strecke Ich fahre gerade 284 284 Ja jetzt kommt er auf 298 Aber keine 300 Also der Wagen fährt Er packt nicht die 300 300 300 fährt er wenn er abwärts fährt Mit Bams oder so Das ist halt Dann vielleicht Aber ich dachte der Wagen fährt Geradeaus seine 300 Wenn wir ins Autos fahren Und wir ein bisschen Geld zurückverlangen oder Was sagt ihr Leute Sollen wir ins Autos fahren Und das ein bisschen zurückverlangen Das Geld Was der Typ bis hier Uns abgezogen hat Ich meine Es wurde uns ja 300 Kamau und zwar versprochen Und die haben wir irgendwie nicht bekommen Nein Kein Jetzt reicht es aber 9 8 7 7 5 4 3 2 1 0 Also ich glaube da Ist auf jeden Fall Der Server Für 2 Monate mal abgezahlt Von Tag Lewis Schallert 500 Euro raus Bitte was Ey Leute Das ist doch gerade nicht euer Ernst Oder Dass ich zweimal On stream gerade Hintereinander Zweimal 500 Euro Superjet Donations bekommen Tag Lewis 500 Euro Alter Direkt hinterher Geschallert Ihr spinnt doch heute alle Ihr spinnt doch alle Alter ohne Witz Das gibt es nicht alter Ich muss Ich muss halt So hier nochmal nachgucken Das gibt es doch gar nicht Tag Lewis Haut 500 Euro raus Das ist doch nicht real Alter Das Ich weiß Ich weiß Dass es real ist Aber es fühlt sich nicht real an Es fühlt sich einfach nicht real an 500 Euro Für einen Server Das heißt Die nächsten zwei Monate Muss Keiner merken Was für einen Server Donate BZW Bei uns In der Grünen Nicht mehr Weil damit Ist der komplett Für zwei Monate Abbezahlt Komplett Von Tag Lewis Für den Server Alter Bruder Ne das ist Das ist wirklich heftig Alter Das ist wirklich heftig Ey Leute Das ist Leute lasst einfach mal ein Herz Da für diese Herzlicheste Community ever Und vor allem für die Spendabelste Community ever Einfach 200 200 ist ja schon Einfach 200 Mal Ne 200 Einfach Zweimal 500 Euro Donates Ich kann gar nicht mehr reden Alter Schallen sie raus Boah geile Supra Und schon einen Unfall Gebaut Ne das ist Ey Leute Lasst mal Lass mal nochmal Einen fetten Herzring da Ich will jetzt Dass der Komplett In der Chat Ausraste Dass der Herzring Der größte Herzring Ever Ist im Chat Leute Lasst Die Herzen Ballern Jetzt Hier Das ist Wirklich Support Auf Ein ganz Neuem Gero Das gibt es Doch gar nicht Ich will Jetzt 10.000 Herzen Hier im Chat 10.000 Haut den Herzbutton Voll Tech Lewis Haut 500 Euro Für den Server Aus Leute Für den Server Das ist Damit Zwei Monate Den Server Komplett Abbezahlt Das heißt Man muss Auch Nicht Mehr Über die Webster Jetzt Für Die Nächstes Zwei Monate Spenden Der Komplett Abbezahlt Jetzt Also Ihr müsst Jetzt Nichts Für Server Oder Irgendwas Reinballern Das sind 500 Euro Just Für Server Zwei Monate Komplett Bezahlt Einfach Nur Heftig Das ist Ohne Scheiße Technikus Kuss 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 Ich bin Paul Lito Du Wißt Nicht Du hast Recht Der Fährt Nicht Besser Ja Eben Dann Lass Beschweren Du Wiss Nicht Wissen Was Passiert Der Ist Runter Gekommen Mit Fallschirm Bitte Na Fahre Hier Weg Warum Was Passiert Hier Der Ist Gerade In Die Tankstelle Gefahren Du Fährst Bei mir Gerade Über Alles Drüber Also Bei mir Ist Er Anscheinend Nicht Reingefahren Aber Ich Kann Kann Kein Auto Verkaufen Der Keine 300 Packt Ich Bin Jetzt Mit Glück Auf 2 90 Gekommen Aber Sonst Fährt Maximal 2 270 280 Maximal Färchheit Ich dachte Ich kaufe Ein Auto Was 300 Fährt Ja Natürlich Ist So Falsches Versprechen Also Ich sage Nichts Würde Er Eine Normale Probefahrt Damit Machen Und Dann Sagt Er Ja Der Fährt Seine 2 70 2 80 92 Aber Sozusagen Er Meint Er Fährt Über 300 Und Dann Kaufe Ich Den Wenn Ich Denke Boah Geil Damit Kann Ich Ein Auto Haben Mit 300 Flexe Und Fährt Er Gerade So Seine 280 Weißt Du Ist Schon Bitter Sehr bitter Ich Habe So In Den Knochen Ich Habe Mich So Erschrocken Ich Stehe Da Und Hinter Mir Explodiert Die Tankstelle Du Armer Junge Der Speer Hat Gezogt Durchgehört Ja Ja Klar 286 291 Ab und zu Glaub ich Bringt ganz kurz Der Tacho So wie es aussieht Ja jetzt misch 300 Ganz kurz 300 Jetzt geht er wieder runter Ganz kurz Die 300 Geknackt Das ist halt Durchschnitt Das 280 Sag ich jetzt mal Ja Von wie lang Der braucht Bis er auf die Links kommt Ich meine aber schlecht Fährt er sich dafür Nicht Ist ok Endlich So kommen Mit ok Für das Alter Entsprechend Ja Und los Schon wieder Was explodiert Bei uns Keine Ahnung Was Vielleicht so ein Aufstrich Oder so Der gerade Aufgegammelt Ist Und Explodiert Ist So ein Schweizer Würstsalat Aufstrich Oder sowas Ja Weißt du Die Die explodieren Ab und zu Mal Ja So ein Käse Äh Käse Käseschnitten Käseschnitten Ja Käseschnitten Wärts schon gut Käseschnitten Käseschnitten Weisst du wie gut Die jetzt wär Ah Ja Das ist so geil Boah Das ist so geil Boah 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 Weißt du was wir sagen Ich sag so Ich hab den so bekommen Dann kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen was Vom Geld Ja passt doch Wir prellen uns hier fast die Rippe Du denkst nur ans Geld Natürlich Ich will ein bisschen Geld zurück haben Natürlich Alter Niklas 1 zu 7 für den Server Jetzt ist aber hier langsam Bald Ich glaube bald haben wir für ein ganzes Jahr ausgesorgt Für den Server Weil das hier so weiter geht Bald haben wir für ein Jahr ausgesorgt Bald ist ein ganz Ein komplettes Serverding weg Musikproducer Heute Alle im Gönnermode Das ist echt so Ey Bruder Julian YouTube Also ich muss Ohne Scheiß auch Niklas Vielen herzlichen Reiz da haben Aber ich weiß gar nicht mal was ich sagen soll Bruder Das ist einfach wieder zu viel heute Einfach wieder zu viel Julian YouTube Und Leertaste 18 Und Doch Das hab ich vorgelesen Jonas Bielmeier Hab ich das vorgelesen Ich hoffe Und Burto Uzumaki fragt Wie geht's mir Sehr gut Saru TV Danke für Also das hier auch vorgelesen Gut dann weiß ich Das ich jetzt alles vorgelesen hab Perfekt Sonst hab ich immer Angst Dass ich was vergessen hab Vorzulesen Glaubst du sie sind da Oder glaubst du sie sind woanders Vom Autoschmaus Außer die sind noch in dem Event Glaubst du Ich weiß Weil ich will jetzt hier nicht der einzige Kunde sein Der sich hier beschweren wird Achso Na gut dann fangen wir nochmal zurück Zum Autoschmaus Das ist halt ein Auto aber das steht Hör Ami Ja gut Ja Schaffst du sie auch mit der Black Series Oh das ist schon geil die Kamera Mhm Fangen wir da mal hoch oder Ah das war der Typ der bei der Tankstelle Der ist runterkommen ohne Fallschirm Stimmt Ich hab dir mich an Ich hab grad einen auf Insta postet Ich hab den Fallschirm glaub ich vergessen Ich hab ihn jetzt nicht gesehen Ich hab ihn jetzt nicht gesehen Pssst Da kommt der Guck'n Ich guck mich muss ganz leise sein ganz leise herzlich willkommen ich habe ihn verloren zeig dir mal was lustiges schau, schau, wie er mittelfinger zeigt schau, wie er nett ist jetzt ist er nett, jetzt ist er richtig nett guck, guck, will ich den mitnehmen das ist ein idiot, guck mal den haben wir richtig nett gemacht den sollten wir dorthin mitnehmen, wo wir hinfahren schau, wie er eskaliert soll ich mal so eine notbremsung hinlegen pass mal auf ja, ja, das sind voll rein guck da schau, schau mal, schau mal der ist für dich bruder, guck da oh, polizei schau, wie er holt sich schau, wie er holt sich guck mal der fang mal rechts ran der ist entsmet hey, der will mich angehen gibt es ein problem ja, der typ will mich angehen, guck mal er holt sich und der prime macht Plastik ach, schau mal, wer sie angehen sie haben doch gar nichts gemacht oh, schnell weg, Alter schnell weg, bevor die Copa Rios uns anhalten, Alter schau, hier ihn raus hier ihn rausziehen oh, wie schön oh, Mann weißt du, was du noch mitnehmen darfst, dass der hier dann angegangen ist einfach so ganz random, weißt du so, oh, ja ich geh jetzt mal das ist getan aber hey, komm, lass mal gucken alter René bin auch wieder da nach einem Feuerwehreinsatz hab ich sehr viel verpasst oh, Bruder der haut einfach auch also sieben raus ey, heute ist hier wirklich Spendenalarm des Todes was habe ich heute verpasst? genug heute war die erste richtige ähm Autohausauktion wir haben den Wagen hier gekauft für über 700.000 und jetzt gehen wir uns beschweren dass der Wagen keine 300 kmh fährt aber alter der haut einfach raus nochmal like ab hier für René auch nochmal 1 zu 7 vor René und der Niklas auch für den Server das war auch nochmal 1 zu 7 ey, wurde heftig, Leute ich weiß nicht, wer was heute noch sagen soll zu heftig, Leute zu heftig was ist denn unten? ich glaube schon wo ist denn die Ente? ich frage, wo die Ente ist es ist Muffintime kein Witz am Rande der über 1000 Euro spende was tut ein unwitziger Andel fast mal vorwärtshocken damit seine Witze geistreicher sind gar noch kalt der ist nicht weg heute alles im Geno es ist echt schrecklich krass es ist nie so heftig wir können es auch heute machen es ist mir eigentlich relativ egal ich habe noch eine Frage sind sie vom Autohaus? ja mir wurde versprochen es ist der 300 der fährt keine 300 280 ja wenn es gut kommt 290 und wenn ich bergab fahre mit ganz 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 viel Glück einmal kurz die 300 mir wurde gesagt er fährt über 300 ok sind es die Herren zu zweig gefahren oder sind sie alleine gefahren? ich bin auch alleine gefahren ganz gleiches Prozedere aha das ist ja eh der Hermet schauen's war ihre Blase voll oder war es allein? aber wartens die war voll also ich weiß nicht aber irgendwie kommt mir das sehr spanisch vor ja genau ich habe mir eigentlich gekauft weil ich gedacht habe ich fahre damit jetzt über 300 ist so ja das war eigentlich der eigentliche Grund warum ich den gekauft habe aber fährt halt nicht so seine 300 also ich muss ehrlich sagen ich komme auf 270 wenn ich bei 270 bin dann ist schon fast das Ende und wenn ich dann auch Glück habe komme ich vielleicht auf 280 285 und mit ganz viel Glück auf 290 aber so 300 mit dem ist ganz schwer da muss ich schon bergab mit BAMS fahren dass ich mal auf 300 komme aber 300 so normal oder drüber überhaupt nicht na jo haben sie zu dem her angefunden? das ist halt ein bisschen schlecht so gesehen ja weil ich habe den ja extra deshalb gekauft weil ich gedacht habe ich kann damit 300 fetzen also ich weiß nicht ob der der Autohausverkäufer das gewusst hat wie er das angepriesen hat dass die über 300 fährt aber wäre halt schön wenn man da vielleicht entweder irgendwas an der Software machen könnte oder das dass man sagt der der gibt einen kleinen Preis nachlass weil ich habe den ja gekauft für das Geld damit ich da meine 300 habe dann habe ich da meine 300 nicht wirklich so wissen sie wir können uns gerne mal mit BMW in Verbindung setzen ob da irgendwie was mit der Software möglich ist ja weil ich denke mir so ich gebe da sehr viel aus der ist komplett getunt alles gemacht worden und dann ja komme ich dann wieder auf meine 270 und dann ist Schluss so weißt du noch was halt der dreht halt nicht weiter ne das ist dann wie so ein altes Omomobil wenn ich von 270 oder ne ab 250 fängt er an dass ich auf 270 komme das dauert sehr lange und 300 ist halt echt nur drin wenn ich bergab fahre mit BAMS dann habe ich einmal kurz auf dem Taro 300 und dann war es das und auch nicht über 300 das ist so 301 oder sowas für eine Millisekule dann ist das auch wieder weg ja gut wie der Kollege gerade eben schon erwähnt hat wir können auch mal mit BMW telefonieren ob sie uns einen USB-Sticks schicken oder vielleicht ich weiß ja nicht vielleicht ist irgendwas kaputt an dem Ding ich meine kommen sie mal mit hier mal angucken da kommen sie mal mit weil vielleicht ist ja auch irgendwas kaputt gegangen oder so ich meine kommst du dir das mal an das ist halt äh hm hm seh ich das nur oder äh sehen wir das aber ähm was sehen sie ähm ich seh ein bisschen dass die Hexschutzstange ein bisschen verschoben ist ja ja die sind auch ein bisschen verschoben sie sind wohl hängen geblieben ja ne aber das habe ich so bekommen ui 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 das ist ja schon schön wenn das äh also wenn die 300er klappen würden dann wäre ich schon sehr zufrieden mit weil ich habe den halt echt deshalb gekauft ne und dann 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 ist er auch bei 250 geht da nix mehr an der Kiste das ist so das ist so ein altes obermobil da kämpft er sich vor 250 auf 270 und nach 270 ist eigentlich genug glückssache ne was du machst aber ich denke mir so weißt du so 270 275 fährt er normal so das ist halt schon arg unter 300 ich sag ja nichts würde ja dauerhaft 290 295 fahren aber so 270 275 also wie meine kollegen auch schon erwähnt haben wir werden uns einfach mit bmw in Verbindung setzen vielleicht senden die uns dann einfach ne optimierte Version zu ja wär super das würd mich sehr freuen dass die ein bisschen was am Steuergerät anpasst ja sag mal ist unten noch ne ne Drift Event oder was ist da unten äh ich glaub die meisten sind schon gegangen inzwischen also richtig das Entchen auch schon weg wenn sie noch driften wollen gehen ne ne alles gut ich wollte nur gucken ich wollte nur herfahren um das Entchen zu sehen ne inzwischen ist wirklich leer leider ja weiß ich bescheid dann wiedersehen dankeschön man muss ja auch mal meckern gell das war der Herr Metz da der mit dir gerät hat der hat mich so angegangen ohne Grund nur weil ich gefragt habe ob ich zu euch kann achso der war das ja der achso oh mein Baby steht noch da warte dass wir dich schnell einparken ja meine steht auch noch da bevor du euch geklaut wird der Wagen alter mein arbeits was denn arbeits was Auto achso achso schweiz achso 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 das ist ein geiles Auto ich liebe es ich wollte Firmenwagen sagen aber hab dann irgendwie arbeitswagen gesagt ja der arbeitswagen man kennt den nicht du in der Schweiz ist ja alles anders gell Ja, lass mich. Aber warte, den fährt sich weg, den Wagen. Pass mal auf. Bock auf'm Rennchen? Wollen wir Rennen fahren? Komm, wir fahren mal ein bisschen. Ja doch, klar. Locker flockig. Einste? Ich glaub nicht. Na klar, komm. Können wir mal machen. Oh, warte, das ist ein GTR denn nicht. Können wir auch gleich mal fragen, ob der mitfahren möchte. Hallo, der Herr, hallo? Ja. Wollen Sie auch mitfahren, ein kleines Straßenrennchen? Äh, ich wollte eigentlich noch was anderes erledigen. Ja komm, fahren Sie mit jetzt noch ganz schnell. Geht bergauf hier. Geht ganz schnell. Er geht weg. So ein Stück Scheiße, Alter. So ein blödes Stück Scheiße. Wir fahren. Ah, da kommt noch ne Supra. Okay, 3, 2, 1, los! Kann super mithalten, oder? Ja. Der hält doch super mithalten, oder nicht? Komplett verrissen. Ich glaub, der hat jetzt den Gangschalter irgendwo im Geleg schon immer gefunden, oder so. Wahrscheinlich Gruß vom Getriebe kriegt. Gruß! Gruß aus der Küche vom Getriebe! Was gibt's für einen schönen Ölbraten? Wo? Ich glaub, der hat er ins R geschalten für Rakete. N für Nitro. Lass mal auf N für Nitro, man kennt ihn. R für Rakete. Er ist für Racemode eigentlich, weißt du eh, ne? Der Racemode. Oder fährt da hinter mir. 20 erstmal reindrücken. Gruß vom Getriebe! Komm! Da muss ich mir merken, erstmal Gruß vom Getriebe. Alter. Geht's den Spruch net, oder? Ähm, ich hab den mal irgendwo gehört, aber ich hab den voll vergessen. Ey, fahr mir hier rein. Schau mal, ist irgendwer hier? Ah, mein Bauch, ey. Es war zu viel. Schmerz. Es war zu viel Schmerz, Alter. Ich muss mich ganz schön pissen gehen, Alter. Ich muss so dringend pissen schon die ganze Zeit. Dann mach das. Ach, der auf Toilette. Dann muss ich den reparieren lassen, den Wagen. So packe ich den heute nicht ein, sag ich dir. Ja, dann geh mal in die Werkstatt. Ja, fahr mal in die Werkstatt. Alter. Alter, meine Blase, die tut schon so drücken, Alter. Gruß vom Getriebe. Aus der Küche. Aus der Küche ein netter Gruß vom Getriebe. Warum finde ich sowas so lustig? Ich weiß das auch nicht, Leute. Ich weiß nicht. Das fand ich grad irgendwie extrem lustig, obwohl es gar nicht so lustig ist. Das sind auch so die unlustigen Sachen, die ich lustig finde. Weil ich mir gerade... Ich stell mir dir so ein Getriebe mit so einer Kochmütze vor. Wie die so... Als Gruß kennt ihr das, wenn ihr so im Haumenlokal oder so im Sternlokal seid. Da kriegt ihr so Gruß aus der Küche, ne? So, ich weiß nicht, so einen Nachtisch oder sowas. Oder so eine Vorspeise. Da stell ich mir so vor, so ein Getriebe, was halt grad so in der Küche steht. Mit der Haube, mit der Kochhaube. Und dann so vom Getriebe so kleine Teile raus. Und so Gruß vom Getriebe. Ich weiß nicht. Sowas finde ich lustig. Keine Ahnung. Hört sich komplett bescheuert an. Ich weiß. Ich bin auch bescheuert. So. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss mich ganz dringend auf Kloschen. Die ganze Zeit. Bin gleich wieder hier. In der Zwischenzeit hört ihr wieder einen Dosen-Sack-Umfall im Hintergrund und ein bisschen lustige Musik. Ah, jetzt muss ich mich echt schon lange. Und die Schmerzen. Ich muss mich sehr nah sein. Ich muss mich ganz dringend aufmerksam,歩 herum umgegen. Ich muss mich ganz dringend aufmerksam sein. Ich muss mich ganz dringend aufmerksam sein. Ich muss mich nicht nicht richtig durchführen. Du bist noch mehr dringend aufmerksam, wie vorgen. Ich muss dich nicht zu können. Ich muss mich einfach nicht zwischen Achtel fahren. Ich muss mich nicht verteidigen. Das ist nicht Videofen für den Weissel. Ich kann mich unbedingt einen Tchwenden-Mass-Um drauf eingen. Musik Musik So meine Damen und Herren Da bin ich wieder By the way, wollt ihr meinen Dosen-Sack hören, der neben mir liegt? Ja, mein Dosen-Sack ist neben mir Tatsächlich, ich habe wieder einen Dosen-Sack da Aber ich schmeiße ihn nicht um Ja, weil ich muss ehrlich sagen, in meinem Zimmer Ich trinke so viele Dosen-Getränke Ich muss immer einen Dosen-Sack im Zimmer haben Das ist schrecklich, so stehen die da überall rum Ich habe jetzt, by the way, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Dosen auf meinem Tisch Eine, die noch nicht aufgemacht ist, die mache ich mir jetzt gleich auf So, äh Oh, 500 Euro-Dorations, diesmal auch wirklich Nee, von vorhin Checky, 1997, eine Kleinigkeit Mein Mann wird sich freuen Checky, 1997, Kuss und Grüße geht raus Und auch an den Mann anscheinend Okay, morgen Abend entspannter Tankstellen-Stream Was? Hallo Servus Ich habe mich gerade eingestuhlte, angeschissen da oben Ich würde nicht mehr reingehen Ja, ja, ganz schlimm Aber weiter, weil wir eh gerade fahren Ich wollte das Oh Ja, nee, passt schon Wir reparieren das Ding ja eh Ich muss ganz schnell nur hier die Wir bauen das nämlich ab, wenn wir hier dann Weißt du, wir wollen hier hier um Umbrüben sind Später, wenn wir da alles neu machen Kommt das schon bald, oder wie? Ja, da kommt ein neuer Zaun hin Weißt du, den mach ich jetzt mal weg Wie schnell, dann schwammen wir uns ein bisschen Geld So Ja, du, solange die Charaka 300 fährt Ist mir das scheißegal, der Ding So Er ist am E-Traktor gefüllt, so Genau, so Airbags sind offen, perfekt Jetzt können wir das schön reparieren lassen Für den Taui Perfekt Passt schon Passt schon, würde ich sagen Kannst den Zaun nicht abreißen, wer da wäre Komm, hätt's dafür auch mehr zahlt Was ist? Nee, nee, das passt jetzt schon so Das geht mal hin Das ist ein Stück Scheiße Hup doch nicht So, jetzt lassen wir das Ding reparieren Und dann passt das Hast du schon mit gegessen? Ja Perfekt Eine Käseschnitte haben wir reingehaut Kässchnitte, ja Ist das nicht eine Torte oder sowas? Mehr Käsekuchen, wenn eine Torte Ja, was ist denn eine Käseschnitte? Also nicht Das ist, ähm, also Du nimmst so eine Auflaufform, ne? Achso Du kannst auch anders machen Ja Du kannst auch normalen Äh, mein Auto raucht Mein Auto hat noch nie geraucht Mit dem Motorschaden Das Ding geht aber dann zurück Beim Auto raus Wenn es einen Motorschaden hat, gell? Ja Na eben Dann tust du halt Dings rein Brot Ja, Dings Dann, ähm, Käse Oh, Käse Raclette Käse Raclette Käse, ja Schinken Und ein Ei drüber Und dann, äh, noch Weisswein Und dann kochst du das Und dann verläuft das Und das Ends, geil Oh, geil So, das muss ich nicht mal einchecken, ne? Boah, ich fühl mich wie der King mit dem Ding Ach du Scheiße Guten Tag Was habt ihr hier mit dem Auto gemacht? Ja, das ist nichts Das war schon so, wie wir es gekauft haben, genau Haben sie den nicht gerade ersteigert? Ja, die haben mir den so gegeben Exakt so Hallo Ach, genau so, ja, ja Ja, Motorschaden sieht man noch Oder irgendwo ist ein Schlauch und ich oder sowas Ja, danke Na, ich glaube, das ist nur die Batterie Ja, ich glaube auch, dass die Batterie vielleicht einfach ein Problem hat Vielleicht muss die mal getauscht werden oder so Und vielleicht mal Sie könnten vielleicht ein bisschen Blinkerfluid nachtun Das funktioniert nämlich auch nicht bei meinem BMW Danke Also das Blinkerwasser mal austauschen lassen Ich sag mal ehrlich, das Problem hatte ich auch schon an sich Eine Frage, was ist denn überhaupt ein Blinker? Der ging schnell kaputt Wo den BMW, der hinkt, der Blinker Der BMW hat noch gar keine Blinker Oder nö Und was vielleicht auch cool war, wenn sie vielleicht den Saugnapstutzen unten am Getriebeflansch vielleicht austauschen können Weil ich glaube, der ist nicht ganz dicht Ja, weil die tut an der Hubmupfe ein bisschen rein und das ist glaube ich nicht gut für den Motor Ich glaube, deshalb haben wir auch gar nicht im Rauchen Ach, sie müssen den nur noch ganz kurz aufschließen, dann kann er sie ganz kurz reinsetzen Natürlich Und am Auspuffflansch vielleicht schauen, ob der nicht ganz dicht ist, das ist ein bisschen Oh, jetzt haben sie die Apex angemacht, supi Ja, pass uns doch auf, da drinnen, wir haben das Auto gewaschen und wir haben innen natürlich auch noch Schaum benutzt, das ist Ich glaube, das ist die Hubmupfe unten Ich glaube, da braucht man eine 35er Nuss, dass man da rankommt Das ist nur lustig Nix, nix Sind sie oder ich der Experte? Äh, beide vielleicht Ja, da müssen sie aufpassen Der hat 60 W34 drinnen Der hat doch schon einen 53-2 oder nicht? Na, ich weiß nicht Mit dem Abgasfilter Doch, doch, das ist ja schon wegen Abgasfilter und sowas Ah Mit dem 35-4er Abgasfilter Mit den zwei Stopp-Mupfen an der Absaugbrücke Das ist doch der Das ist ja der GTR, der hat ja die War das nach den neuen Abgasreformen in der EU, dass die importiert wurde? Ne, ne, das war wegen der 2.0er Sonnenwende 1998, da mussten sie das umbauen lassen Ach, 1998 Ja, 1998 Ja, da war ja was Da war ja was, genau Und seitdem muss man aufpassen, dass die Auspuffschmuckmuppe nicht am Vergaser anklemmt Weil wenn man das macht, dann gibt es ein Rückstaukopplungsgerät und das spielt dann komplett verrückt Und das ist nicht gut für die Umwelt und deshalb mussten sie das umbauen Ja, weil die Abgasse sind viel zu hoch wegen der Standheizung Aber genau deshalb sage ich auch, braucht man eine 35er Nuss, sonst kommt man da gar nicht ran Ich dachte, da braucht man eine 36er Nuss Ne 35er Nuss ist auch okay Du machst doch so ein Flansch kaputt, wenn du dann als 37er Nuss machst du ein Flansch komplett kaputt, das geht doch nicht Wie schnell fährt denn der eigentlich? Oh, ich muss mit dem Helm aus Ja, besser ist es Er hat mich sehr beschwert Ja, für so einen Preis, da erwartet man das dann auch, wenn sie es schon sagen Also ich sag mal so, ich konnte den nie richtig ausfahren im Schnee, weil dort hat der durchgedreht wie sonst Ich muss sagen, der dreht gar nicht mehr durch so heftig, ich bin damit gefahren, der dreht super Es schneit ja auch nicht mehr beim Schnee, da sollten sie einmal fahren Aber das haben, haben sie den Verkaufding im Schnee? Nein, nur, wie gesagt, Kindheit, Kindheitstrom, weil woher kennt man den? Der ist nur so bekannt wegen Most Wanted Und ich hab mir gedacht, der ist sicher geil, aber dann dachte ich mir so Ja, machen wir Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich ihn gekauft habe Ich bin komplett froh drüber Ja Er ist schön, er kriegt ein Software-Update draufgeschaltet Ich habe ihn schön ergerichtet, mir gefällt, also ich werde ihn nicht mehr verkaufen Das ist ja ein Zweizylinder, das ist ziemlich geil Ganz ehrlich, lieber verkauf ich ihn und dann hat jemand anders viel mehr Spaß als ich mit dem Und bei mir verrottet er nur in der Garage Weil ich komme eh nicht so viel raus Haben sie eh recht Ne, und ich muss ehrlich sagen, ich habe da dieses Feeling drin Ich fühle mich wieder jung, wissen Sie, das ist so, das gibt mir dieses Feeling jung zu sein Jetzt fehlt nur noch Cross mit seiner Corvette Ja, ja, ja Mhm Hieß der Cross? Ich glaube, der schwarze Cop hieß Cross Das war die Polizeikorvette, stimmt Ja Ja, aber das war eine ältere Corvette als die, die wir hier im Start haben, glaube ich Muss ich mal ganz hart nachdenken Was hast du schon alles gemacht, Conny? Ich habe es nur ausgewollt Ah, schon, ich werde mal weiter nehmen Schönen Abend euch Auf jeden Fall Tschüss Ciao, ciao Frage Wieso, ich soll abfahren Ich wollte geradeaus durchfahren können Ah, schon geil, das Ding ist schon geil Ja Von vorne müssen es vom Kühler, glaube ich, da das, das Lüftungsrad da nochmal einhängen Am besten, wenn der Motor läuft, ersetzen Am besten, wenn er läuft, glaube ich, dann geht es am besten dran Genau, der Propeller Bei dem Ding aufs Kennzeichen auch Das ist die Ansaugrücken Schmuckkupfe von 1954 Da haben wir es schon gebaut von BMW Du musst am besten bei laufendem Motor dran tun, dann hast du nämlich keine Finger mehr Wurde damals auch bei Dampfmaschinen verwendet, um den Dampf zu streuen Ich dachte, BMW verwendet seit dem E46 nur die Schmuckkupfe von 1960, nicht die von 1954 Ja, das Facelift hat die spätere Version, ja, da haben sie recht Da sind sie dann doch draufgekommen, für Facelift immer die andere Ja, ja, so ist das Wir müssen gucken, dass wir gleich, wir müssen gleich noch Erdgas tanken Ich glaube, der ist bald leer Ja, ich dachte, Kerosin Ich dachte, bei mir fährt der mit Rapsöl Methan? Nee, äh Was war das nochmal? Ah, und AdBlue, AdBlue müssen es noch nachfüllen Ah, nee, äh, also die Kühlerflüssigkeit, das ist auch, äh, U-235 aus dem Reaktor 4 in Tschernobyl, habe ich gehört Ach, mit dem Reaktormotor hinten drin Ja, genau, mit Reaktormotor BMW hat sich da gedacht, so, hm, da wird, äh, wird er extra schnell, wenn er mit Reaktorflüssigkeit aus dem vierten Reaktor fährt Ja, natürlich Wie die das rausgeschafft haben, ohne, ohne verabredet zu werden, weiß man nicht Na Aber man fragt nicht nach Natürlich nicht, nein, nein Ja, ich, ich mach immer AdBlue, äh, da rein, wo das Scheibenwischwasser drin ist, weil es auch blau Dann nicht mehr so, ich tu, ich tu da blau rein, wo blau rein gehört Da war blau drin, tu ich blau rein, fertig Richtig Aber schau mal, man sieht, der hat Alarmanlage, siehst du am Rückspiegel, siehst du Und der rote Knopf, Alarmanlage Was ich nur traurig fand, dass den, dass den fast niemand haben wollte Ich dachte, mehr Leute haben so eine Kindheits-Sirene Ja, du, ich war auch komplett, ich war komplett baff, weil ich war eigentlich, das war der einzige Wagen, wo ich gesagt hätte, will ich haben Der einzige von den ganzen Autos heute Ich sag ganz ehrlich, ich hätte mir den zurückkaufen können, ich hab schon gedacht, ich stehe auf und kaufe mir den, aber ne Und ich hab den gesehen und dachte mir, oh, das ist doch meiner Mal gewesen, ja, ne, ne Ja, das ist halt ein Oldtimer schon, ne Naja, Oldtimer nicht, Youngtimer Ne Bisschen Der ist noch aus den 2000ern Oldtimer Ich dachte, das ist 1988, habt ihr doch gerade gesagt Gibt's da nicht spezielle Kriterien, dass du Oldtimer sein Ich dachte, das sei ein Kriegsfahrzeug Ich glaube, er wird, er wird noch zum Youngtimer, er wird Es ist noch nicht ganz da drin Das ist Also E46 ist noch nicht ganz Youngtimer, glaube ich Der braucht nur ein bisschen Und Oldtimer braucht er noch sehr lange Das muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken Ja, aber ihr habt doch gerade gesagt, seit 9 Wie haben die das Auto dann erst baut, oder was ist das? Das würde mich jetzt wirklich interessieren Bist du so lost? Glaubst du das jetzt wirklich? Nein Ich dachte gerade, ich dachte gerade, er meint das ernst, Alter Ich dachte gerade, 80er, E46, man kennt ihn Ich weiß nicht, wie alt der ist, deswegen muss ich das Ja, natürlich, 2001 2001, er war ja, oder? Wie viele Stücke gab es von dem nochmal? Waren das nicht irgendwie 10 oder so nur? Von GTRs? Ganz wenig Lustigerweise, im Internet findet man GTRs Für 250.000 Euro Umgerechnet in Dollar Wären das so um die 300.000 Dollar Der E46 ist ein 90er Fahrzeug Das ist richtig 1999 vielleicht, kann das sein? 98 98 Ich dachte, zwei Einser Ne, der Der Base E46 ist von 98 Ah Ja, aber der, ich meine es ist ein GTR Wann war denn der? 2001, oder nicht? Da muss ich jetzt gucken Bist du vorne fertig, oder? Ja, ja Warte Ach, das ist eine Spezialversion Ich glaube nämlich, das war 2001, oder 2000, irgendwie sowas Hat der eigentlich auch DSG? Keine Ahnung Das war sehr schön Hat der, hat der, hat der, hat der, hat der eigentlich schon autonomes Fahren? DSG, der DSG ist ja von VW, das wird eh keinen Sinn geben 2001 Ah, da war ich richtig Ah, da war ich richtig Weil das ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben Wegen, äh, Most Wanted, das der 2001er Baujahr war Das ist mir hängen geblieben irgendwo Ist richtig Ja Gott sei Dank, schau mal Der Auto-Verrückte, ja Ist richtig Der Profi Der Profi, die Ja, ist halt schwierig, weil du, äh, man, der ist ja erst so wirklich bekannt geworden Ja, aber sag mal, wie viele Stück gibt's jetzt da von 10? Ich sag jetzt mal 10, 20, maximal Perfekt Hüftisch Der Rekki Peder sagt doch auch nix, weil Wie, wie viel kostet das? Das kostet 2300 Dollar größer Ok, jawohl Bitte ne Rechnung ausstellen, wär super nett von ihm Ich bin da nicht mehr allzu stabil mit meinem Ja, geil Ich weiß, ob das dann Kopf ist, da vorne Der ist so ungeduldet, ich denk nicht Das, das Auto hat mir alles gekostet Ich hab noch auf meinem Konto 740 Dollar Und 1000 Dollar hab ich noch dabei Dankeschön Ha Ich hatte auch fast nix mehr, nachdem ich den gekauft hatte Ja Tuning wurde mir auch spendiert War ich so broke? Jawohl, Dankeschön So, aber weißt du, was man mit dem Auto immer machen muss? Ganz wichtig, ähm Die Fenster alle öffnen Das ist ganz wichtig, dass man schön rausguckt Und mit der Delegierung drauf, nur dann ist es für mich, ne 46 Also meinst die hier? Ja ne Ist das noch die Farbe mit der gekauft wurde? Ne Bei mir Ich hab umlackiert Bei mir kommt der Was kommt? Hallo? Man kann sie gerade nicht hören, der Herr Ich glaub er meint die Farbe Weil wir den ja umlackiert haben Achso Ja die Farbe, wir haben es umlackiert, wir haben es silber lackiert Davor war der so schwarz Was? Was war der original eigentlich? Nochmal grau oder silber? So ein bisschen schwarz-silber war der Ich muss sagen, ohne Spoiler finde ich den sogar tatsächlich geiler als Oder meinst du den originalen? Ja Muss ich mich vorbereiten? Also den 46 GT, aber was war der original nochmal? Seht die nach ganz aus? Silber Ja Da ist der andere Schau da drieben so Boah Ja So war der Von der Farbe So helleres Dings Ich hab den jetzt ein bisschen dunkler gemacht Super Ach den Kelten Doch Mit der Farbe können sie hinkommen sogar Ja Ja Ich finde den Unispoiler auch geiler Keine Ahnung Ja oder wenn nicht mit der Pommes Zeke Sondern mit dem wirklichen BMW Spoiler Genau Ja Ja weil der Starkel macht trotzdem irgendwas her finde ich Die Form Ja trotzdem geil aus Ist ja nicht so übertrieben grau Genau Jawohl Ja Boss Dankeschön gell? Danke Tschüss Schau mal wir hatten den Wagen gekauft Hallo Ja ich schau mal danach Alles klar Dankeschön Sag mal wo haben sie das ganze Geld? Dass sie sich die ganzen Autos leisten können? Ich Ja was arbeiten sie? Äh Unterschiedlich Ja sagen sie mal was machen sie denn? Das tue ich jetzt hier bestimmt nicht öffentlich verbreiten Ne sagen sie schon was machen sie? Äh zum größten Teil tue ich äh kochen Ah so ein Koch ok verstehe Spaghetti Ich hab jetzt noch Und ich hab jetzt noch 600 äh Päckchen Boah Na gut Schau da vorne ist die Ente Wo? Da vorne Süß Aber da möchte ich eh nur bewerben Warte mal Warte mal Deiner fährt auch keine 300 gell? Ähm Naja nicht ganz Ich krieg aber Am Markt stehen auf 293 Ja ja Warte mach ich Entchen Wack 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 Aber ich muss immer nachrennen Warte mal Entchen Ich will auch noch kram Hallo Hallo Später Hallo Scusi Wie viel fährt der E46 GTR? Der fährt keine über 300 gell? Ich hab schon gehört Ich hab schon gehört Dass sie gestänkert haben Ja ich hab schon gestänkert unten Ich hab schon gestänkert bei den Kollegen Ja 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 So eine Mafia So eine Mafia So eine Mafia Das ist alles Alles einfach hops neben hier Alles verurschen Nach Strich und fahren Boah aber ich schwöre Das Ding ist schon heftig geil Ich schwöre jetzt Beste Kauf über West Du denkst über eine Mille hätte es mit Tuning gekostet Ich hab 745 gezahlt dafür Und die 7000 Dollar Eintrittskosten Die darf man nicht vergessen Wie teuer kostet der normalen Wenn du den kaufst Wenn du den kaufst normal 800.000 Und dann mit Tuning kommst du auf über eine Mille Also ich hab ein Steppchen gemacht Also deshalb hab ich auch zugeschlagen Weil den keiner wollte Und ich hab mir gedacht hab Gut dann kauf ich den Aber das ist auch geil Ja passt doch ne Muss ich nur noch ein geiles Kennzeichen drauf machen Was sagst du? Musk Wanted oder so? N-F-S-M-M-W Meinst du nicht das hat schon wer? Ich schau mal Ich tank den mal schnell auf Und dann schau ich Schön das der nicht kaputt geht hier Hey yo Goebbels Jo Ich schau mal welches Kennzeichen Der Originale drauf hatte N-F-S-M-W steht drauf ja 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 Fahr mal neben mich Mach mal ein Tempomat auf 100 Ja Ja Ich mach mal Ich probier mal Also ich müsste mal hier reinsetzen Stimmt Da war ja was Ich zähle gleich runter Dann machen wir gleich über den muskelgefixten Tempomat aus Probier mal Welcher Wagen dann besser beschleunigt Ja einmal ganz kurz vom Gas Fahrwerder Das hat schon wer So ne Scheiße Na Ja klar Ja oder Ist halt naheliegend Ist das runter oder wie? Benni So runter zählen 3 2 1 Go 3 2 1 Go 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 Boah, ich dachte es wäre vergeben Bruder, ich dachte es wäre einfach vergeben. Schaut, er macht Foto, guck! Er macht Foto! Guck mal. Er ist, äh, also nach der Vergangenheit. Wird grad vorgemacht vom Auto. Ey, ist doch geil, Kennzeichen Police. Irgendwann weißt du, Need for Speed? Ich bin ja Most Wanted, hau mal Police hinten drauf. Solange es nicht vergeben ist. Ja, aber die anderen, warum alle vergeben, oder wie? Ja, also ich hab geguckt, äh, ich wollte ja Need for Speed Most Wanted Kennzeichen draufballern, aber... Äh, geht die da? Das ist halt nicht so geil. Hallim, Hallim! Jetzt schau ich nochmal wegen der Ausfahrt. Aber ey, was sagst du dazu? Also ich finde den Wagen geil. Doch, doch, der ist sexy. Meine Kasse ist halt komplett leer, aber... Von 4.000 Dollar will ich irgendwie wieder zurück aufs Konto zahlen, aber das schaffe ich schon irgendwie. Geld ist nur Papier. Also soll ich mal zur Polizei fahren und fragen, ob das okay ist mit dem Kennzeichen? Da hinten war doch gerade einer. Ja, ich dachte nicht. Ich muss nur wegen Waffenschein gucken, dass ich mir beantragen kann. Warte mal gucken, weil Waffenschein ist ausgelaufen. Waffenschein? Wann sehen. Nee, ich hab nur Hunting Lizenz, ich musste eh mal hin. Ich frag mal schnell nach, vielleicht das wer da. Was? Es gibt ja kein Gesetz, wo sagt, dass ich nicht darf, oder? Warte mal. 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 Alter, wirklich. Sorry, nee, ich kann kein Auto fahren. Ey. Ich hab den erst reparieren lassen. Ich bin blank gezogen. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab, ich schwöre, ich hab kein Geld mehr. Ich hab 1000 Dollar und 700 hab ich noch auf dem Konto. Ich kann das erklären. Ich kann das auch erklären. Der Wagen wurde gerade repariert. Wo ist hier ein Parkplatz, Peter? Jetzt frag ich mich auch, wo ist hier ein scheiß Parkplatz? Wer zahlt mir das jetzt? Sag mal, kannst du die Tür anschrauben? Geht das? Da zwischens drin. Gib mir mal deine Konto. Ich war nämlich gerade drüben. Kannst du mir die Tür bitte anschrauben, geht das? Oder muss ich dazu jetzt rüberfahren? 6,50 und Döner. Nee, Spaß. Dann muss aber sie zahlen. Ich zahl das nicht. Ich hab kein Geld mehr. Ich bin wirklich komplett blank gezogen. Ich zahl das dann. Ja, die Tür muss wieder ran. Die ist weg. Die hast du abgerissen. Hast du ein Schweißgerät dabei? Ich hab, du musst das wieder anschweißen. Das ist ja komplett kaputt. Kami, ich hab... Ja. Oh, ich schwöre dir. Weißt du, dann fährt die Lamborghini. Weißt du? Sie fährt eine Lamborghini und kann nicht einparken. Sie kann nicht einparken. Schau mal, wo du parken wolltest. Auf dem Streifen. Es gibt einen Grund, warum hier ein Streifen ist. Und warum hier nicht ein Streifen ist. Das ist ein Parkplatz. Der Streifen ist kein Parkplatz. Da kommt ein Twingo rein, ne? Wir wissen mal mit dir zusammen. Boah, Alter. Ja. Ja. Die Sache, jetzt hätte ich ein bisschen Geld dabei. Ja, ne? Safe. Aber du musst nicht für die Lezentriere abzahlen. Es ist gut die Ex-Musement. Sind sie Polizist? Nein. Ach so, sie haben... Ach, sie sind Securities. Ja. Ja. Aber warten sie mal kurz. Hm. Okay. Verstehen sie mal bitte kurz stehen. Ja, okay. Nicht wegrennen. Ne, ich renne nicht weg. Sie haben ein schickes T-Shirt, der Herr. Dankeschön. Bitteschön. Äh, worüber geben sie mir 10.000 Dollar? Ich hab gerade gehört, dass sie nichts haben. Ich spende gerne. Also bitte, ich nehm keine Almosen an. Nein, nein, behalten sie es. Hallo, ich hab grad ein Auto für über 700.000 Dollar gekauft. Ja, ich weiß. Ich war bei der Auktion dabei. Alles gut. Warum geben sie mir... Sie können mir nicht einfach 10.000 Dollar geben. Doch, alles gut. Behalten Sie es. Ich geb ihnen den Gegenzug, geb ich ihnen was. Warten sie. Sie kriegen den Gegenzug, sowas von mir. Sie kriegen eine Pizza. Sie kriegen Sandwich. Oh, jetzt hat er. Hoppala, wer hat denn jetzt das von mir bekommen? Wahrscheinlich Petter. Ja, ja, ja. Warum krieg ich jetzt wieder 10.000? Warum geben wir hier alle ins Geld? Ich will kein Geld. Weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich verdammt, einen Waffentast bezahlen sollst du ohne Geld. Ja, ich auch stimmt mal. Das ist mich auch zu haben gefallen. Oh, guck mal. Hast du das gerade gesehen, wie das durchgeraten ist? Oh, ne. Ich geh mal schnell rein. Ich frag mal schnell. Ja, jetzt fühl ich mich scheiße. Ich bin nicht richtig kacke, Alter. Guten Astrid. Na? Ist jemand da? Weiß das wer? Ich hab grad das Bett geschickt. Achso, okay. Schon gewusst, dass diese Kaffeeautomaten richtig schlechten Kaffee haben, aber man sich immer trotzdem einen holt. Mh, lecker. Kaffee aus der Dose aus dem Automaten. Mh. Mh. Oh, wie das duftet. Oh. 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 Das zwiebelt richtig rein. Oh, das zwiebelt. Oh, wie das. Oh. 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 Ich gebe dir jetzt da rein. Boah. Oh. Oh, so. So. Ach, der war lecker. So. Mal's geschafft, gell. Warum sind Sie eigentlich hier? Oh, um mich zu schützen. Was kaufen Sie? Waffenschein. Ach so, ich auch. Wir kommen im Club. Vielleicht von uns. Ja. Ja, das weiß ich aber. Ich frag ja, warum er hier ist. Ach so. Wir haben doch vorhin auch schon geredet bei der Dingslbumsen. Ach so. Aber ich weiß den Namen nicht. E.T. Czovic. Wie? Czovic. E.T. Czovic. Du bist aber neu, ne? Mhm. Ja eben, deshalb kenn ich ihn nicht. Zwei Wochen. Also ich weiß schon, dass er dabei ist, aber ich wusste jetzt seinen Namen nicht auswendig. Gleich krumm fahren nach Ferrari. Wobei ich muss sagen, ich tu mir trotzdem immer sehr schwer, weil... Jenkins kenn ich. Bauern Jenkins. Auch nie gesehen, Jenkins. Dann haben wir noch den... den Habub haben wir noch. Sag mal den... den... den Dario haben wir auch noch. Herrn Walker haben wir noch. Dann haben wir noch den... Herrn, Herrn, Herrn... Ach wie heißt der nochmal? Der Stinkende, der kleine Stinkende mit dem Bart und dem Hut. Fällt mir grad der Name nicht ein. Olli? Nein, doch nicht Olli. Ja gut, Olli haben wir auch. Gut, über den reden wir ja nicht. Äh... Wie heißt der denn, der kleine? Ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge mit Herz. Ein kleiner Junge mit Herz. Sie wissen schon. Der in Ananas ganz viel mehr. Den meine ich. Ach komm, wissen Sie schon. Der Vize. Ach so. Der ist doch so abgehoben. Der hat eine Fluge allein. Was? Unser kleiner Spongebob. Freddy, ich weiß, es tut mir leid. Ich war so gemein's dir. Ach so. Freddy, komm heim. Freddy, es tut mir leid. Ich war gemein. Das ist der perfekte Lied für Freddy. Ach, machen Sie mal Ihren Job und kommen Sie mal runter zum Krisen. Ich dachte, du meinst den mit der Fluglein. Wir heben ab. Mit uns heben sie ab. Oh nein, nein, nein. Aber ich hab gehört, Freddy ist hier auf Montage. Hab ich wieder gehört irgendwie. Ach so. Jetzt wäre er ja da, der Freddy. Ne, also ich weiß natürlich, dass ich. Sein Name ist mir eingefallen. Ich hab nur überlegt, ob ich jetzt. Ob ihr selber draufkommt. Aber irgendwie ist keiner drauf gekommen. Lisa, schade. Hey, yo Lenny. Hey, yo. Kommst du mal fix ins PD rein? Hey, ja. Ist hier mal fix ins Gabe? Jawohl. Ich hab 20.000 Dollar auf der Straße geschenkt bekommen, by the way. Ich bin sehr überrascht. Über die freundliche und Nettigkeit der Menschen hier. So, warte mal. Vielleicht haben die Angst vor dir. Deshalb geben die dir Geld. Genau. Angst. Angst. Weil ich da draußen zusammengeschissen habe, wenn man ins Auto gefahren ist. Ja, ja. Dafür krieg ich Geld. Einfach keiner kommt, ne? Es kommt einfach wirklich niemand, ne? Du brauchst einmal jemanden hier und es kommt keine Sau. Hallo. Nein. Kein Wunder, dass Mission Row einstellt auf Google. Google. Wer, du Katz? Ist nie jemand hier. Kannst 50 mal klingeln. Ich werde sie anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Schau mal. Verkauft schon irgendwer sein Auto? Ach guck mal. Lass mir das Bein schießen, dann kannst du wirklich anzeigen. Vielleicht ist das Ding. Dahinten laufen die ganze Zeit irgendwelche Cops und keiner kommt her. Muss ja auch. Es gibt doch kein Geld für die, die wissen, dass sie noch Fragen gestellt werden. Verkaufe Fulltuned Camaro. Verkaufe meinen Fulltuned Lamborghini. SVJR für 85.000, Neupreis 550.000. Ist das der, der vorhin versteigert worden ist? Hat er den gekauft und verkaufen direkt wieder? Welcher? Ja guck mal hier. Noah Davis. Da sucht jemand Ferrari Testarossa. Natürlich. Also wenn der jetzt nicht von Dresden kommt. Ach. Ich komme von Dresden. Woher kann ich Ihnen helfen? Äh, ich wollte den Waffen scheinbar antragen, meine Sperre ist abgelaufen. Wuhuhuhu. Wollen wir einen Personalausschuss bitte? Guck mal, jetzt ist eigentlich jemand da. Das ist Frage, der Personal ausschweist? Oh, jetzt habe ich den Willkommen, sorry. Komm mal, stell dich mal mit. Ne, kein Ausschweist. Du bist 1,83. Ich bin 1,80. Wir sind gleich groß. 3 cm machen nichts aus. Sind sie äh... Kennen sie unser Waffengesetz? Sondern muss ich sie einmal aufklären für. Ich habe es in der Monat später vergessen. Wollen wir mal, ob ich einen Waffenschein kriege. Freddy! Haha, Freddy ist auch dabei. Da sind wir was, die sind da los. Ja, ja. Also was mir eingefallen ist heute wegen Freddy. Ähm. Ähm. Freddy, äh. Freddy, äh. Nicht Freddy Krüger. Äh. Freddy Faulig von, ähm. Dings. Sind alles illegal. LazyTown. Der Schauspieler ist leider schon verstorben. Der tut mir so leid. Das war so ein guter Schauspieler eigentlich. Ähm. Die Rolle ist so gut gespielt. Freddy Faulig. War eine gute Rolle. Ich fand, ich hab die mal cool gefunden. Das war, das war so ein richtiger, äh. Ähm. Offenes Tragen einer Waffe. Antihilo irgendwie. Genau. War trotzdem irgendwie nett. Ähm. Joa Burnett. Danke fürs Hitler. Sindsrechte Foto. Einfach ein Euro. Sindsrechte Foto. Du bist der beste YouTuber der Welt. Ach kurz, geht raus. Michelle Wand. Auf einen Idealen-Stream kannst du mich grüßen. Muss mal Michelle Wand. Gut. G4Firefighter. Dank fürs Resub. Dann Conche Bonche. Hat auch ein Resub raus. Der Floh haut ein Euro raus. Äh. Ich selbst. 1-1-2-2. Der Getriebe-Sand muss auch gewechselt werden. Das stimmt aber auch. Philippe, kannst du mich aus dem Chat entbannen? Ich hab mal schon ein paar mehr. Wenn du im Chat gebannen bist, wird es so einen Grund haben auch. Ich kann leider niemanden einen Bannen aus dem Chat. Kann ich nicht einfach easy peasy so machen. Sieht aber gut aus. Check hier eine Kleinigkeit. Also das wäre ein Vogel mit meinem Mann. Äh. Haben sie 500 Dollar Bar dabei. Die werden dann automatisch abgezogen. Ja. Schau mal, ob das klappt mit dem Waffenscheinchen. So, bitteschön der C-Rage. Den Ausplatz auch wieder zurück. Dankeschön. Perfekt. Dann tragt er eben ein und dann wartet er. Alles klar. Ich danke Ihnen. Braucht noch ein bissl. Das ist der Sound auf der Spende. Okay. Auf. Oh, der nächste ja. Hä? Ich? Achso, Entschuldigung. Ja. Und zwar folgendes. Ich habe auf meinem Fahrzeug ein Kennzeichen drauf. Da steht Police drauf. Es gibt ja keine Regel, die sagt, dass das nicht legal ist, oder? Ja. Schon fertig gedrückt? Also es ist legal, oder? Wenn ich Police auf meinem Kennzeichen habe. Keine Regel, die sagt, dass das ist illegal. Solange sie keinen CXM-Kennzeichen haben. Ne, habe ich nicht. Perfekt. Zweite Frage. Ich wollte fragen wegen meinem Waffenschein. Der wurde mir schon vor Monaten mal abgezogen. Wollte ich fragen, ob ich den wieder beantragen kann, oder ob der noch aussteht. Dann bräuchte ich ja meinen Personalausweis, dann gucke ich ihm nach, ja? Ja, bitteschön. Musst du euch ein bisschen weggehen, sonst krieg ich ja den Schinken nicht. Dario. Komm jetzt an. Oh, tschuldigung. Ja. So, haben sie bekommen? Äh, ne. Jawohl. Ah, jetzt habe ich ihn bekommen, ja. Gut, Dankeschön. Schöne mal eben nach. Also, sie könnten einen beantragen, es ist keine Sperre ausgeschrieben. Oh, gut. Perfekt. Also, wollen wir doch Trink machen, ja? Ja, bitte. Sie haben gerade zugehört, wie das alles funktioniert? Ja, natürlich. Ich weiß auch, die Waffenrechte und alles, äh, auswendig, alles gelernt. Was ich bei mir haben darf, was nicht, wie ich das tragen muss, wie nicht. Natürlich nicht zugehört. Wunderbar, das sieht sehr gut aus. Äh, auch für Sie, 500 Dollar Bar dabei, die werden automatisch abgezogen. Jawohl. Die Startzeit, die wäre? Äh, 294. 294. So, dann haben wir das auch. Bei den Personalausweis zurück und den Baferschein, ne? Dankeschön. Alles klar. Danke, wiedersehen. Jawohl, tschüss. Tschüss. Schöne Hand noch. Ebenfalls, tschüss. Hat geklappt, jetzt darf ich endlich wieder die Glocke mittragen. Schön. Super, wenn der wüsste, dass ich ne 18er dabei hab. Ui, warte, ich hab da was mitbekommen. Wir müssen mal, komm mal mit, schreib mal ein. Und was? Wir müssen mal beim PD vorbei schon. Ah, wir sind besser am Hauptplatz. Da drin gibt's anscheinend ein Camperproblem, da fahr ich schnell rein. Ja, warte, ich check da schnell ab hier unten. Wir haben hier unten ein Camperproblem. Ach du Heilige. Ach so. Das hat grad ziemlich gemädelt. Ich glaub das war das. Schau ich mir das schnell an hier unten. Guten Astrid! Hallo! Hallo! Du musst dich umziehen, glaub ich. Ja ne, ich wollte das mit nem Camper hier machen. Die haben hier ein Problemchen, hab ich gehört. Ich bin, äh, Experte in dem Gebiet. Ja, ich dachte du wirst deine Arbeitskleidung anziehen. Nein! Was war meine Arbeitskleidung? Ich bin, ich, ich arbeite hier noch nicht. Ne, ne, die, unsere, die Arbeitskleidung. Ne, 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 ne. Guten Tag. Hallo! Wir sind hier wegen dem Camper. Ich bin, ey. Ne. Der glaubt uns kein Wort. Wir müssen hier reden, äh. Ja. Ach, wurde der Camper schon weggemacht? Na klar. Ach so, ja gut, da fahr ich wieder. So. Uiuiui. Wie peinlich. So. Oh mein Gott! Ja, super. Ach so, wirklich. Entschuldigung. Da unten gab's gleich ein kleines Problem mit nem Camper, den wir wegmachen mussten. Wir kriegen leider das andere Tor nicht auf. Ah, gut, okay. Ja, ja. Ist ja auch, glaub ich, die Einfahrt. Ja, ist es auch. Ich bin grad falsch gefahren, weil unten, äh, Ding nicht offen war. Aber mir ist nicht viel passiert. Im Auto auch nicht. Ja, ja. Ist ja auch, glaub ich, die Einfahrt. Perfekt. Ja, gut. So. Ich frag mich schon, ob ich mal angehalten werde mit meinem Kennzeichen und irgendwann mal vorwerfen möchte, dass ich, äh, das Kennzeichen nicht haben darf. Als hab ich mich abgesichert, immerhin. Mir das mal aufgeschleppt. Mal abschleppen lassen. Ich brauch noch nen Neon-Controller, wenn mal einer weg ist. Ja, ich hab immer noch einen. Ich kann immer noch einen geben. Willst du mir den, willst du mir den geschenken? Ach komm mal, gib ihn mir. Ich geb dir Geld dafür. Was willst du haben? Nee, musst du nix geben. Ich hol mir einen neuen. Ah, komm. Du kannst das mir doch im Auto geben, oder nicht? Wirklich? Ja, ja. Das geht. Okay. Sollte funktionieren, warum nicht? Warte, ich probier's mal. Ich geb dir mal nen Sandwich. Na, siehste. Dankeschön. Ich reich es dir. Ach, schau, wie das hier aussieht. Ich will's doch nicht alle anmachen. Ach, das ist schon geil. Weißt du, das hat wirklich alles gemacht an dem Wagen. Das ist geil. Ach, schau. Hat was. Das fetzt schon, oder? Das ist einfach schon mies. Jetzt noch grüne Flammen oder so hinten raus. Das ballert, ballert schon hart. Also pass mal auf, ich fahr da mal ein bisschen vor. Ah, der fährt aber schnell. Wir sehen uns im Häfen. Mhm. Rechtsüberhauen. Da darf man ja im Ami-Land, ne? Ah, ok. Ich hab's hier durchzogen. Ja, da darf ich mich irgendwie anhalten wie ein Kennzeichen. Das war eigentlich alles. Aber irgendwie, als ob wir blinkende Licht anmachen, das wir aussehen wie, oh, ich hab ne gute Idee. Apropos blinkendes Licht. Pass mal auf. Jetzt kommt's. Ach so. Ich glaub, dann geht's nicht lang. Ja, schau, jetzt passt's doch. Die Hundepolizei. Boah, sieht schon geil aus, schnell abbauen. Hat keiner gesehen. Aber warte, blinken. Ich will jetzt mal gucken, außer wie der Ding blinkt. Das würde mich interessieren. Den Blinker hab ich vorhin 15 Minuten gesehen bei Werkstatt, weil du im Kopf warst. Ach, den Blinker meinst du? Ja, ich, ich mein jetzt. Ja, das den die ganze Zeit abends hat so getriggert. Ich mein jetzt das blinken hier. Adees, ades. Was gibt's denn hier alles blinken? Blinking. Das ist geil. So, das jetzt schneller machen. Boah, das feier ich. Jetzt ist schon Baba-Mobil, hä? Ja, jetzt ist es Baba. Komplett illegal unterwegs, aber sieht so geil aus. Aber vielleicht schafft er jetzt hier die 300. Auf gut Glück. Ich mein, wir haben LEDs angebaut. Bei PCs ist es auch so, je mehr LED-RGB-Beleuchtung, desto besser. Ja, wollte ich grad sagen. Boah, alter, kurz noch vor Blitzer, ey. Das bringt Minimum 500 PS. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Ich steh mal vor, der fällt jetzt schneller dadurch. Bis dann, das wär schon... Das drück ich ihn mal. Vielleicht musst du auch diesen Mini-Spoiler von Wish bestellen und den hinten draufkleben. Den Mini-Spoiler von Wish. Ich glaub, der bringt sehr viel... Du kennst den, diesen kleinen. Ja, klar. Ja, ja, diesen ganz, ganz Mini-Spoiler mit so doppeltseitigem Klebeband draufklebst dann. Oh, er fährt aber schneller. 2,95 auf der Strecke bin ich voll nicht gefahren. Achso, ich bin ja vorne abgebremst vielleicht, das kann sein. Ich glaub, du wirst erst hier Gas geben. Ja, ja, stimmt, deshalb auch, ja. Ja, dieser Mini-Spoiler ist heftig. Das ist heftig anders, geil. Der wird schon da ein Force geben. Und jetzt noch mal den Hubbel mit und jetzt komm, zack. 2,93, 2,91. Ganz knapp. Naja, aber ich komm nicht auf die 300 auf der Kran, das geht nicht. Aber ich kann mal probieren. Ah, wobei andere Strecke, da zeig ich so viel Geld, weil da der Blitzer steht. Das ist schon da schon durch. Ist doch geil. Aber, äh, Ding ist am Anschlag. Tacho. Äh, ich bin weiter gerade rausgefahren. Der Lieder überdreht schon. Ja. Der Lieder geht woanders lang. Es geht auch so lang. Es kommt noch dreimal an der Umdrehung. So, wenn der Batei hole fährt, ja. Ja, komm, jetzt zieh das Ding. Komm, 300. Oh, so knapp von drei Uhr mal. Ja, jetzt nicht mehr. Es ist 270. Ja, obenrum braucht der ein bisschen, ne? Obenrum geht gar nichts. Bei 270 und du normal fährst, so ist echt schlimm. Aber 284, ja. Bitte fahr nicht in die Tonke, bitte. Ich würde interessieren, ob der Typ ist da, schneller ist als wir. Boah, Alter, sieht das geil aus. Warte, da mach ich mal ein Foto von. Das sieht richtig heftig geil aus. Vor allem mit dem Unterboden. Ja. Ei, 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 ei. Das schallert geil. Ich glaube, der sehr schnell das will. Elektro halt unten rum vielleicht schneller. Moment, da, ja. Boah, Alter, der zieht. Ja, untenrum ist halt Elektroenergie direkt da, ne? Boah, Alter, der zieht. Wir sollten dann eigentlich Endgeschwindigkeit aufholen, oder? Eigentlich schon, ja. Na, schauen wir mal. Theorie. Theoretischer, ey, wir holen auf, glaube ich. Oh, der fährt gerade einfach scheiße. Ich glaube, wir holen auf. Ja, wir holen auf. Ziehen wir an dem vorbei, pass auf. Ding. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wie er verblieb gezogen hat. Ich glaube, ich habe ihn bei ihm nicht erwischt. Ich glaube, ich habe ihn bei ihm. Ganz schnell weg. Wofür er eine Versicherung anrufen möchte wegen mir. Da ist auch eine Scheibe rausgeflogen bei ihm. Ja, da ist eine Scheibe rausgeflogen, glaube ich. Das war der Scharr decision. Ja, man. Ja, man. Du weißt du, ich fahr da so ein Rindschicht, der sieht, dass ich hinter ihm bin. Aber ja, wir sind abgezogen. Der ist Elektroauto. Oh, ich vergiss das aber so ne Dinges. Ja. Gar nicht schlimm. So, ich probier's nochmal auf 300 statt einwärts. Und mal drücken das Ding und dann... Ja, aber trotzdem ist halt trotzdem kein richtiger 300, auch wenn er das da packt. Ja, er hat ja gesagt, er geht ein bisschen weit über 300. Also wirklich drüber so. Aber er wurde sich ja schon beschwert und gemotcht hat. Also es wird höchstwahrscheinlich ein Software-Update geben, denke ich mal. Ich muss so lachen, als er gesagt hat. Vielleicht gibt's da ein USB, da muss ich so lachen. Alteres Verkäufer. Gibt's bei dem Ding schon OBD-Stecker eigentlich? Weiß das ja? Wahrscheinlich schon. Aber ich nehme eher an, wenn er mein Steuergerät hat. Das hat einfach USB. Jetzt aber komm. Zieh, zieh, zieh. 288. 289. Oh, jetzt da durch und dann sollten wir auf die 300 kommen, wenn wir da runter sind. Schauen wir mal. Ja. Ich fahr jetzt zwischen Blitzer durch. Ich scheiß da drauf, ihr Geld geschenkt bekommen. Ja. Dann kann man's ja benutzen. Ist ja viel. Die Wissenschaft. 295. Der kratzt nur, warum, ne? Der wird nicht schneller. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 12. Ah, das kann man sich auch mal gönnen. War aber ein kurzer, teurer Spaß. Scheiße. Ja, wegen deinem Foto. Ja, er hat gern ein Foto auf mein Foto, glaube ich. War ein kurzer, teurer Spaß, weil ich da rausgedüftet bin oder so irgendwas. Welche Waffen an ihr bitte wollt? Äh, sie muss noch mal tanken, ich bin wieder leer. Wir müssen die Bremsen noch manipulieren, damit es die Versicherung zahlt. Ne, warte, ich mach schnell das Rüttlicht kaputt, das zahlt die Versicherung sicher. Ah, ne komm lass das lieber, das sind einzigartige Rüttlicht, das kannst du nicht machen. Jetzt wird die Bremsschläuche rausreißen, das ist nicht mehr bremst. Das ist halt echt. Man sieht, weißt du, man sieht genau da, wo ich in die Palme rein bin, man sieht es genau. Da steckt sogar noch ein Stück. Und so, rät weg. Hallo. Einen von euch könnt ihr gleich oder, beziehungsweise könnt ihr euch dann kurz fahren. Ne, warte, ihr könnt euch. Nein, ne, rütteln, ich weiß, rütteln. Ja, ne, wir sind eh gleich hier, alles gut. Dankstelle, bitte. Heilige Scheiße. Ich glaub, die Batterie gehört mal gewechselt. Ja, ja, heilige. Guten Tag. Hallo. Hallo, ich bin Cedric. Ich glaub, da kämpft die Fugol am Lausharzt. Das war der Insta-Post gerade, oder? Ja, ja. Oh, um Gottes Willen. Mhm. Ja, die Palme war doch etwas härter, aber uns ist nicht viel passiert, Gott sei Dank. Wir waren beide schon angeschnallt. Nö. Aber wir sind mit 320 in die Stadt einwärts gefahren, bis da vorne so ein Auto war. Ja, das ist vielleicht ein bisschen drüber, ja. Ein bisschen. Ja, der steht auch noch dort hinten. Motor läuft, oder? Ich weiß, ich müssen sie testen, ich hab's nicht probiert. Probieren Sie bitte, steigen Sie mal ein. Achtung, gleich gehst du in die Luft, Cedric. Pass auf, Alter. Ich hab extra ausgemacht. Ach ja, für den Abschleppereich, sie fahren kurz rein. Aber auch ein geiles Teil der BMW. Schleift komplett jetzt. Ja, ja. Das ist schon das zweite Mal, total schaden. Aber das Problem ist, wenn du mit dem fährst, ne, wenn du so 300 fährst damit, dann ist er instabil am Ende, wenn du hier reinfährst in die Stadt. Ach du Scheiße. Ja, statt einwärts gefahrt, das war halt echt, wir haben nie mit so einer Geschwindigkeit, glaub ich, hier rein gefahren. Mit 320? Stell dir vor, wir hätten hier jemanden mitgenommen, das wäre ja fahrlässig gewesen. Ja, eben gesagt, ich war dort an der Kreuzung, wollte grad losfahren und irgendwie zwei Meter oder so vor mir brettert ihr hier durch. Also dann hätte ich, also ich sag's wie süß. Ich wollte den Blitzer damit nehmen. Also hättest du den nicht überfahren. Also eins kann ich dir sagen, ne, bis den Blitzer waren wir anscheinend schon bei 80, so hab ich untergebremst. Ich hab ne Strafe von 933, die war da hinten. Nur den Blitzer, also der war noch nicht hier. Oha. Dann hätte ich die Bremsschläuche aber sowas von rausgezogen, hätten wir einen überfahren. Sonst wären wir ins Häfengang. Dann hätten wir es wenigstens dem Autohaus anhängen können. Ja, Scheiße. Wir hängen irgendwie alles im Autohaus an, gell. Alles was geht. Die haben's verdient, eine Mafia ist das. Das stimmt, ja, das ist ne Mafia. By the way, Kennzeichen, die Police hatte noch keiner vergeben. Hauptsache mit Need for Speed Most Wanted war vergeben. Alter. Ich hab jetzt nen Kennzeichen, da steht die Police hinten drauf. Ist das nicht geil? Es wollte keiner als Polizist haben. Es wollte keiner haben, ich weiß nicht warum. Schau, schau, wir gucken. Ist auch kein Polizist oder so. Ey, schau, man sieht genau die Spuren, wo wir langgeschlittert sind, Alter. Guck. Man sieht's genau. Warte, hier ist es angefangen hier vorne. Ich guck mal hin. Man sieht einfach genau, wo wir ins Schleudern gekommen sind. Guck. Hier ist der gefahren. Und dann, schau mal hier. Hier ist er gebremst. Guck mir das bitte an, hier. Guck dich, ob das die Spur war. Weil hier ist immer dann voll ne Kanne reingeprettert. Geil. Einmal so geil. Er wird langsam der Alte. So. Ähm. Die Herren, wie kommt ihr zur Werkstatt? Mit ein Mann und Auto, oder? Auto. Auto ist schon ein Auto. Jawohl, passt. Okay. Jawohl. Nicht wirklich Wasser am Auto. Jawohl, danke. Eieieiei. Magst du dein Auto fahren? Oh Gott. Äh. Ich weiss gar nicht, ob ich... Ich würde eigentlich sonst schlafen gehen. Ja, also geh schlafen. Ich bin am Arsch. Dann geh. Geh, geh, geh. Der Unfall, das hat mir jetzt das letzte drückt. Ja, dann geh. Dann drück dir noch was rein. Ja, es gibt's gleich nochmal Spätzle und dann... Du Sau, du. Und dann... Du geiles Sau, du. Dreck Sau, du. Dreck Sau, du. Dreck Sau, du. 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 Kuchigarschli. Kuchigarschli. Weißt du was ich traurig finde? Oh. Das ist der Schöne, ja. Ich hab mich gar nicht gekuckt. Wir haben hier einen fetten Unfall gebaut und ihr seid gar nicht rüber gekommen. Ihr könnt froh sein, dass nicht viel passiert ist. Was? Oh Gott. Ich lache die noch. Oh. Aber viel passiert macht Spaß. Das Kennzeichen. Guck. Laufens doch ist gesund. Nö, ich geh. Ist mir lieber. Ich hab einfach Hentai das Kennzeichen gehabt. Was? Ja, guck. Ja. Ach so. Finden's mal Kennzeichen schön. Ah. Ist schön. Ich hab Police geholt. Was? Uwo. Da wär's ja Kennzeichen. Ja, was da steht da? Uwo. LOD320 auch nicht schlecht. Kommt mit dem Standard Kennzeichen. Outs. Werden jetzt Kennzeichen kontrolliert. Ja, wir schauen die Kennzeichen durch natürlich. Und Ilo. Chilo. Chilo. Also ist irgendwie als Standard hier bis auf der eine Woche alles raus. Was ist der, der die Staubsauger verkauft? Da hinten. Ja, ja. Bei uns gibt's Staubsauger, ja. Saugstaubbeutel haben wir auch im Angebot für 50 Dollar. Hallo, wollen sie den Saubstaubbeutel kaufen? Ne, wir suchen nach nur tausende Irmets. Blaulicht dann draus. Was haben wir da raus? Ich glaub glaub ich glaub da über die Brücke vor ein paar Sekunden. Wer ist über die Brücke? Die, 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 die. Die, die, die. Ich weiß nicht was da so lustig sein soll. Ja, ich hab die gesehen, die, die hat hier so ein bisschen sehr viel rumgefahren und irgendwie jemand noch angehalten, obwohl es kein Polizisten geworden. Das glaub ich. Wir haben alle gesagt, wie lange dauert das bitte, bis sie reagieren. Wir haben jetzt reingefahren. Ich mach mein Fahrradl ab. Ja, merci. Was ist denn da los im Phone, hörst du? Was machst du jetzt? Ja, Fahrradl holen. Kannst du mich nicht mal tschüss? Nein, ich warst mit meinem Fahrradl holen. Komm an! Hättst mich im Rehlen lassen. Das kommt davon, wenn man versucht mit Mario und mir ein Lid nehmen, wenn du willst. Was ist? Ja, was ist? Komm wir fahren. Das ist Olli. Klingelik, 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 klingelik. Das ist Olli. So, wir fahren jetzt Richtung Show. Wer mit seinem BMW flext, Alter. Guck ihn dir an. Komplett fehlerfrei, ohne einen Kratzer. Jetzt hat er einen Kratzer. Gönn ich nicht. Gönn ich nicht. Gönn ich nicht. So, jetzt fahren wir aber. Auf, treten die Pedale. In die Pedale treten, ja. Du musstest auch das Oberfahrrad nehmen. Oh, da ist ein Blitzer. Kommen wir da mit dem Fahrradl durchfahren? Ach komm, das schaffen wir. Einen 80er schaffen wir schon. Wobei mit dem Ding schaffen wir damit einen 80er. Von oben unten blitzt er nicht, oder wie? Ne, damit schaffen wir keinen 80er. Ne, von oben nach unten vielleicht. Aber ich glaube, das gedehe ich nicht. Mit dem Fahrrad kannst du es vergessen. Das Oma-Fahrrad. Hiiii. Also, ich probiere das dann von oben nach unten. Ja, habe ich. Ich fahre mit dem Rande, wenn du mit einem Schild vor dem Blitzer stehst. Das ist nicht verboten, solange du es mit eigener Kraft hältst. Cool. Kann ich für den Tipp. Das ist so unnützes Wissen einfach. Oh, ich probiere es mal. Oha, das stimmt gar nicht. Auf. Das Ding geht nicht schneller. Was ist das für ein Drecksrad, Alter. Hätte ich das andere genommen, wäre ich schneller gewesen. Ja, wieso nimmst du das? Ja, weil es dreckig ist. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh. Oh. Es klappt nicht. Es ist fest gewesen. Ja, es klappt nicht. Es ist dreckig. Dreckig. Schmutzig und dreckig. Dreckig. Scha, scha, scha. Das ist ein Fahrradweg. Was guckst du denn so? Das ist ein Fahrradweg. Mach die Augen auf. Das ist ein Fahrradweg. Das ist ein Fahrradweg. Da kenne ich. Guter, alter Schinken. Da heißt der Fahrrad. Old but gold. Das Ding ist halt echt traurig. Langsam. Hätte ich doch viel was anderes genommen. Pass auf, dass die Kette für mich aushängt. Wird schon passen. Aber Mist kümmere ich auch mal mit. Ah. Er hat nicht funktioniert. Schade. Oh, warte. Aber den Müll her? Gleich lebt's. Ah. Mechaniker habe ich gerufen. Ich muss kurz hauen. Sie sollen die auch nochmal rufen, weil irgendwie kommen die nicht. Die antworten mir nicht. Sie hat nicht mal Licht, Alter. So ein Dreck. Ich hab schon gesagt, dass ich mich angehoben habe. Ich hab schon gesagt, dass ich mich angehoben habe. Ich setze dich dann in der Toilette drin ab, ja? Ja sicher. Natürlich. Schlafe ich da. Geht eh. Da stinkt's eher drinnen. Natürlich. Riecht's immer nach Urin und so. Riecht's immer nach so Entenfutter. Irgendwie müssen wir mal kaufen. Wie man das Geschenk mitbringt. Dankeschön. Grüß Gott, die Dame. Hallo. Können wir deine Unterwohnbeleuchtung einbauen? Aha. Wird glaube ich schwierig bei dem Geschenk. Nö. Das geht sicher. Oh, mein Totalschall hat sich repariert. Warte mal. Ich hab ne Idee. Pass mal auf. Ich steh auf dem Prüfstand. Ich glaube, die hauen mich raus, dass ich das auf dem Prüfstand stelle. Ich weiss nicht. 2 PS vielleicht. So warte, wird gemessen. Ah, es funktioniert nicht bei dem Ding. Kannst du nicht bremsen oder? Messung fehlgeschlagen, schade. Ja, immerhin. So, ich lass dich hier mal runter. Du hast jetzt endlich mal stilvoll reisen. Ah, du kannst ja immer noch kein Schweizerdeutsch. Entschuldigung. Was Schweizerdeutsch? Ich bin ja kein Schweizerdeutsch. Dein Dialekt ist so. Was hast du gesagt? Was würde ich reisen? Ob du einmal wieder stilvoll reist. Ja, ja. Nach so einem alten Klappfahrrad. Ja, ja. Willst du wirklich die Diamanten wissen oder was das bekommen hat? Das ist zu langsam. Irgendwie macht das Spaß. Ne, mir warst du schwindelig. Ich hab zur hypnotisierende Wirkung. Ja, ne? Total. Boah, ich hab grad den perfekten Kreisel gefunden um euch. McDonalds. Immer noch. Ihr seid die Atomkerne. Ja, aber wirklich. Aber es gibt ja nur einen Atomkern. Ihr seid der Atomkern. Ich bin, äh, das, äh, was, so ein Atomkern rum. Jetzt tun wir fusionieren oder was? Neutron. Ne, ist das nicht? Neutron, Fusion. Dann, 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 dann kommt ein schwarzes Loch und reißt die ganze Zeit. Ne, was, was, was sind nochmal die Teilchen, die außerhalb des Atomkerns schwirren? Was ist denn da doch mal? Man ändert sich wieder. Was schwirrt denn da nochmal? Atome? Na. Diese Dinger, die ums Atom schwirren. Beim Atomkern rumschrumpschwirren. Boah, der Herr ist ja voll sportlich, ey. Ja, wir müssen auch passen, dass der Herr nicht zwischen uns durchfährt, weil wir schon haben eine Kernspaltung. Das wollen wir nicht. Oh, eine Kernspaltung, ja. Schwitzer Kernspaltung. Ach, Zern, ja. Der Teilchenbeschleuniger, ja. Der staucht und da kommen wir Kernspaltung hinkriegen, ja. Ich bin immer noch Tiroler. Achso, du bist ein Tiroler. Ja, gut. Ich denke immer, dass er Schweizer ist wegen seinem Dialekt manchmal. Dieses Chaos. Elektron. Genau, das war ein Elektron. Dankeschön. Physik 5, ich darf mir setzen. Ich bin noch Katzenschwaf und da ist der Wurst zu laut. Achso. Die Elektronen, nicht die Neutronen. Protoneutron und Elektronen. Aber die Elektronen sind Elektronen und Neutronen. Ja, da bin ich doch nicht komplett sitzen geblieben. Aber, ne, Physik erstmal. Da schreibt, da schreibt mir grad wer auf WhatsApp, ich hab in der Chemiestunde nicht aufgepasst. Achso. Das ist doch Physik. Das ist doch Physik. Ich weiß auch noch. Das ist doch Physik. Ja. Wie soll man sich das schon merken? Neutronen, Elektronen, Atomkern, im Atomkern gibt es dann auch ganz viele Sachen, die man sich merken muss. Dario. Bitte, mein Kopf experimentiert. Dario, wenn ich später reden will, ich hab Zeit für die. Die Kriminalität. Ja. Da hilft nix mehr. Das ist... Ich würde gerne rückwärts fahren mit der Kiste, guck. Wir sind so stolz auf dich. Weißt du, was das geil aussieht? Mach mal sowas zum Beispiel. Äh. Links kommt's. Oh Gott, du schaut dir ganz gesund aus. Warte. Ich krieg das... Sieht auf sich so aggressiv. Warte, pass auf. Guck mal, wie ich guck. Richtig geil. Hast du das Handlenk ausgegankt, oder? Aua. Das ist schon geschmeißhaft aus, ja. Das muss zwerbeln. Aber so hast du sicher die volle Kontrolle übers Rad. Können Sie bitte unterschreiben? Können Sie bitte... Können Sie bitte für meine Fahrräder unterschreiben? Ja. Wollen Sie die Box haben? Sieht das hier so bescheuert? Hoppala. Ah! Ha! Jetzt kommt's. Schon cool, gell? Ja, hat was. Boah, so fahr ich jetzt rum. Styler. Andel die Gitarre? I'm a Freestyler. Ah! 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 Guck, aber jetzt weisst er wieso. Ah, was? Ah! Ist der schlecht oder was? Nein, alles gut. Okay. Wir haben gerade deine Rad- und Musik-Hübenstücke bewundert. Einwandfrei einser. Perfekt. Was, ich wusste gar nicht, dass du bin ich Side-Wars-Leist. Was kann ich? Was? Was? Ich glaube, wir können es auch von hinten nach vorne. Das ist cool. Das ist wie so ein Speer. Das ist cool. Ja, da können wir Ritterspiele machen. Guck mal hier. Zum Einweisen. Ah, das hat mal einen Spass gerade. Der Parkdienst vom Morgen. Jetzt was, wie es da war, wo es gedreht worden ist. Der Parkdienst ist auf ein Klapprad und danach ist es mit dem Computer ersetzt worden. Die Tabletten wirken nicht mehr. Das glaube ich auch. Wir brauchen es auch mal. Guck mal. Hallo. Ich bin's, die Kathrin. Hallo. 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 Die Tabletten wirken nicht mehr. Hallo. Hallo. Mein Popo. Guck mal. Mein Popschi. Guck mal hierher. Hier, mein Popschi. Guck. Hier. Hierher gucken. Hierher gucken. Hierher gucken. Mein Popschi. Guck mal. Guck mal, was der kann. Guck. Gucken nicht. Ich bin echt Endsmall jetzt. Vielleicht kommt einer und will dich mitnehmen. Irgendwas geschieht mit den Tabletten heute nicht. Ich habe irgendwie glaube ich die falschen Tabletten genommen. Ich glaube er auch. Warte. Kannst du den Stuhl gangen? Warte mal. Guck mal. Aber ich ging ja so mal. Ohja jetzt komms. Also ich weiß du meinst das hier ne. Erstmal kurz. Upsi. Ich komms nicht mehr. Erstmal gegen den Stapler. Oh tschuldigung. Ich habe einen Gehfehler daher. Das hat aber was. Ich schaue so Peppertal, dass das schon wieder cool ist. Achja. Oh Mann ey. Was ist das? Ist das der Oma-Gay-Stil oder was? Mach nochmal. Guck das war die Oma. Nö. Doch das sind sie die Oma. Jetzt spielt der Titanic noch. Ja. Wir sind wie gelandet. Das fragel ich mich auch. Das grösste Ehrenhaus hier. Sharon Ihn das Hippertal. Wissen Sie was auch gut ist? Was denn? achtery Voice arrow aaahua aaaholar Man kann nichts mehr schockieren. Wo sind hier? Das fragel ich mich auch gerade. Haaaa der ist weg. Ar skullt! Ar bruh! Er bruh! Das ist der Überfall. Gib allen das scheiß Gehälte her. Die Hauptrolle, gell? Wo ist die Drabels? Der Überfall. Äh, Quackenhaus, glaub ich. Hände hoch, das ist der scheiß Überfall. Ah, ist das geil. Ich bin einfach durch noch. Ah, das gefällt mir. Warum kommen wir immer auf solche Sachen ganz so spät drauf? Ja, weil wir durch sind. Ich baller den gleichen Benzinkanisten am Kopf. Warum kommt ihr auf solche Sachen? Du auf solche Sachen irgendwie. Der Dario verhält sich ja noch halbwegs zivilisiert. Ja, ich bin noch durch. Das macht mein Hirn nicht mehr mit. Oh, die hab ich ganz vergessen. Ja, Boden geputzt auch schon? Ja, heute ist schon Boden geputzt. Auf jeden Fall. Oh. So, der Herr. Ich setz mich mal hin. Der Schwarzag ist fertig. Dankeschön. Ach nee, warten Sie. Ich muss mich auf den Sattel setzen. Warten Sie, ganz kurz. Wisst ihr, wie angenehm das eigentlich ist, auf dem Sattel zu sitzen? Weiß das jemand von euch? Ja, warte, ich schraub dir kurz den Sattel noch weg, dann ist es noch angenehm. Feiner, ja. Oh ja. Dann rutscht aber noch kurz ein paar Zentimeter. Ja, aber kann ich eigentlich... Dann hast du eine Tiefenentsponnung. Ich will eigentlich wie auf den Sattel drauf. Oh, das klappt nicht. Aber fährst du auch gleich zum Anwesen, oder? Hä, ich? Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Ich muss mein Bett aus. Natürlich mach ich das. Dann fall ich um. Natürlich. Ist klar wieder. Und du brauchst entweder den Schlaf oder noch mehr Tabletten. Ich weiß nicht, was ich da ausnehme. Ich muss wirklich neue Tabletten nehmen. Neue Tabletten. Neue Tabletten. Neue Tabletten. Neue Tabletten. Neue Tabletten. Kratzer am Fahrrad, haha. Boah, wie lustig. Ha, 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 ha. Ich glaub, das BMW ist ein bisschen teurer. War das nicht der von vorhin? Das war doch der von vorhin? Ja. Ach, guck mal. Ey. Wir sind mal quit wegen vor ihm, ne? Hey, was? Wir sind mal quit wegen vor ihm. Bitte, was ist? Was ist? Wir sind mal quit wegen vor ihm am Parkplatz. Was haben sie gesagt? Was? Was haben sie gesagt? Wir sind mal quit wegen vor ihm am Parkplatz. Was? Ich verstehe sie ganz schlecht. Ich verstehe nicht, was er sagt. Ich verstehe kein Wort. Habt ihr was entstanden? Ne. Nur so Piefsen war da. Ich glaub, er hat gesagt, er will, dass ihm jemand an die Karre tritt. Ah, okay. Der macht das selbst. Ah, du bist so eine Sau. So eine Drecksache. Der war euer Spaß gar nicht. Echt nicht? Was kostet? 2.160. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? 2.160. Das ist hier gar nichts. Ich trau mich nicht zu nähern, weil der... Warte, 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 warte. Ich hab's klar. Ich kann nicht wie cool sein. Also warte. Ich weiß nicht wie cool sein, ohne dass Rad hier oben fällt. Ich hab's gleich. Ja, beschlägt dir sonst gleich das Ding. Komm, iss ein bisschen. Komm, iss. Komm, iss. Jetzt aber. Bin ich cool? Sehr cool. Sehr cool. Auf jeden Fall. Guck wie cool ich bin. Warte. Guck dir das an. Mach ein Foto bitte. Ich war noch nie so cool wie heute. Bitte, danke. Hallo. Ich bin's, die Katrin. Was ist jetzt? Schwarz. Einfach schwarz. Kamera-Dreck. Ja, weil die Kamera Dreck ist. Die macht nix. Warte. Nee, ist schwarz. Kamera ist kaputt. Ja, super. Ist bei mir zumindest. Mhm. So, dann stell ich ihm meine Rechnung aus. Ja, bitte. Bitte, gerne. Der coolste. So werd ich jetzt immer machen, so. Genauso soll ich jetzt immer machen. Dankeschön. Dankeschön. Ich fahr mal Staple weg. Warte mal, ich bin im Auto hier. Warte mal, ich bin im Auto hier. Warte mal, ich bin im Staple weg. Warte mal, ich bin im Staple weg. Das Foto ist auf Instagram. Oh, perfekt. Ah, nicht ganz. Bisschen hier so. Na gut dann. Dario, Herr Rumpa. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Ja, wünsche ich ebenfalls. Wir fahren jetzt eher nach Hause. So, jetzt aber. Ja. Das ist cool. Ist das cool? Das sieht cool aus, ja. Das sieht richtig cool aus, gell? Die maximale Coolness. So. Wenn man so Fotos macht, so weißt du, auf dem Tisch oder sowas. So, Poppes raus, Poppes rein, Poppes raus, Poppes rein, Poppes rein. Oh, das sind die Airbags offen. Oh. Ich glaube, der ist einmal hier von der Motorhaube weg. Ach komm. Ja, warte, warte mal, ich geh schon, ich geh schon. Rum, 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 rum. Komm. Neee, rum, 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 rum. Okay, jetzt reicht's aber. Komm, wir gehen. Ich muss hier weg. Ja, wir kommen wieder fahren. Wir haben genug kaputt gemacht hier drin. Tschüss. Es ist gerade meine letzte Gehirnzelle gestorben. So. Was war's mit meiner letzten Gehirnzelle? Das glaube ich auch. Bei mir ebenfalls. Wie der geguckt hat. Wenn sie mit der Motorhaube weggehen. Bring da wohl die Haube. Du hast einfach die Airbags mit deiner Hüfte rausgeschaut. Ja, natürlich. Muss ich, ja. Der Hüftschwung war... Herr Matthew Sean, bitte per Dispatch melden. Sean. Hat der noch nen Vornamen, oder was? Herr Matthew Sean. Ja, ich will das nicht mehr fahren. Dr. Philips. Oh, diese Hupe, Alter. Ja, okay. Also das ist schon, wer die denn einbaut, bitte. Der ist ja von allen guten Geistern verlassen gewesen. Ja, passt schon. Der war mit Absicht. Ich wollte nur was testen. Alles gut. Nichts passiert. Alles gut. Ich muss den Wagen unter Kontrolle bringen. Das ist ganz schwer. Weißt du, zum einen fährt er sich kontrolliert und zum anderen unkontrolliert. Das macht mich echt matt. Ja, bevor... Also ich weiss nicht, ob du den schon mal gefahren bist. Ich hab den besitzt früher. Wie ist es denn? Bevor der Wirtschaftsding kam, weisst du? Ja, Wirtschaft? Die Wirtschaftskrise, genau. Und da haben sie ja eh alles einzwungen. Und da war der ganz schlimm. Da konntest du eigentlich mit dem nur driften. Ah, okay, verstehe. Dann wird er... Ich glaube, die haben den... Also es ist auf jeden Fall besser. Okay. Dann wird er schon schon besser sein. Driftgetriebe, man kennt die. So. Dann parke ich ihn ja noch. Und dann nicht aussteigen. Bitte warten, bis ich eingeparkt habe. Weil wir haben dann das Problem, dass die Tür weg ist. Man kennt's. So. Perfekt. Da kenne ich auch ein paar von. Die können nicht abwarten. Den juckt's in den Fingern. Ja. Ganz schlimm so was. Ganz schlimm. Gut. Dann geh ich mal schlafen. Wünsch dir was, gell? Ich dir auch. Gutes Nacht. Ja. Ebenfalls gute Nacht. Aua. Ich bin gestolpert über dich, Alter. Was war das denn gerade? So. Tschüssi. So. Ja. Ein bisschen auf Abstand, Bruder. Ja, wegen Kogo. Was? Die Kogo-Trogerie? Was? Was? Ja, genau. Genau, ja. Ah, wie geil. Oh, da kann man so rein. Wie eigentlich hoch geht das? Das ging doch irgendwie, ne? Dass man hier hochkommt. Nee, geht das nicht mehr? Okay. Oder ging das? Jetzt kommen wir vor. Oh, dann den Leiter oder sowas, dass man hier raufkommt. Das war schon geil. Kann man doch irgendwie rauf oder nicht? Mal gucken. Nee. Kam früher irgendwie aufs Dach drauf. Naja, egal. Gut, Leute. Dann lese ich noch durch, was ich nicht vorgelesen habe. Dies war es ja eigentlich für heute an sich. Ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen. Es war auf jeden Fall wirklich lustig. Ich muss schon sagen, dass bei Andel war heute echt cool. Dass diese, diese, wo man mitbieten kann und so. Auktionen, das war jetzt echt cool. Also, wenn so öfter solche Auktionen gemacht werden, bin ich dabei. War auf jeden Fall geil. Die Idee an sich schon alleine war sehr geil. Auktionen einfach. Eine große. Und, was macht denn? Hä? Was soll das? Hallo, raus. Oh, mein Grundstück. Wer glaubst du, du bist? Verpisst du von meinem Grund? Na geht's? Komm her, du. Ist ja einfach mein Grundstück auf meine Bar rum. Ich glaube, es hackt. Auf meiner schönen Bar hier. Auf jeden Fall, Leute. Ich lese hier nochmal vor. Hier haben wir noch Blacklight mit einer Euro ohne Message. Der Nightgame ist auch dabei. Steigt man es aus und macht Passout 3 übelst funny. Warte mal. Das teste ich noch. Passout 3 übelst funny, sagt er mir. Fußraumspinne. Scheiße. Ich wollte vorbei. Stimmt ja. Ich sag es halt. Ja gut. Vielleicht noch eine kleine. Kleine Fußraumspinne. Why not. Mach ich dann noch. Achso. Ich bin jetzt ins Krankenhaus fertig. Wartet mal, Leute. Wir sind gerade auf dem Weg anwesend. Wir müssen ein Zeug hochbringen. Ich hab hier irgendwo ein Auto aufgestellt. Ich hab hier irgendwo ein Auto aufgestellt. Ich hab hier fixiert nämlich alles. Das ist echt lustig. Das ist wirklich funny. Du hast recht, das ist funny. Du hast zwei Leistungswirt vorbekommen mit 500 Euro Spenden. Ja. Das ist echt heftig. Ich bin da so glücklich. Ich bin jetzt in der Nase und sie war letztes Mal auch donated. Gell? Ist schon heftig. Das muss ich schon sagen. Ich bin da so genügt hier immer, Alter. Ohne Witz. Ich bin jetzt in der Nase auch noch mal vorgennailt mit einer Runde. Vielen herzlichen Reiz. Kuss und Gruß geht raus an dich. Du weißt Bescheid. Kopplose. Dann haben wir hier noch Saveron TV. Und danke fürs VIP an und Steffi White. Abend zu. Bin wieder arbeiten und schaue dir dabei zu. Schönen Abend wünsche ich dir. Dankeschön wünsche ich dir ebenfalls. Die Frau White ist auch dabei. Äh. SCF. Davies danke für den Euro auch. Dann haben wir noch Chaos Lenu. Ist das richtig, doch? Danke für den Streamings immer so unterhaltsam. Und kannst du mich und mein Freund Armin grüße ich mal. Armin und Chaos Lenu. Niki dank für 2 Euro. Vielen Damen. Grüßt getraust. Sündsrecht der Ton habe ich mir auch vorgelesen. Ja, da habe ich eigentlich alles vorgelesen. Wenn wir jetzt aber noch eine kleine aber feine Fußballspiele machen. Oder irgendwas. Soll man Fußballspiele machen oder was anderes? Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich euch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Nächler. So. Oah. Jetzt kann ich mich mal hochhealen. Nicht wundern. Ich bin jetzt Admin on duty. Wir healen uns hoch. Ich meine ich könnte jetzt auch etwas essen. Aber ich bin jetzt nicht mehr im RP. Vielleicht machen wir noch. Set-Shot 294, Admin eins. Genau. I'm completely out of RP. Und vielleicht noch die Weste an. es mir auch nicht schlecht. Weste! Und zack, wir sind in Uniform. Komplett. Das ist das geile jetzt am neuen Weste-Skript. Einfach, du kriegst nämlich die komplette Uniform gestellt. Weste aus und ja, soviel dazu mit Weste. Funktioniert ja super. Krieg's nicht mehr ausgezogen. Krieg's nicht mehr ausgezogen. Gut, das war natürlich der Vorführeffekt. Ist das zu toll und super funktioniert mit der Weste. Also wenn ich slash Weste mache ich wieder mein altes Outfit, aber es wird nichts mehr. Nee. Ah, Skin Low. Ich habe meinen alten Skin nicht mehr wieder. Gut, ich habe nämlich eine zweite Funktion. Da weiß ich, dass die nicht ganz funktioniert. Perfekt, danke. Kuss geht raus. Ans Westen-Skript, dass ich mich nicht mehr zurückmachen kann. Das ist die andere Weste. Genau. Aber wisst du, was wir machen könnten? Karl-Heinz. Können wir direkt so machen, theoretisch, aber nee. Ah, jetzt. Pass auf, jetzt. Weste und sagen wir mal Weste. Da geht irgendwas nicht, ne? Habe ich irgendwas kaputt gemacht. Perfekt. Ein Dodge Charger hat ein Baby gemacht, aber da bin ich unterwegs, Bruder. Da bin ich unterwegs. Zu 202. Zu 202. Oh, Alter. 202. Da machen die wieder Babys, die Autos. Da wurde nur ein Baby gemacht. Äh, äh, hallo? Da hat doch kein Baby gemacht, der Charger. Ich das liebe, wenn ich einen Report bekomme und die Leute fahren dann einfach weg. Weißt du? Hallo? Hallo? Ja? Äh, war der Report wegen dem Charger? Was hast du? Nee. Nee. Okay, danke. Wir hatten jetzt den Charger-Reporter. Wartet mal ganz kurz. 202. Hallo? Äh, wo hat denn der Charger-Baby gemacht? Ach so, äh, der Charger hat ein Baby gemacht beim Autohaus. bei dem Gebrauchtwagenhändler. Ich sehe aber nur einen. Ja, ja, der wird schon von, äh, Matze entfernt. Ach so, okay. Ah so. Okay, alles klar. Tschüss. Ein bisschen eher. Tschüss. Baby-Port ist schon alt. Ach so. Ich dachte, der ist noch nicht alt. Okay. Weil eigentlich sollten Autos keine Babys mehr machen im neuen Script. Deshalb wundert es mich gerade, dass da wieder Autos Babys machen sollen. Weil wir jetzt eigentlich das so gemacht haben, dass das nicht mehr passiert. Aber gut. Anscheinend ab und zu, in seltenen Fällen, gibt es das noch. Oh, ich hätte eine lustige Idee. Und wisst ihr, was wir machen? Wir spawnen dieses kleine Mini-Auto und fahren damit als Spinne rum. Das wäre doch geil. Kennt ihr dieses? Ach so, BMW RC heißt das, glaube ich. Oder K5 RC. Oh, wie hieß das BMW? Ah, wie hieß das BMW? Boah wie hieß das Ding? Mir fällt gerade der Name nicht ein von dem RC Auto. Das ist der Sound auf der Spende. Also es gibt ja Banditot, das weiß ich, den gibt es ja. Aber okay bei mir spawnt gerade gar nichts. Ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht glaube ich. Das mit der Weste geht bei mir auch nicht oder was auch immer. Okay das geht. Wie heißt das? Nicht Lambokard, ich meine jetzt nicht Lambokard. Es gibt so einen kleinen RC-BMW M5. KM5 RC, KRC, M5. Ich meine nicht Lambokard. Das heißt irgendwas mit RC und dann BMW M5 oder M5. RC Banditot gibt es ja. Genau den hier. Aber es gibt einen anderen auch noch. Einen den wir reingemacht haben. Ist ein BMW. Aber mir fällt der Name nicht ein. M5, BMW, K, BMW, M5. Boah wie heißt das Ding ey? Ich weiß es nicht. KM5. M5. Ne, wie heißt das Teil? Das kann so nicht sein, dass ich das nicht finde. C, M5, BMW sagt er. RC-M5, Mini M5 sagen die Leute. Ne. Irgendwas mit RC war das. RC und dann BMW M5. Ne. Ich schau mal nach. Hier schreibt einer. KRC BMW M5. Weißt du? Ne. Ich suche schnell nach Leute. Ich finde den gleich. Weil den will ich unbedingt heute fahren. Den haben wir nämlich irgendwo auf dem RLO-Server drauf. Aber ich weiß nicht wie der heißt. Das ist wieder super. Müsste unter einem Carpack drin sein. Ich suche das jetzt mal schnell. Irgendwo bei BMW. Ne, da ist er nicht. Oder RC vielleicht. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, R. Q, R, S. Ne, da ist er nicht drin. Dann vielleicht Carpack 1. Wir merchen ja alles. Ich finde den 100 Pro. Ich habe den ja irgendwo drin. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß noch nicht wie er heißt. BMW, 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 C, D. Hä? Wir haben da keinen. Hä? Ich finde den nicht. Ich finde diesen Wagen nicht. Den haben wir einmal im Stream sogar gefahren. Wisst ihr noch? RC BMW M5. Der heißt irgendwas mit RC BMW M5. Ne, ich finde es nicht. Ne, ich finde es nicht. Ne, 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 ne. Puh, Fahrzeugpack. Ne. Das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Den haben wir auf dem Server. Aber. K, R, C, 5, BMW ist auch nicht. Geh, Alter. Jetzt suche ich das so lange nach dem Auto und ich finde ihn nicht. Das ist ganz toll. K, R, C, M5 vielleicht. Achso, vielleicht. Warte mal. K, R, C, BMW. K, R, C, BMW. WM5. Andel weiß es auch nicht. WM5. WM5. Ne, das, äh. Hm. Find's doch lustig, dass ich den nicht finde in der, in den, in den Files drin. Ich finde den nicht, den Wagen. Ist ganz lustig. Ach, warte, vielleicht hier. ngenken. R, C, BMW, BMW, B, BMW. Da kann es eigentlich nur das Carpecs sein, sonst haben wir also keine Carpecs mehr. M5. Ne. Ne, das ist es nicht. Alter, wie lang ich einfach brauche, bis ich da das Carpec gefunden hab. Das ist echt traurig. Ne, find´s nicht mehr, ich finde das Ding ist. Oder ist es weg? Ne, den haben wir niemals weggemacht, den Wagen. Ich weiß das, der war immer da. Der war immer da, der Wagen. Nee. Ich schau gerade, was die Leute schreiben, aber nee, das ist alles für nichts, nee. Oh mein Gott. Und ich suche und suche und finde ihn nicht. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. So hieß der, glaube ich. Ja, ich hab ihn. F10M5RC hieß er. So, jetzt hab ich ihn gefunden. Ah, endlich. Hier ist er. Kleiner M5. Den wollte ich fahren als Fußraumspinne. Ist der nicht geil? Ist der nicht süß? Vor allem der Sound, hört mal. Das ist doch so cute. Damit fahren wir heute rum. Wie viel fährt denn da eigentlich? Können wir den tunen? Erstens, wenn du da ein Blaulicht dran ballerst, wie das aussieht. Aber das macht Spaß mit dem zu fahren. Das macht wirklich Spaß. Aber es hat sich gelohnt, dass ich ihn jetzt gefunden hab. Ohne Witz, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Passt mal auf hier. Mir läuft an die Cheats sehr gut. Geht sehr viel voran derzeit. Ohne, meine Airbags sind aufgegangen. Das ist nicht gut. Und das Ding ist gleich im Poppuss. Doch die Airbags sind gleich wieder weg. Oh, durch den Blitzer. 10 Dollar Blitzerrechnung, geil. So, wechsel die. Ja, wechsel ich mach da. Kann ich eigentlich Fahrzeug-Gottmutt machen? Fahrzeug reparieren? Nee, aber ich glaub, das geht nicht, ne? Ja, machen wir so. Guten Abend! Was ist denn das? Ich bin jetzt auch mobil. Jungs, hier hab ich auch so ein Mini-Car gefunden. Na, ist das süß. Guten Tag. Ich hab mir jetzt auch ein Auto geholt. Ich fahr mal zur Tuning-Garage damit. Ich möcht's mal voll aufmotzen. Wie will das auch? Oh, ho, ho, ho. Hui! Ich fahr mal mit Tuning. Das würde mich interessieren, ob das geht mit dem Teil. Aber das, da ist die Fußraumspinne mal mobil mit so einem Ding. Also, das ist auf der Größe einer Fußraumspinne. Also, etwas größere Spinne natürlich, aber trotzdem. Da könnte eine Fußraumspinne reinpassen. Oh, da sind Leute in der Garage. Oh, du musst nicht schauen, dass ich Platz hab dazwischen. Hui! Hm. Was packt, gehen jetzt ab? Oh, geht sich grad noch so aus. Hi, Jungs! Hallöchen. Hallöchen. Hm. Bin gleich wieder hier. Muss mein, äh, Geld wegtun. Ich muss nämlich Geld cheaten dann. Muss mein, äh, RP-Geld muss ich weglegen. Wenn ich, wenn ich das niemals vermische, Leute. Oh, ist das geil. Ich komm hier einfach rein. So, jetzt fahr ich hier hin. Das ist ja wirklich Drive-In hier. So. Ich tu nur ganz schön mein Geld aus. Ich hab nie so viel Geld, deshalb zeig ich das lieber ein. So, und mach lieber Set. Set Money. 294. Cash. Das ist mein Admin-on-Duty-Cash. Das wird natürlich dann wieder gelöscht. Wird nichts ercheatet. Also, ich bin grad Admin-on-Duty. Dann wird hier. Och, scheiße, ne. Oh, ne. Da kann man ja auch mal das Auto. So. Jetzt wird das einfach getunt, das Ding. Jetzt wird das einfach richtig heftig getunt. Pascal Blocks. Bist der Beste. Könntest du mich grüßen? Das ist mal Pascal Blocks. Paul17. Runde muss wieder Brot daten. Auf alle Fälle. Why not, ne? Kurz geht raus an Paul. So, jetzt hab ich ein bisschen Geld geholt. Hm, hm, hm. Eieieieiei. Guck mal, das tiefer legen. Oh, du kannst es auftüren. Wie geil. Oh mein Gott, man kann es tiefer legen. Wie geil ist das denn? Turbo-Imborn. Ey, da geht ja alles an Mord-Teile. Bei Schattdack-Ferklärung kriegt man die Teile bestimmt dran. Warte, andere Fert... Warte, lass mal Felgen gucken, wenn das geht, ey. Scheibentönung. Man kann die Scheiben tönen, wie süß. Das ist halt echt cute, ne? Scheinwerfer, gutes Ding. Hat keine Scheinwerfer. Die Teile müssten erst bestellt werden, also... So, aber... Ich denke schon. Alle Felgen würde mir interessieren. Felgen-Typ. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Leute, wie könnt ihr Felgen ändern im Teil? Ist das geil, ist das geil. Guck mal, wie klein die sind. Wie putzig. Das klappt einfach mit den Felgen hier. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass die Felgen klappen, ne? Ich dachte, das geht grad nicht. Aber das geht einfach. Na was meint ihr, soll ich die Farbe so lassen oder soll ich sie ändern? Das ist krass lustig. Ich würde es sogar so lassen. Ja, ich weiß, es sieht total gut aus, ne? Äh, ist Seto noch da in der Werkstatt? Shit, das... Äh, ne, der ist schlafen gegangen. Tuner da? Die BBS waren geil. Äh, Matthew, bist du noch da? Oder allgemein Tuner? Die sind geil. Ja, ist noch da. Aber die werden wir ein bisschen... ...herausstechen lassen, oder? Oh, das passt schon so. So, jetzt noch eine andere Lackierung und dann ist das Ding perfekt. Wie tut das Rotiger denn mal so richtig an ihr? Ich weiß nicht, wieso. Oh, Rot wird aber hier auch ballern, ne? Boah, es ballert schon harder in der Kiste. Die machen so komplett pink, alter. Barbie-Mobil. Was meinst, was ist das eine gute Farbe für den hier? Chrom. Ja gut, dann siehst du gar nichts mehr. Oh, hab den kurz umgepackt. Ähm, ich würde erstmal sagen, ändere die Rück... Obwohl was... Oh, das Blau ist geil. Ich nehme das Blau, dann mache ich, äh... Der Lackierung, Sekunde. Kann ich da was machen? Nee, Perlack mache ich dann Weiß. Okay, muss ich euch sagen. Ich würde nur nochmal Blau. Sag mal, sowas sind deine No-Go's, wir formen. Dann kann ich dir helfen. Das sieht heftig geil aus. Und jetzt die Felgen? Das fährt halt jeder. Meine No-Go's. Grau ist definitiv No-Go. Braun ist ein No-Go. Fertig. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Wui. Leider hat das Ding keine Lichter, ne? Das wäre noch cool, wenn das Ding Lichter hätte. Schau mal, also das Getun schnell... Ach, das fährt schneller, ne? Das ist der Sound, der auf die Spendung. Wie geil ist das denn? Ich habe mir vor, wir werden jetzt angehalten von der Polizei. Fußraumspiel, ne? Einmal Fliegerstein-Kontrolle. Und so viel schneller fährt das Ding jetzt aber auch nicht. Aber es packt seine 100 kmh. Ich glaube, das Mini-Automaten sieht blau nicht an. Was ist das denn? Mini-BMW. Das ist ja süß, ey. So, also damit könnten wir theoretisch... Ist da was los da gerade? Im Krankenhaus ist gerade nichts los, ne? Ne. Das ist süß gewesen, wenn ich hier reingefahren wäre. Blaulicht dran. Jaja, pass mal auf. Mach das mal. Weil dadurch könnte es unser Auto wegfetzen, ne? Wenn wir da jetzt die Movia-LED draufschauen, dann schauen wir mal, wie riesig die jetzt ist. Im Vergleich zu dem Auto. Guckt euch das mal an, wie riesig das Teil jetzt einfach wirkt. Das ist halt schon... Boah. Das ist geil. Jetzt ist es wieder da! Hallo! Das war der Vorschuh da, wo du es nicht gesehen hast, Anthony. Ich hab mir jetzt ein Blaulicht gekauft und das draufgeklebt. Das ist aber nicht so erlaubt, gell? Das war ich nicht. Ist da überhaupt jemand drin? Ach, scheiß doch drauf, das ist... Brauche ich einen Führerschein dafür überhaupt? Ja, für das Blaulicht brauchst du einen Führerschein. Kleiner Tipp, lass dich einfach nicht erwischen, dann brauchst du auch keinen Führerschein. Ist da jemand drin? Okay. Mh, ein kleines Spindchen. Ich hab endlich ein Auto gefunden, was funktioniert für mich. Ist ja geil, ey. Okay. Ja, brauche ich nicht meine Kinder zum Fahren, weil davor habe ich immer Pascal, Kevin, Luna, Astrid, Horst, Richard, Günther, Sven, Alex, Max, Roswitha und die liebe Lisa gebraucht, damit wir Autofahren konnten. Aber jetzt bin ich independent und kann dann allein fahren, weil das Auto so klein ist. Und wie schnell geht das Auto? 100. Ich glaub schnell. Ich glaub 100. Ich glaub, dass das sehr schnell ist, das Ding, ja. Hm, ich probier's mal. Ich glaub, es wird schon gerne 100. Ui, 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 komm her. Festes Schuhwerk. Oh, tschuldigung. Oh, ja, nein. Ja, cool. Jetzt haben die Zwecke hier auch noch Autos. Kann man da einsteigen? Hm, probier mal. Ey, das ist kein Zweck, das ist ne Spinne. Ah. Mia, pass auf, nicht das zuhaush. Ach so, ne Polizeispinne, sehe ich das richtig? Ja, warte. Ich kann mal probieren. Warte. Mach's nicht kaputt, Leon. Wollen wir mal einsteigen? Ich glaub, das ist ein Einzelsitzer. Ja, ja. Ja, das ist gut möglich. Ich glaub, das funktioniert nicht. Ist vielleicht besser, wenn ich... Ah! Keine großen Menschen mitnimm. Boah, richtige Rüpel. Ist ja geil. Richtige Rüpel. Wenn ich Spinne am Kopf fliegt, kommt sie nicht mal auf. So, dann guck ich mal, ob ich hier... Ich fahr zur Polizeizentrale, frag mal nach. Muss schon mal jemanden anhalten damit. Die Polizei, die ist heute da. Aufpassen! Der geht aber ganz schön schnell, ne? 100. So ein kleines... Ich fahr heute mit zur Polizei. Schöne geblitzt worden, wird jetzt zeigen, ob ich jetzt auf die R40-Dollar gegangen bin. Oh! Geht sich das auch so sicher? Ah, warte, ich kann ja hier durchfahren, ne? Runnen! rum Ui! Aua! Sie müssen die Tür ausmachen. Danke! Oh, oh die Dinger. Wer fällt denn hin? Ui! Voll egal, einfach. Immer voll egal. Irgendwann einfach weiter. Oh, da steht er ja. Die sind im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist lustig, wenn ich da reinfahren würde. Ja, die sind im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist was los. Oh ja, da fahr ich mal rein, Leute. Da bin ich dabei. Hoffentlich kann ich dann mit dem Fahrstuhl fahren. Aber theoretisch müsste das klappen, ne? Äh, hoffe ich halt mal. Aufmachen, hallo. Ah, jetzt. Ah, hallo. Äh, geh auf. Puh, alter. Oh ne, nicht zugehen. Ich brauch das. Ich glaube das funktioniert. Oh ja. Und wie das funktioniert. Nein. Wahnsinnig, okay. Ich würde da einmal noch... Hier fährt irgendeiner mit dem RC-Fahrzeug rum. RC-Fahrzeug? Okay. Es hört sich nach... Hallo! Oh. Hallo? Der Doktor ist da! Guck mal das blaue... Der achtarmige Doktor ist da! Ich sehe nichts. Warte, 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 warte. Wo? Noch mal Anlauf nehmen. Jetzt! Jetzt! Vollgas! Geht das? Oh Gott, was ist das? Guck mal, ist wie geil! Der achtarmige Doktor ist da! Ach du Scheiße. Geil! Aha! Also ich habe gerade eben... Was achtarmiges unter Wasser gesehen. Jetzt kommt der achtarmige Doktor. Jetzt habe ich mir nach so Gedanken. Wir werden sie wen brauchen. Ich habe acht Arme und kann ihnen helfen. Ich komme auch durch die... Kleinstlücken. Äh... Nein. Ja, deshalb sind wir hier! Wenn wir das Ding jetzt hier starten, dann hängt das Ding da mit in den Gerät, Renner. Oh ja, die darf eigentlich wieder raus. Tschüss! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich lasse mir demnächst Tui patentieren, by the way. Boah, der liegt da mal ganz schön frech. Sollen wir zu Andes Outdoors kommen, vielleicht ist da jemand, also bei Andes Outdoors ist ja immer was los an sich, also wir gehen nochmal hin, ich mach's nochmal bei Quick Teleport. Nicht so schnell, bisschen langsamer, der Herr, gibt mir noch einen Herzinfarkt. Oh ja, da ist was los, da ist was los, ihr habt schon gesehen. Das wäre ein Sinn. Nein, ich dachte da wären viele Leute, oh man, oh nein. Die sind noch da, ja dollhört sich Leute, was machen die denn alle? Oh, ich überfahre mal. Aufpassen! Nicht schreien, aufpassen! Da haben wir ein paar Leute nieder. Schön, dass hier auch wieder Leute rumgehen, gell? Pfff, aua. Hahaha. Ah, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ah ja, by the way Leute, ich kann euch was lustiges zeigen. Das muss ich unbedingt zeigen. Ganz, ganz cool. Ganz großes Kino. Passt mal auf. Ähm. Ich will wissen, ob ihr das erkennt. Ich will nur wissen, ob das wer kennt von euch. Passt auf. Ähm. Wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da. So. Gut, den wollte ich jetzt eigentlich nicht hier haben. Lass mal weg das Ding. Wer von euch kennt das hier? Wer von euch kennt das? Schreibt mal einer von euch rein, was das hier ist. Also nicht, was das ist. Wir wissen natürlich, was das ist. Aber, woher ist das? Also, spezifisch. Kennt das wer von euch? Fand ich übelst krass. Hab ich das gesehen, hab ich muss es unbedingt kaufen. Hab nicht ich gemacht, muss ich sagen. Das hab ich gekauft. Das war schon so. Aber ich feier's heftig. Das neue PD. Das schreibt schon über beste Serie. Ne, ich spiele alles auch nicht. Einer schreibt PD, ey. Aikali. Was von Aikali, Alter. D-Max, die Pfandhaus-Sendung, ja. Da Ehren hat's. Die drei vom Pfandhaus. Ja, erkennt's. Ja, ja, da sind jetzt ganz viele vom Fernsehen. Die drei vom Pfandhaus. Ich fand das so geil. Ich hab das gefunden. Äh, das hat, hat viel. Also, viel kostet. Was sag ich? Bezahlt 40 Dollar. Das kostet, glaub ich, 30. Und ich hab's direkt erkannt. Ich hab's gesehen so. Auf, auf 5M konnte man sich das kaufen. Und, schau mal. Da ist auch draußen sogar dass, dasselbe. Es steht halt nicht drei so, ähm. Das, 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 das richtig Logo. Aber es sieht halt sehr ähnlich aus. Und hier auch. World Famous steht drauf. Aber es ist, es ist halt wirklich wie in der Serie. Das Einzige, was fehlt, ist, glaub ich, hier so der Durchgang. Die haben hier irgendwo so einen Durchgang, glaub ich, gehabt. Aber hier, cool. Ich zeig das mal. Das ist halt übelst fett geil. Wenn du jetzt lang gehst. Da gibt's hier, kannst du, da oben ist der Hirsch. Da denkst du so, ja, cool. Cool, kann man machen, gell. Aber. Ui, guck mal hier. Ui. Ui. Memo, guck mal da. Ui. Waschmaschine. Hier wird das Geld gewaschen. Und ich hab, ich hab mal überlegt. Wenn wir hier mal so eine Sendung machen. So ein bisschen nachmachen. So ein bisschen. Da kommen Leute mit irgendwelchen Sachen an. Und stellen sich hier so an. Und dann machst du so eine Serie draus. Ob man's kauft oder halt nicht, ne. Aber ich find's halt cool, dass das wirklich vom Layout exakt gleich ist wie im Fernsehen. So richtig exakt gleich. Also bis auf das halt hier so die Tür ein bisschen fehlt, glaub ich. Also ich glaub hier war ne Tür. Hier so ein Durchgang eigentlich. Aber ich hab's direkt erkannt. Es sieht echt gut aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Aber krass. Du erkennst nämlich direkt, ne. Wenn du hier reingehst. Du glaubst du bist in der Serie. Und dann hier noch diese Post. Also ich hab's gefeiert. Also daraus werden wir auf jeden Fall was machen. Ich glaub das wird unser nächster Pornshop-Händler. Weil der jetzige ist ja hier in der Stadt. Wenn wir zwei, wenn wir den hier auch noch. Gehen wir dorthin. Genau das ist halt der jetzige. Ich mein das sieht ja auch nicht schlecht aus. Aber das ist halt nicht der von der Serie. Ganz klar. Und äh ich fand das halt echt nice. Ich mein hier gibt's halt viel mehr so zum Gucken und so. Und so Hinterausgang und so. Aber das hat der andere nicht. Aber dafür halt diese, diese Originalität finde ich ist schon cool. Hey das wollte ich hier noch nicht vornhalten. Das ist, äh ja. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit haben. In Zukunft. Schätze ich mal. Mal gucken. Auf jeden Fall Leute. Dankeschön noch an die Super-Ende. Guckte schon seit längerem. Dachte mir mal. Bring mir. Bring's mir Spaß. Ich spende auch mal ein wenig. Ah Kuss geht raus. An die Super-Ende. Und Sam on TV. Danke für 20 Euro. Schreibt nix dazu. Oh schon wir können den Sarg einfach wegballern. Cool. By the way da hinten drin. Da ist eine echte Mumie drin. Seht ihr die? Einfach eine echte Mumie. Muss mal aufpassen. Ähm. Ja und ja das hat keine Collision. Das ist aber von GTA selber glaube ich. Das hier. Das ist ein GTA-Prob das keine Collision hat. Und den Sarg kannst du einfach so raus meddeln glaube ich. Können wir mal Sarg-RP spielen. Nicht Sarg-RP sondern Sarg-RP. Ich schieb den mal raus. So. Den kaufen wir jetzt. Funktioniert einfach wirklich. Haha. Wie geil. Es funzt einfach. Ich würd den jetzt mal umdrehen. Wenn wir mal gesehen was an der anderen Seite ist. Sicher nichts. Ah doch. Der ist das eh modelliert. Ist komplett ausmodelliert. Cool. Ähm. Hallo fragt. Was ist die Belohnungsphase wieder offen? Wenn es äh angekündigt wird auf Instagram oder auf Discord oder so. Schaut gerne vorbei auf Instagram zum Beispiel. Nach äh Bodenbeleuchtung rein. Ich glaube in den geht keine Unterbodenbeleuchtung rein. Der hat auch so keine Beleuchtung. Der hat insgesamt nichts zum beleuchten. Leider. Aber. Tiago go. Sagen wir 90 Cent. Dann haben wir noch den Pascal Blocks. Und könntest du mich grüßen. Pascal Blocks grüßen wir noch. Und dann habe ich ja eh als Sitzvogel. Perfekt. Also Leute. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne kostenlosen Like da. Lasst gerne kostenlosen Abo. Da würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen oder so. Haut rein. Ich verabschiede mich Leute. Tschüssi Sikowski. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und. Ciao ciao. Wir sehen uns. Also dann. Und schaut schön die drei vom Pfandhaus. Das ist eine gute Serie. Ich meine das meiste ist eh gestellt dort. Aber ist egal. Ist trotzdem sehr.